Wenn das so schwarz ist, heißt das, dass wir auf Sendung sind. Ich glaube schon jetzt auf Sendung. Ja, richtig, wir sind jetzt auf Sendung. Das haben wir natürlich. Da und Herren darf ich vorstellen, der Spielleiter. Mach's gut, übernimmt. Ich hau ab. So, da sind wir wieder. Und jetzt beginnt gleich die eigentliche Rollenspielrunde. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir euch natürlich noch ganz kurz etwas über Cthulhu, beziehungsweise das Cthulhu-Rollenspiel erzählen und auch über die Spielercharaktere, wie ihr heute Abend hier verkörpern dürft. Ja, das Cthulhu-Rollenspiel ist im Kern ein Horror-Rollenspiel. Das heißt, es handelt von übernatürlichen Erfahrungen und Erlebnissen, denen man oftmals ohnmächtig gegenübersteht. Es ist also kein Superhelsen-Setting, wo die Spielercharaktere den Schrecken, den kosmischen Schrecken wirklich entgegentreten können, sondern eher den weltlichen Dienern wie irgendwelchen Kultisten oder anderen. Wesenheiten, die man wirklich bekämpfen kann. Und der Rest sind übernatürliche Schrecken, denen man ohnmächtig gegenübersteht. Das Cthulhu-Rollenspiel oder diese gesamte Welt basiert auf den Schriften von H.P. Lovecraft. Ja, das bist du ja ganz... H.P. Lovecraft, kennst du schon mal was von gelesen? Ich hab nichts gelesen, aber es ist einfach natürlich allgegenwärtig. Faszinierend. In der Popkultur heutzutage ist Lovecraft so populär und bekannt und rezipiert wie noch nie, glaube ich. Er hat gerade im letzten Jahr nochmal ungemein an Bedeutung gewonnen. Er ist angekommen. Er ist ehrlich angekommen. Es hat auch ein bisschen gedauert. Die Sterne stehen richtig. Ja, richtig. Das ist immer ganz wichtig, dass die Sterne richtig stehen müssen für irgendwelche Beschwörungen und so weiter. Dabei ist er jetzt schon seit... Der Todestag war vor... Nicht doch vor etwas mehr als einer Woche. Er ist 1937 gestorben. Und ist erst sehr, sehr spät zu wirklichem Ruhm gelangt. Das heißt, zu Lebzeiten lebt er in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Musste sogar für andere Autoren redigieren, Texte schreiben, eher als Ghostwriter sogar arbeiten. Seine eigenen Arbeiten waren zu der Zeit kaum beachtet. Er hat aber schon sehr früh angefangen zu schreiben. Erste Gedichte mit sechs, sieben Jahren. Sein Vater ist früh verstorben. War auch im Sanatorium, also im Nervenheilanstalt eine Zeit lang. Seine Mutter ist dann auch einige Jahre später gestorben. War auch in der Nervenheilanstalt. Er selbst war auch nicht bei bester geistiger Gesundheit. Auch nicht körperlich, nicht unversehrt. Er war eine ganz besondere Person. Hat versucht, als Autor auch einen gewissen Ehrenkodex, nach dem Ehrenkodex zu leben. Also jetzt nicht einfach irgendwas zu schreiben, sondern schon literarisch anspruchsvoll zu schreiben. Auch wenn das natürlich vielleicht nicht zum Weltrum führen kann, weil das nicht so populär und leicht konsumierbar ist. Also zu seiner Zeit sehr, sehr verkannt. Obwohl er doch mit vielen Schriftstellern der Zeit regen Briefwechsel hat. Also von ihm sind nicht nur Essays, Kursgeschichten, Gedichte usw. überliefert, sondern auch Brieffreundschaften und Briefe und Briefwechsel. Mehrere Zehntausend, vielleicht sogar an die Hunderttausend, die auch in Providence, in der Brown University gelagert werden. Er hat unglaublich viel verfasst, H.P. Lovecraft. Was hat er denn überhaupt so geschrieben? Das waren vor allem Schauergeschichten, so ein bisschen auch in der Tradition eines Edgar Allen Poe, der sicherlich zu seinen Vorbildern zählt. Das sind aber auch Traumweltgeschichten, die quasi nicht im irdischen Bereich spielen, sondern in anderen Welten, in die man da eintaucht, die auch auf den Chambers oder auch in Lord Dunsany zurückzuführen sind teilweise. Chambers kennt man vielleicht. King in Yellow, kennt ihr jemand? True Detective, die Serie. Da wird das nämlich auch rezipiert. Eine sehr, sehr geile Serie, kann ich jedem nur empfehlen. Da gibt es auch den König in Gelb und das hat Lovecraft auch ein bisschen mit beeinflusst. Es gibt sehr, sehr viele Vorbilder und es gibt auch sehr, sehr viele, die quasi ihn als Vorbild genommen haben, um später etwas daraus zu machen. Womit er wirklich berühmt geworden ist, sind Wesenheiten wie Cthulhu und andere, die verschieden klassifiziert sind. Etwas, was vor allem nach seinem Tod eigentlich erst passiert ist, dass sie unterteilt wurden in äußere Götter und alte Götter und Wesenheiten, halt so ein Kosmos und eine Kosmologie, die er erschaffen wurde, die er selber gar nicht so im Detail ausgearbeitet hat. Das wurde aber weiter aufgenommen von anderen Autoren, die eigentlich quasi seinen Nachlass terrasch verwaltet haben, indem sie ihn weitergefasst, weiter ausgearbeitet haben. Inzwischen ist er vielfach rezipiert, ob, eine Ahnung, Stephen King erwähnt viele Sachen, auch im Detail mal in seinen Romanen, da steht dann mal irgendwo ein Juxotot an die Wand geschrieben, bei Hellboy findet man Anleihen und, 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 und. Also überall, es gibt auch einige Verfilmungen, zum Beispiel, fällt mir jetzt Re-Animator ein, der quasi nach der gleichnamigen, fast gleichnamigen Kurzgeschichte spielt, und, und, und. Also Lovecraft ist heutzutage in der Popkultur allgegenwärtig, man sieht T-Shirts, man sieht alles Mögliche. Es gibt Computerspiele, es gibt Romane von Wolfgang Hohlbein, der Hexer von Salem, die auf seinen Geschichten basieren, und, und, und. Plüsch Cthulhu. Plüsch Cthulhu sogar, genau, auch das Lovecraft angekommen. Wobei man sagen muss, dass eine gute Triebfeder dahinter, dass das auf die Popkultur gekommen ist, tatsächlich Sandy Peterson ist, der auch zu den ursprünglichen Erfindern von Cthulhu als Rollenspiel gehört. Der aber auch Designer für PC-Spiele ist, der hat zum Beispiel sehr viele Level von Doom designt, und unter anderem so sagen, wie kann man hier noch diese Höllengestalt einbauen und diese Kreatur, wenn auch jetzt, also der, sagen wir mal so, der hat den Mythos breit gestreut. Passend, okay. Ist auch bis heute noch sehr aktiv damit. Also ich glaube, dem haben wir sehr viel zu verdanken und dem Spiel eben auch. Ja, das auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen die Klassifizierung und diesen Cthulhu-Mythos, diesen Begriff, den Lovecraft selbst nie geprägt hat, Cthulhu-Mythos quasi, alles diese Kreaturen und Wesenheiten, diese Kosmologien. Wenn ihr dazu mal was wissen wollt, lest einfach mal seine Geschichten. Also es gibt sehr, sehr viele... Und schreibt einfach mir. Jetzt sind wir ein bisschen Cthulhu begeistert. Also nächstes Beispiel, die Farbe aus dem All, der Ruf des Cthulhu, die Berge des Wahnsinns, Schatten über Innsmouth, Schatten aus der Zeit und noch viele andere Sachen. Taucht einfach mal ein. Es ist sehr, sehr mobile, sehr düster geschrieben. Er vermittelt eine sehr, sehr eigenwillige Stimmung. Ist nicht immer leicht zu lesen. Man muss auch ein bisschen selbst in dieser Stimmung eben sein, aber es lohnt sich. Es ist atmosphärisch unglaublich dicht. Und man darf nicht vergessen, zu welcher Zeit er geschrieben hat. Wenn man das mit heutigen Augen liest, alter Falter ist der rassistisch. Er war auch als Person durchaus rassistisch. Es gibt viele Briefwechsel, in denen er über Neger, Juden und andere eben schreibt. Das darf man auch nicht vergessen. Man muss es nicht in den Mittelpunkt stellen, weil man muss einfach mal die Zeit auch betrachten, zu der er geschrieben hat. Aber selbst zu dieser Zeit war er schon... Eine schwierige Persönlichkeit. Genau, eine sehr schwierige Persönlichkeit, auch mit seinem Nervenzustand, mit allem drum und dran. Durchs Elternhaus oder den frühen Tod auch der Mutter und den Geisteszustand der Eltern auch eben geprägt. Eine schwierige Persönlichkeit. Seine Ehe hat auch nur zwei Jahre gehalten. Und bevor ich jetzt weiter über Lovecraft erzähle, vielleicht ein Fan könnte man... Also ich war letztes Jahr vielleicht auch an seinem Grab und auch in Providence. Ich habe quasi jedes Haus, in dem er in Providence gelebt hat, aufgesucht. Aber ein bisschen Fan könnte man sagen. Okay. Okay. Und macht mir das jetzt nicht kaputt, Leute. Strenkt euch ein bisschen an. Nee, schaut einfach ein bisschen ein in diese Welt und lest etwas dazu. Es lohnt sich. Aber genau, das ist das Rollenspiel. Wir spielen also abend ein etwas düster vielleicht angehauchtes, vielleicht auch leichtes Horror-Rollenspiel. Wie auch immer sich dieser Horror gestalten wird, das ist in jedem Abenteuer, das man beim Cthulhu-Rollenspiel auch ein bisschen anders. Letztes Jahr, also heute vor einem Jahr, haben wir etwas gespielt, was eher so ein bisschen blutiger war, würde ich mal meinen. Das war dann eher so, was man unter dem Begriff Survival-Horror fassen, zusammenfassen kann. Es gibt klassische Gespenster-Geschichten, die man spielen kann. Also irgendwie, was passiert in einem uralten Haus. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Schrecken darzustellen. Welcher das heute Abend sein wird, lassen wir uns überraschen. Das Grund-Setting ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches. Ungewöhnliches. Also ihr werdet heute Abend nicht die klassischen Ermittler spielen, wie hartgesottene Privatdetektive, unerschrockene Archivare, die in den finstersten Winkeln an der Bibliothek in uralten Büchern nach Zaubersprüchen suchen, sondern Mitglieder eines Reinigungsteams und Mitglieder eines Filmteams, das das Reinigungsteam bei seiner Arbeit begleitet. Ich wollte es nicht sagen, ein drittklassiges Filmteam. Bevor ich das Spiel mal ganz kurz vorstelle, erzählt doch schon mal was über eure Charaktere. Oder soll ich erst mal... Also das heißt auch, wir spielen gar nicht irgendwie zu Zeiten, wo noch Gas verdranken, das technologische Wunder war. Viele Abenteuer im Cthulhu-Universum, im Cthulhu-Rollospiel, ein Rollenspiel, spielen in den 1920er Jahren. Das ist sehr, sehr klassisch. Ebenso auch 1880er, so Gaslicht-Zeitalter quasi, auch sehr klassisch. Wir spielen aber Cthulhu Now, also in der Jetzt-Zeit. Alles, was es jetzt auch quasi gibt. Handys mit allem drum und dran und, 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 und. Also jetzt. Wir spielen aber nicht hier in Deutschland, sondern wir spielen irgendwo in einem entlegenen Winkel Nordenglands. Nordenglands. Nordenglands, genau. Nicht näher genannter Teil Nordenglands. Wir haben hier vier Mitspieler. Zum einen Paul. Das bist du. Das bin ich. Und eine Frau Shirley. Ihr seid die Inhaber eines Reinigungsunternehmens. Ja. Macht alles weg, was ihr irgendwann mal hinterlassen habt. Das ist euch egal. Hauptsache, es wird gut dafür gezahlt. Und ihr spielt Manda Patterson und Tom Chambers. Ihr seid die Mitglieder des Filmteams. Du bist die Produzentin, unsere Regisseurin. Du bist der Kameramann und machst auch den Ton so ein bisschen. Genau. Etwas, was, also mal so eine Rolle, ne. Einfach mal was spielen, was man sonst so nicht, was man im echten Leben halt nicht ist. Ja. So, das sieht doch besser aus. Ja, dann. Können wir das nochmal ganz kurz in den Nahen machen. Wer will sich das zuerst vorstellen? Ein bisschen. Ihr habt ja was über eure Charaktere gelesen. Es gab ja so ein paar Informationen dazu. Wir sind voll vorbereitet. Ihr seid voll vorbereitet. Du hast schon mal den Gummihandschuh angezogen. Das ist auch gut so. Ich finde, du hast viel zu viel Spaß mit dem Gummihandschuh. Du hast zu viel Fight Club geguckt. Warum haben die Protagonisten unserer kleinen Doku? Unser Doku, ja. Genau. Also, Shirley Martin von Martin Cleaning Services. Wir, aller Dreck muss weg. Wir sind ein Ehepaar mit vielleicht ein paar Angestellten, die wir zwischendurch anheuern. Und wir haben uns spezialisiert auf auch mal schwierige Reinigungsaufträge und da passieren schon mal haarsträubende Dinge, was wir alles gesehen haben. Oha, oha, ja. Und dass wir jetzt tatsächlich Leute hier haben, die eine Doku über uns machen wollen, das ist Shirley ja, also die Kamera, die auf sie gerichtet ist, das ist ja schon ein bisschen vertraut vielleicht, weil sie wollte, in ihrer Jugend wollte sie mal Schauspielerin werden. Sie hatte auch kurz eine Karriere, aber dann kamen halt Sachen dazwischen. Sie hat sich verliebt. Die Ehe. Ja, ach. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, ne? Ja. Und jetzt ist hier so ein Filmteam und dann hast du vielleicht eine Hoffnung, dass man da sich wieder vor der Kamera in Szene setzen könnte. Reality TV ist ja auch das neue Große. Absolut. Das könnte ja vielleicht ein Sprungbrett sein, wer weiß, wer weiß. Ja, vielen Dank. Soll ich das schon, ist das schon? Ja, ich soll es da aufnehmen direkt. Hast nicht, ne? Soll ich nochmal? Hast die Aufnahme im Kasten? Hab ich. Paul. Dann machen wir doch bei dir weiter. Paul. Gute Paul. Genau, ich bin Shirley's Mann Paul. Ach, Paul. Ja, wir haben uns zu Universitätszeiten kennengelernt. Das heißt, unsere Ehe ist schon seit vielen Jahrzehnten glücklich. Also, sie ist jedenfalls noch da, was ja irgendwie auch ein gutes Zeichen ist. Sie ist. Was hast du denn studiert? Ich habe Chemie studiert und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt im Reinigungsgewerbe tätig bin. Denn in dem Bereich, in dem wir so unterwegs sind, sagen wir mal, das ist nicht alles, ne? Man kann nicht alles wegfeudeln. Manchmal muss man da eben auch mit anständigen Chemikalien an die Sache rangehen. Natürlich. Und, sagen wir mal ganz ehrlich, bevor ich in irgendeinem Labor den ganzen Tag irgendwie Dinge schüttle und dann aufschreibe, ist grün geworden oder nicht, mache ich doch lieber das. Denn das ist freihändige Chemie, angewandte Chemie. Ja. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen. Mein Neffe, den wir mit aufgezogen haben, nachdem meine Schwester, Gott hab sie selig, gestorben ist, der ist da auch mit dabei. Der kleine Simon. Der gute Simon, ja genau. Ja, eine Bürde, aber was solltest du denn auch anderes tun? Was solltet ihr denn auch anderes tun? Die Schwester verstorben, also musstet ihr ihn aufnehmen, er jobbt hin und wieder für euch. Der Junge hatte ja niemanden. Genau. Er hatte ja niemanden. Er ist heute Abend nicht dabei, er hält dann quasi in der Firma die Stellung, geht ans Telefon und kümmert sich da um Kundenanfragen, beantwortet E-Mails und so weiter und so fort. Vielleicht macht ihr auch den einen oder anderen kleinen Auftrag dann einfach in der Nähe selbst. So, dann haben wir noch hier dieses aufstrebende, junge, dynamische Filmteam, diese tolle Crew. Auf jeden Fall. Wir sind sehr erfolgreich in dem, was wir tun. Ja, klar. Deswegen filmt ihr auch. Ihr seid sehr erfolgreich. Aber vielleicht ist das ja das Sprungbrett, vielleicht kann euch das groß rausbringen. Stellt euch doch mal bitte vor, Manda? Genau, Manda dürft ihr mich gerne nennen. Eigentlich ist mein Name Amanda, Amanda Peterson. Ich bin Regisseurin und Produzentin unseres Films. Ja, ich habe einen sehr großen Hang zur Frauenpower. Gerne alles selbst machen, selbst mit anpacken, selbst mit dabei sein. Schließlich bin ich eine junge, dynamische, wie Peter schon eben angedeutet hat. Frau, die gerne selbstbestimmt auch ihre Sachen durchzieht. Und ja, ich bin Leiterin von dem Filmteam. Habe hier Tom dabei, der nun der beste Kameramann ist, den ich in diesem Moment zur Hand hatte. Ja, schade, aber man muss natürlich auch arbeiten mit dem, was man kriegt. Und deswegen bin ich auch froh, immerhin Tom irgendwie dabei zu haben. Tom, dein Name wurde jetzt schon kameräuchig sein, finde ich. Bin da auch bei, ich bin auch dabei. Das ist wunderschön. Ja, letztlich bin ich vor allen Dingen dabei und ich film ein bisschen. Ich finde das Bild von dir auch echt super. Ich film ein bisschen und ich sehe zu, dass das hier alles im Kasten ist. Wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich bin, also das ist natürlich jetzt nicht mein Thema, jetzt putzen. Nicht so mein Kernthema. Das wäre jetzt was für Sie prinzipiell. Aber deswegen macht sie auch den Inhalt und ich mache das mit dem Bild und das läuft eigentlich ganz gut. Ich bin da auch erfahrener Typ, habe schon echt ganz schön. Ich habe übrigens, kann man ruhig mal sagen, mal den nationalen Fernsehpreis auch gefunden. Ja, das kann man einfach mal stehen lassen. Schon ein bisschen her, ne? Ja, aber habe ich mal gebrochen. Ja, genau. Und dann war nicht die Serie noch ganz anders. Dass du bei irgendeiner Live-Übertragung paranormale Aktivitäten vorgetäuscht hast oder sowas, Gerüchte, ist da was dran? Ich weiß es nicht genau, aber zumindest bis jetzt heute hier. Ich bin jetzt hier, darum geht es immer wieder in den Job. Genau. Letztlich. Und dann mache ich jetzt auch gut wie immer. Ja. Und das andere, die Gerüchte da. Bis ich jetzt auch mal da stehe, nichts dran fahre. betäuscht hast. Nein. Gut, das ist die Ausgangslage. Das sind eure Spielercharaktere. Jeder von euch hat natürlich so einen Charakterbogen, auf dem viele Werte angegeben sind. Cthulhu ist, und das finde ich sehr, sehr schön, ein regelarmes System. Das heißt, die Regeln sind überschaubar, zumindest die Kernregeln. Alles drumherum ist, so finde ich das, zumindest optional. Ich spiele immer gerne regelarm, deswegen kommt mir Cthulhu sehr entgegen und muss sich auch nicht so viel vorbereiten und lesen. Was zeigst du da? Wir haben hier meine Attribute. Aha, jetzt kommt die Regeldame. Und das Wichtigste ist, das hier sind die Stabilitätspunkte. Die stellen meine geistige Gesundheit dar. Und jedes Mal, wenn man etwas Schlimmes erlebt, muss man würfeln, wie sehr es einen kaputt macht. Und dann sinken die permanent. Also die körperlichen Schäden und Schrecken sind nicht mal das Wesentliche, sondern Cthulhu, und deswegen eignet es sich auch gut als One-Shot, endet oft, nicht immer, aber oft damit, dass die Spielercharaktere vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch einen kleinen Knacks davon tragen. Also ich bin aktuell dabei, dass ich in jeder Runde, die ich gespielt habe, bisher gestorben bin, am Ende. Okay, das ist eine gute Kote. Wo ist eine Sehe, die wir auch nicht abreißen lassen wollen? Wer weiß. Dann wissen wir, wie es als erstes erwischt. Nur ganz kurz, eure Charaktere definieren sich durch Attribute. Es gibt Stärke, also wie körperlich stark ein Charakter ist. Es gibt die Geschicklichkeit, also wie geschickt, agil er ist, wie seine Reflexe eben sind. Es gibt Mana, das ist zum Beispiel seine Willensstärke oder Willenskraft. Davon leiten sich auch noch Magiepunkte ab, die aber heute wahrscheinlich vielleicht keine Rolle spielen. Zauber kommen auch nicht immer bei Cthulhu-Abenteuern vor. Ist auch Quatsch. Genau, ist auch Quatsch. Gibt es ja gar nicht so was. Hier, Schnickschnack, Zauber, das ist alles. Sehr tue. Konstitution, wie widerstandsfähig ein Charakter ist gegenüber Giften, Krankheiten, wie robust er einfach ist. Erscheinung, das ist seine Ausstrahlungskraft, seine Überzeugungskraft, einfach sein Auftreten, Ah, erste Überraschung werden hier. Jetzt wird doch mal so hin und her geschaut, was haben die anderen so für Werte, wie sehen die aus? Der einzige, der schlechter aussieht als ich, ist der Kameramann. Ja, Scham ist so. Ja, deswegen hast du ja auch die Schaminkgelegen. Draufbudern, mehr draufbudern. Das hilft ja alles nicht. Du weißt, das ist nur der Ausgangswert. Richtig, genau. Der kann nur noch sinken. Es gibt den Wert Bildung, das ist sowas wie, im Gegensatz zu Intelligenz, so ein Faktenwissen. Also jemand, der eine hohe Bildung hat, muss nicht unbedingt auch einen hohen Intelligenzwert haben, aber er kann einfach auf Jeopardy oder sowas geguckt haben und weiß eigentlich unglaublich viel, er hat einfach Lexikas gefressen und kann so eben, ach ja, nee, 1738, klar, da war das und das und hier, nee, nee, die erste Mondfahrt hier. Also Bildung ist, wenn man irgendwie so ein Allgemeinwissen abfragen möchte, kann man darauf würfeln. Wir haben die Größe, Bildung ist es, wenn man nicht denkt, dass das für Bielefeld steht, ja? Ja, genau, richtig, das ist das. Die Größe, quasi so ein Indikator für die Masse eines Charakters, jemand mit einem hohen Wert kann zum Beispiel klein aber dick sein oder aber auch dünn, aber hochgewachsen. Da kann man auch zum Beispiel drauf würfeln, um zu sehen, ob einer irgendwie aus der Deckung rausragt oder sowas, weil er einfach besonders massig ist. Oder wenn man sich irgendwo durchzwängen will, dann ist es von Vorteil, wenn dieser Wert sehr, sehr niedrig ist. Oder ist es nicht alles. Also, dass man keinen großen Massewert einfach hat. Es gibt Intelligenz, wie gerissen, wie schlau Intelligent einfach ein Charakter ist. Und ja, die Stabilitätspunkte haben wir schon genannt. Es gibt auch einen Glückswert, da kann man auch das eine oder andere mal drauf würfeln, wenn es einfach darum geht, um festzustellen, ob jemand in der Situation irgendwie Glück hat. Zum Beispiel, wenn man ruft irgendwo an, sitzt da jemand an der Rezeption, ja oder nein, dann kann man zum Beispiel auf Glück würfeln lassen. Bei Glück muss ich jetzt, da ist ein Ding jetzt, ein Ding ist jetzt hier gekringelt, da muss ich jetzt noch fünf weitere machen, also sechs und Zusatzzahlen. Genau, richtig. Und die Trefferpunkte haben wir natürlich auch noch da, damit wird der körperliche Schaden festgehalten. Also wenn der eine dem anderen einen Schlag verpasst, kann das dazu führen, dass der andere dann Trefferpunkte verliert einfach durch diesen Heap. Das ist der körperliche Schaden. So, das sind Attribute und sich daraus ableitende Eigenschaften eines Charakters. Es gibt auch noch die Fertigkeiten, die sich vor allem natürlich dann je nach Hintergrund anders verhalten. Sachen wie Archäologie zum Beispiel, Einschüchtern, Erste Hilfe, Finanzkraft, Psychoanalyse, so Klassiker, die man einfach drauf haben sollte heutzutage. Der wichtigste Wert für Cthulhu, Bibliotheksnutzung. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn auch nicht. Ich komme aber nicht an der Bibliothek vorbei. Latein ist auch immer ganz gut, das in der Tasche zu haben für Cthulhu. Physik, Chemie, was auch immer, also alles, was so ein Charakter irgendwie definieren kann, steckt dann auch bei den Fertigkeiten mit drin. Alles wird durch, oder fast alles wird durch einen Prozentwert angegeben. Wenn da zum Beispiel steht, Computernutzung, dieses Internet benutzen, 55. Bin ich schon drin? Würfel doch mal, was hast du denn auf Computernutzung? Um das hier mal allen zu verdeutlichen. 55 habe ich. 55, das ist der Wert, den Carsten jetzt unterwürfeln muss mit einem W100. Sollen wir die Würfelkammer da finden? Ja, wir haben ja so eine Würfelkamera. Alles kaputt gemacht. Hey, Technik! Die Technik ist teuer. Das ist doch schon. 49. 49, was hast du? 55 habe ich als Wert. Damit hast du es geschafft. Bin drin. Du bist drin im Internet, hast auch was, was auch immer du machen wolltest, erfolgreich gemacht, irgendwas googeln. Ich bin jetzt bei Auele. Wenn eine Aufgabe schwierig ist, kann es dann auch noch einen anderen Wert gewürfelt werden. Ihr seht bei euren Fertigkeiten, dass da bei jeder Fertigkeit drei Werte stehen. Zum Beispiel hier, Biologie habe ich beim Paul stehen, 50. Das wäre quasi bei einer normalen Probe. Wenn es schwieriger wird, weil es schon ins Detail geht, dann würfelt man auf den halben Wert. Das ist dann in dem Fall 25. Das ist schon ganz schön knackig, 25 zu unterwürfen oder auf 25 zu kommen. Und wenn es wirklich extrem schwierig ist, dann ist es ein Fünftel des Wertes. Das wäre nur noch 10% Erfolgswahrscheinlichkeit. Also das ist irgendwie was, was unglaublich schwierig ist. Irgendwie den lateinischen Namen von einem jüngst entdeckten Amöbe irgendwo im Süden Südamerikas oder sowas. Genau. Ja, klar. Ich habe eine Abhandlung drüber gelesen. Also man würfelt dann eben mit dem W100. Aber dann ist die 49 nichts mehr wert. Dann ist die 49 gar nichts mehr wert, wenn es wirklich so extrem schwierig ist, da drauf zu kommen. Ich gebe euch dann immer vor, was ihr würfeln müsst. Und dann würfelt ihr drauf und sagt mir, ob ihr dann Erfolg hattet. Oder eben nicht. Gewürfelt wird vor allem mit W100, also 2 W10. Einer gibt die 10er Stelle und ein Würfel gibt die 1er Stelle entsprechend an. Und gekämpft werden kann auch noch ein bisschen, aber dazu kommen wir, wenn es überhaupt so weit kommen sollte. Darfst du mal im Wesentlichen wie sich gut spielen? Genau. Hör alle her dann. Genau. Gib mir. So, das sind eure Spielercharaktere. Die haben Werte, die haben Fähigkeiten, Eigenschaften, natürlich einen Hintergrund. Aber worum geht es dir? Ich habe ja schon grob gesagt, wo wir spielen, wo wir spielen im entlegenen Norden Englands, irgendwo weit draußen. Du hast jetzt das Regelwerk vorgestellt, lieber Peter. Ah, ist es jetzt soweit? Ist es jetzt soweit? Es ist Zeit für eine weitere Verlosung. Es ist Zeit für eine weitere Verlosung. Ding, 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 ding. Was verlosen wir denn, Julia? Lieber Peter, nein, du. Es ist schon soweit. Lass uns noch ein Grundregelwerk verlosen. Vielleicht das Grundregelwerk, was ich heute Abend hier verwende, das kann man vielleicht auch noch unterschreiben. Du hast dann direkt so abgekriegt. Kannst du noch ein paar Post-its da noch reinkleben, damit es so aussieht, als ob du es gelesen hättest? Ich habe es da drin gelesen heute. Ich kann es dazu sagen, hat er eben ein Auto gemacht. Auf dem Weg hierher. Wie war das nochmal mit dem Cthulhu? Genau, wie ist der da eigentlich? Ja, alles klar. Das werfe ich dann mit rein. Das unterschreiben wir noch. Ich kann natürlich auch noch meinen Würfel... Genau, mach doch die Würfel noch dazu. ...setzt auch noch dazu legen. Wollen wir später einfach noch so zufälligen Abenteuer von hinten anlegen? Oh ja, Abenteuerband, wenn man das noch nicht kennt. Für die Regeln brauchen wir hier noch ein Abenteuerband. Können wir auch gerne mit reinwerfen. Und dann lass uns noch einen glücklichen Gewinner das alles schenken und noch vier Leuten die Würfel, die wir hier selber benutzt haben, noch verlosen. Alles klar, machen wir. Wann machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt? Ja, ich hoffe, was muss ich wieder machen, um mehr... Also, ich würde sagen, weil das eben zumindest auf eurer Seite so gut geklappt hat, schreibt ihr wieder was in den Chat. Und diesmal versuchen wir vielleicht von unserer Seite auch die Auflösung komplett richtig gut hinzukriegen. Ansonsten machen wir sie einfach wirklich richtig gut. Genau, dann schreibt doch... Was sollen sie denn in den Chat schreiben? Cthulhu. Mal schauen, ob sie es richtig hinkriegen. Ja! Genau, zeigen wir mal, dass ihr Nerd seid. Nee, genau, wir machen es mal einfach mit Cthulhu. Einfach. Genau, dann schreibt doch in den Chat so, jetzt gleich irgendwie mal so... Einfach nur, was ist der Titel der ersten Kurzgeschichte, den Lovecraft in der Weird Trails veröffentlicht hat. Zack und los. Cthulhu in den Chat. Alle, die das in den Chat schreiben, in Lautschrift, sind mit dabei. rückwärts. Nein, also ganz normal, einfach nur Cthulhu reinschreiben. Ja, und ich gehe davon aus, die losen das aus, während wir jetzt hier gleich im Spiel haben. Wir haben ja ein gutes Team, das uns den Rücken frei hält, dass wir hier einfach den Spielabend hier genießen können. Die machen das schon. Lautschrift wäre geil. Das TH ist übrigens ein Dental Frickative laut, weil er hier zwischen den Zähnen gebildet wird. An den Zähnen und ein Frickativ, weil man ein Zischen draus macht. Sehr gut. Genau, haben wir wieder ein anderes Detail. Englisch 60 Punkt. Linguistik? Also auch schon, hattest du was von der Wissensshow auch heute Abend. Das musst du auch mal so festhalten. Da gibt es einfach auch Fakten am laufenden Band. Norden, 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 Nordenglands. Irgendwo weit, weit draußen. Es geht um den kleinen Ort Muscovy. Schon mal gehört? Den gibt es wirklich, oder? Also es gibt zumindest Orte, die so heißen. Also ich bilde mir das jetzt an, dass ich schon wieder... Erst der nächste Fakt. Erst eben am Ortsschild. Und zwar wurdet ihr vom Gemeinderat Muscovies als Reinigungsfirma angeheuert. Ihr sollt ein ganz bestimmtes Landhaus, die Nebengebäude und die angrenzenden Wälder säubern reinigen. Die Wälder dort aufräumen. Ihr werdet dafür sehr gut bezahlt. Wir sind dabei. Genau, das war schon unterschrieben. Also da sind wir auch schon... Du hast gar keine Wahn mehr. Wir setzen erst ein, nachdem ich schon unterschrieben habe. Die bezahlen wirklich sehr gut und die wollen das offenbar schnell erledigt wissen. Gut, sonst hätten sie ja nicht eins gefragt. Nein, du hast zugesagt, aber ihr kümmert euch darum gar kein Problem. Du willst mit deiner Frau Shirley dorthin fahren und dich der Sache dann natürlich auch persönlich annehmen. Erst recht, wenn das... Weißt du jetzt Shirley oder Shirley? Shirley. Shirley. Wir sind schon so lange zusammen und ich kriege das. Du weißt das doch überhaupt nicht. What Shirley do das stört euch nicht, dass ihr dabei von einem Filmteam begleitet werdet. Das ist eine Sache, die schon seit Längerem quasi eingetütelt würde und die euch jetzt hier direkt bei dem nächsten Auftrag, den ihr übernommen habt, begleiten wird. Ihr freut euch da schon drauf. Was kann man denn gewinnen? Einen Auftritt in unserer Show. Ich war jetzt wieder bei dem Gewinnspiel gerade. Ich habe doch gerade alles hochgehalten. Nein, Paul, wenn wir uns von der guten Seite präsentieren, dann kann uns das noch weitere Aufträge einbringen. Bekannt? Ja. Heiz, gerade. Hier in... Maskewe. In Maskewe. Kennt uns doch schon alle. Noch nicht. Aber es geht... Natürlich auch überregionale Auftragung. Ich wollte gerade sagen. Das heißt, die Aufträge könnten natürlich dann auch von größeren Ortschaften kommen, nicht nur von so einer Bruchprobe wie hier. Ist das national oder nur regional? Nein, das ist auch nationales Fernsehen. Das ist nicht qualitativ hochwertig. Siehst du, Paul? Genau. Ja, also... Schatz, wenn du das machen möchtest, dann bin ich dabei. Ich möchte das machen, ja. Ja, klar, dann stehe ich auch hinter dir. Halt die Kamera drauf. Halt die Kamera drauf. Ich bin da auf. Ich bin da auf. Was wissen wir denn über das Landhaus? Steht das länger leer? Ja, da ist so eine Sache passiert. Also einmal, ihr habt natürlich auch mal ihr wohnt ein paar Stunden Fahrt entfernt von Maskewe. Offenbar hat euer guter Ruf dazu beigetragen, dass man sich an euch gewendet hat, dass ihr diesen Auftrag bekommen habt. Ja, genau. Maskewe liegt in einem ruhigen Tal im Norden Englands. Schauliches Tal. Im Winter ist es oft eingeschneit und abgeschieden von der Außenwelt. Wir haben jetzt Spätsommer, falls die Frage gleich gestellt wird. Du hast sie schon auf dem Lippen, ich sehe es dir doch an. Maskewe hat so ein kleines Problem. Es ist sehr abgeschieden. Es liegt auch zu weit von der nächsten Bahnlinie entfernt, um für Pendler interessant zu sein. Und ihr habt wohl auch recherchiert oder gegoogelt oder mitbekommen oder gelesen, dass viele der alteingesessenen Familien in den letzten Jahren weggezogen sind auf der Suche nach einem bequemeren Leben und einem besseren Einkommen. Scheiß Kaffee. Genau. Wurde auch offenbar die Schule, ist schon seit längerer Zeit geschlossen, die Dorfschule, das kleine Krankenhaus. Die Mietlichen sind unschlagbar günstig. Das auf jeden Fall. Der Gemischungsanlagenabgol, dichtgemacht, das mit dem Postamt auch. Ja, also es liegt weit weg. Es ist nicht viel los. Man muss etwas tun. Und es wurde auch gehandelt. Der Gemeinderat hat sich dieser Sache angenommen. Also konnte es nicht weitergehen. Und seit zwei Jahren sind sie dabei, die Straßen zu sanieren, ein bisschen auszubauen, die Wanderwege auszubauen, neue Wanderwege anzulegen, die zu wunderschönen Naturdenkmälern in der ganzen Region führen, zu den Wäldern und Tälern und umliegenden Hügeln. Die haben also viel gemacht in den letzten Jahren. Ja, um ein bisschen diese ganze Region, das Potenzial dieser Region weiterzuentwickeln. Da gab es ein kleines Problem. Und zwar gab es mal wieder mal Beschwerden bei den Hausverwaltungsfirmen. Hausverwaltungsfirmen? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass viele der alteingesessenen Familien weggezogen sind. Die Häuser standen leer. Die wurden dann oft gekauft und werden jetzt in der Touristensaison oder wurden in der Touristensaison dann entsprechend vermietet. Das heißt, außerhalb der Saison stehen die noch oft leer und während der Saison wurden da Touristen dann eben einquartiert. Das heißt, so viele Familien leben dort gar nicht mehr. Und diese Häuser gehören natürlich irgendwelchen Hausverwaltungsfirmen. Und da gab es die ein oder andere Beschwerde. Nämlich, Muscovy hat einen Rattenfänger. Ja. Und der haust da wohl ganz schön. Und vor einigen Wochen gab es da einen kleinen Unfall. Der wurde nämlich von Radfahrern über den Haufen gefahren. Die haben wohl gesagt, dass der gerade aus der Hecke gesprungen kam mit so einem Sack voller toter Ratten. Kannst du das nochmal wiederholen? Der Rattenfänger wurde von Radfahrern. Radfahrern. Du hast das schon richtig verstanden, genau. Von Radfahrern, Markenbikern. Wie macht man das? Er kam einfach aus der Hecke gesprungen und genau in dem Moment sind die in den Reihen gefahren. Nie in Münster. Doch, doch. Ein halbes Jahr. Münster ist quasi wie Muscovy. Ich habe meine N überfahren. In Münster. Mit einem Rad. Das kommt mir plausibler vor. Ja. Das ist Witz, ja. Da ist es gerade. Doch, ich war schon mal in Münster. Und bist nicht vom Fahrradfahrer angefahren worden? Ich war der Fahrradfahrer. Münster, das ist eine neue Masse. Wir können auch nichts da spielen. Da ist gar kein Problem mit. Ja, und der liegt jetzt im Krankenhaus im nahen, größeren Ort Appleford. Er ist nicht verstorben. Nein! Gott sei Dank. Ich habe nur einen Haufen gefahren. Ja. Das ist auch ein älterer... Was ist das? Splatter? Batsch! Gleich der erste Todesfall. Nein, nein, überhaupt nicht. Alles noch. Und der Mann ist Anfang 70. Der hat sich natürlich dabei ein bisschen wehgetan. Der liegt noch im Krankenhaus. Und der Gemeinderat möchte die Gelegenheit nutzen, um sein Haus, den Garten und alles wieder ein bisschen auf... Die nahen Wälder, Bäume da, liegt auch wohl Unrats, Müll oder wie auch immer. Kleiner Messie, unser Rattenfänger, ja? Das ein bisschen aufräumen zu lassen, damit dann später Handwerker anruppen kann, die da einmal sanieren. Damit das auch wieder anständig aussieht und es da keine Beschwerden mehr gibt. Seitens der Ausverwaltungsfirmen und der Touristen. Und das ist eure Aufgabe. Ihr habt ein Schreiben bekommen. Ihr habt auch Schlüssel bekommen. Einen Schlüssel zum Landhaus. Eine Anfahrtsbeschreibung nach Maskeby beziehungsweise das Landhaus des alten Gertin. So heißt der Mann. Gertin. Gertin. Und ihr habt noch einen weiteren Schlüssel bekommen. Und zwar für ein zur Verfügung gestelltes Gästehaus. Weil vielleicht ist das nicht alles an einem Tag zu erledigen, die ganzen Arbeiten. Vielleicht braucht das ein bisschen Zeit. Ihr wollt ja auch einen guten Job da machen. Und dann könnt ihr da benachten. Das heißt, ihr habt euren Transporter, einen Firmenwagen gepackt mit allem Möglichen, was man dafür braucht. Müllsäcke, das ganze Standard-Equipment. Ein Kärcher. Ein Kärcher, Reinigungsmittel, Feuermittel, mit allem drum und dran. Ihr wisst ja gar nicht Schimmel, wie es da aussehen könnte. Ihr habt alles eingepackt. Und auf der zweiten Sitzbank hat dann das Filmteam Platz genommen. Euer Equipment habt ihr da auch untergebracht. Und im Grunde seid ihr schon auf dem Weg dorthin. Ja, also ihr habt schon eine Menge Dokumentation gedreht. Was sind denn so normalerweise die Themen? Also wir befassen uns natürlich mit vielen Themen, gerade auch Themen der aktuellen Interessenfokus und Themen, wo Frauen natürlich auch stark repräsentiert werden. Das ist natürlich mir auch ein sehr wichtiges Anliegen. Und da ist natürlich so eine Dokumentation, wie jetzt hier mit euch über auch einen putzenden Mann und eine Frau, die eben sich da nicht unterkriegen lässt. Eine wunderbare Gelegenheit für uns. Ich dreh alles. Und noch viel mehr. Thomas ist nicht so wählerisch. Ich dreh es gut. Naja. Aber alles. Solange man Freude an seiner Arbeit hat. Glauben ja auch viele nicht, dass wir Freude an unserer Arbeit haben. Das kann schon was Befriedigendes haben, wenn es hinterher ordentlich aussieht. Ja. Paul, du musst da vorne rechts der Beschreibung nach. Ja, endlich. Nach drei Stunden Fahrt verlasst ihr die Landstraße hier und biegt auf eine schmalere Straße ab, die sich zwischen den Hügeln hindurch schlängelt. Vielleicht haben wir doch ein zu günstiges Angebot abgegeben. Und keiner aus der Nähe ist. Also, vielleicht hätten wir noch höhere Preise verlangen sollen. Ach, der hat am Telefon irgendwas gesagt. Er hat auch gute Rezensionen da gelesen. Und wollte unbedingt euch dafür haben. Ich habe mich hier mit meinen Computerkenntnissen von 55 Prozent hingesetzt. Fünf. Und habe dann fünf mal fünf Sternchen vergeben. So sind wir ja auch auf euch gestoßen. Nicht, Tom? Du hast einen Rezensionauftrag gehabt. Ich wollte was drehen. Wollen wir was drehen. Für Zeit, dass es was dreht. Nur schon da können wir schon. Also, wie gesagt, die Wege schlängeln sich so durch die Hügel. Das ist sehr beschaulich hier, sehr abgeschieden, wie bereits erwähnt. Der Handyempfang wird auch immer schlechter. Das Netz ist gar nicht gut. Und es dauert auch noch ein bisschen. Ihr seid schon an mehreren Schildern vorbeigefahren, die allesamt nach Maskowied am Team führen. Die richtigen Wegweisen und euch zeigen, dass ihr immer noch auf dem richtigen Weg seid. Bis ihr dann schließlich oben am Pass angekommen auf ein beschauliches Tal hinabblickt, in dem der kleine Ort Maskowied liegt. Wenige Häuser, vielleicht so an die bis jetzt noch so viele sind. Wir befinden uns auch am Ende der Feriensaison. Es ist so Ende August, also Ende der Hauptsaison bald. Da entstehen auch schon viele Häuser leer. Es ist ein bisschen schwül. Es nieselt den ganzen Tag schon. Unangenehm, wie schwül ist drücken. Und der Handyempfang wird immer schlechter. Das ist doch malerisch, oder? Ja. Wir müssen wirklich mal geputzt werden. Also die Hauptstraße auch hier ist gut. Ich glaube, dass unser Auto innen drin spektakulär schmutzig ist. Jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke. Das ist mir ja sehr peinlich. Das hätten wir ja vorhin ein bisschen aufräumen können. Hast du das drauf? Ihr wolltet das auch authentisch haben. Ganz authentisch. Es gibt einen Unterschied zwischen authentisch und peinlich. Ja. Das machen wir alles in der Post. Das kann man heutzutage alles raus machen? Alles in der Post. Oh. Ja. Ich glaube, da vorne müsste es sein. Wie gesagt, vor euch erstreckt sich der malerische Ort. Ihr seht ihn da oben auch auf der Karte. Das Erste, was ihr seht, ist ein überdimensioniert wirkender Parkplatz zu eurer Linken, auf dem nur wenige Fahrzeuge stehen. Ihr seht aber eine große mehrfarbige Informationstafel direkt am Parkplatz am Ortsheimland. Gehen wir euch langsam in Ordnung. Wollen wir da zur Sicherheit halten? Oder finden wir es? Da können wir direkt erst mal so eine Aufnahme vom Dorf machen, von der Karte und die Situation kurz ein bisschen beschreiben. Das finde ich sehr gut. Tom, ist die Kamera bereit? Kamera ist alles bereit. Geschultert. Machen wir erst mal eine totale. Ja. Erst totale, dann ranzoomen. Bisschen close. Aber nicht zu sehr. Man soll trotzdem das Schild erkennen. Bisschen Hintergrund bitte. Könnt ihr dann vielleicht nochmal kurz nochmal raus aus dem Ort fahren und nochmal von hinten nochmal kommen? Ja, ja klar. Und dann halte ich drauf und dann fahrt er einfach weiter und dann kommen wir wieder zurück. Ich gehe mal kurz mit dem Vordel vorne über das Auto drüber, damit das ein bisschen glänzt. Ja, danke. Machen wir alles in der Post. Machen wir alles in der Post. Die Post hat hier zu. Also zurück und dann fangen wir hier oben und dann fahren wir hier drin vorbei. Das ist hier mein Flachmann. Ich nehme mir kurz mein Flachmann. Das ist auch ein Flamingo drauf. Das verfolgt mich jetzt schon. Flamingos sind die neuen Einhörner. Flachmann und Flamingo. Was haben die Flamingos mit den Einhörnern gemacht? Mit Fla an. Und jetzt macht ihr mal Gedanken. Fla ist voll toll. Okay, ihr fahrt nochmal zurück. Ihr fahrt nochmal zurück. Du hättest drauf. Da kommst du wieder Bilder rein. Ah, das war gut. Nochmal. Das Auto glänzt jetzt ja auch von vorder ganz hervorragend. Im Regen. Aufgefahren. So, da steht er noch an dem Parkplatz. Was steht denn so auf der Tafel da drauf? Muss das wirklich sein, dass wir mit dem Team reden? Da sind so ein paar Infotexte über Naturdenkmäler hier in der Region. Wenn du willst, Schatz. Man schwärmt von der schönen Landschaft hier, von den Wäldern, von den ganzen Wanderwegen. Es werden ein paar Radwege auch beschrieben. Sehr idyllisch, sehr, sehr schön. Auch ein Foto der alten angelsächsischen Kirche mit ein paar kleinen Infos. Und dass dort wohl viele aus Stein gemeißelte Mäuse zu sehen sind, die wohl von Robert Thompson stammen, dem sogenannten Mausmann. Und ihr seht auch ein leicht unscharfes Foto eines steinernen Gesichts aus Blättern über einem Torbogen, das wohl auch in der Kirche liegen muss. Müssen wir das ganze Dorfding auch drauf haben? Ja, ich fände es schön, wenn Shirley sich da einmal hinstellen könnte und das ein bisschen lesen könnte und sich informieren würde darüber. Laut lesen? Laut lesen wäre... Shirley, wie bist du denn im Lesen? Natürlich kann ich lesen. Soll ich laut vorlesen? Ja, gern. Warte, ich mach kurz den Ton. Was hast du zum Frühstück? Ich hatte zum Frühstück einen leichten Joghurt. Noch mehr? Links drehen, rechts drehen. Orangensaft. Ja. Wir werden noch kurz weiterreden. Ja, und Paul habe ich natürlich... Wir können. Okay, gut, gut. Ja. Und Action! Ah, Muskeby ist unter anderem berühmt für seine Kirche, in der auffällig gerade die Mäusefiguren sind, die dort aus Stein von Thompson geschaffen wurden, dem sogenannten Mäusemacher. Ebenfalls bezeichnend für die Region ist ein Abbild des grünen Mannes, das die Kirche verziert. Viele Touristen kommen hierher, um die saubere Luft zu genießen, aber auch die schönen Wanderwege und die unberührte Natur Nordenglands. Weiter? Dann lasst uns doch jetzt mal weiterfahren. Reicht mir als Antexter fürs Dorf. Ihr fahrt weiter durch diesen kleinen Ort hindurch. Die Straße wird dann auch gegen Ende, das habt ihr schon oben am Pass gesehen, dann auch immer schmaler, bis sie zu so einem besseren Feldweg eben wird, der wieder rausführt aus der Stadt. Habe ich eben auf der Karte im Pub gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen. Ah, excellent! Ja, also ihr seht Lucys Teelädchen, das quasi auch schon sehr, sehr einladend für tolle Sandwiches, Tee, Kaffee und andere Snacks wird. Machen wir nicht, hör mal mit. Ich fahrt weiter dran vorbei. Aber die Lucy will ich schon gerne mal kennen. Wollt ihr die anhalten oder nicht? Mensch Tom, nein, wir sind hier zum Arbeiten. Bisschen mehr Respekt den Frauen. Ich habe mir auch was eingepackt. Ein paar Stullen? Der Papst sieht übrigens geschlossen aus. Er sieht nicht nur geschlossen aus, er ist auch geschlossen, wie ein Schild, das draußen angebracht ist, unscheinbar verkündet. Offenbar laufen die Geschäfte hier nicht so gut. Das ist noch in der Saison und trotzdem schon zu. Eine sehr einladende Stadt auf jeden Fall. Aber die haben ja viel getan in den letzten Jahren, das wird ja, das wird alles aufgebaut im Moment. Ja, hat aber noch nicht so viel gebracht, wenn der Pap noch zu ist. Ja, ihr fahrt an der geschlossenen Schule vorbei, an dem geschlossenen Geschenkeladen, dem ehemaligen Postamt, bis ihr dann die Stadt auch schon wieder hinter euch gelassen habt. Wollt ihr zuerst zu eurer Ferienwohnung und ein paar Sachen reinräumen oder wollt ihr wirklich erst zum Landhaus und euch da mal einen Überblick verschaffen, wie die Lage da genau ist? Das Licht ist noch gut, ne? Licht, Licht ist sehr gut gerade. Ja, es ist jetzt Mittagszeit. Ja, dann braucht man. Ja. Würden die Männer ihre Gedanken mitteilen? Ich halte jetzt vor dem Landhaus. Brauchen wir noch Rottöne von den Leuten hier aus dem Bums? Naja, bisher haben wir ja niemanden gesehen. Wenn wir jemanden sehen, würde ich nochmal anhalten und kurz ein bisschen zu dem Haus oder sowas fragen. Alles klar, ich gucke mit drauf. Ihr fahrt jetzt wieder aus dem Ort raus und dann Richtung Landhaus. Zu eurer Richtung seht ihr etwa 800 Meter vom Ort entfernt die alte angelsächsische Dorfkirche, die ja auch dann schon bei dem Nach-Infoständer dann aus, damit die Information versehen war. Zu eurer Rechten, eine kleine Trampelfahrt führt von diesem Feldweg da über eine Schafweide zu dieser Kirche. Wir fahrt an der vorbei. Wir sollten denen wirklich ein Angebot machen, also die Kirchenfassade, die könnten wir auch mal abkirchern. Das sieht ja viel besser aus. Sie ist ziemlich vermost, das siehst du von hier. Die schmückt sich da an die Alben am Waldrand schon dran. Man kann kaum was von der Kirche erkennen, auch schon ein bisschen zugewuchert, aber so ein Büchler wie der Moos der letzten Jahrhunderte dran. Ich finde die auch famos. Das war der zweite schlechte Witz von dir, oder? Machen wir eine Kasse auf? Aber das war ein Ingame-Witz, okay. Ich war nicht der zweite. Was hast du denn? Machen wir eine Kasse auf? Ne, eine Nipze-Kasse ist ja egal. So eine Flachwitz-Kasse. Sag mal, ihr lasst doch die Kirche vorbeiziehen. Im Dorf. Im Dorf. Der war auch nicht voll. Ist ja schließlich am Waldrand anbekommen sein. Sorry. Ist am Waldrand anbekommen sein. Das wächst doch noch an. Und das Landhaus des alten Götin erreicht. Ein einsteckiges Gebäude mit einem Satteldach. Das Holztor ist schon in einem ziemlich guten Zustand. Die Hecke wurde auch vor ein paar Monaten zuletzt geschnitten. Das sieht gut aus. Ja, aber man weiß, was im Inneren schlummert. Das ist ja auch so. Zum Beispiel. Fast alles sieht gut aus. Aber im Inneren ist der Schimmel. Im Inneren ist Schimmel. So viel bisschen Schmuck. Wer weiß. Also von außen scheinlich und von innen. Oh mein Gott. Ganz kurz nochmal. Was jetzt? Magst du mal das Tor aufmachen, Schatz? Ja, ja. Was ist jetzt unsere Agenda? Also wir folgen den beiden. Wir sind mittendrin. Und nicht nur dabei. Wir wollen das Ganze so aufnehmen, wie... Wir wollen das Ganze so aufnehmen, dass der Zuschauer wie dabei ist. Dass er eben die dritte Person zwischen Shirley und Paul ist. Okay. Also wir folgen Ihnen wie ein Geist. Gibt es keinen Geist, gibt es gar nicht. Ja, aber halt ein Schatten. Okay. Geister gibt es nicht, ne? Genau. Ja. Ich habe die Frau rausgescheucht zum Tor aufmachen und fahre dann jetzt... Es ist nur so ein kleines Personentor. Achso, man muss doch irgendwie auf dem Hof fahren können. Nee, der Weg ist durch die Hecke umrennt. Man muss immer da seitlich am Straßenrand des Weges parken. Ja, okay. Dann hätte ich dich wahrscheinlich auch nicht aus dem Regen geheult. Sie steht da und schaut nach einem Tor. Den Transporter da hinstellt, seitlich dann eben. Ich wollte ja schon mal ein bisschen was mitnehmen. Wollt ihr auch lustige Papieranzüge kriegen? Ich steige schon mal aus. Und wenn ihr nochmal kurz zurückfahren könntet. Und dann filme ich, wie ihr ankommt. Und dann steigt ihr einfach aus, so wie ihr aussteigen würdet. Wie ihr immer einfach aussteigen würdet. Mhm. Okay. Dann macht ihr das in Zeitluge. Und mal ACDs hier drücken. Gut. Also, ein bisschen zurücksetzen. Ja. Ist frei. Ist frei. Boah, regnet ganz schön doll, ne? Ich lasse mir echt Zeit. Und dann fahre ich auch noch durch die Fünste, damit es ordentlich spritzt. Männer aus dem Bildstück. Ja, ich laufe ein Stück zu weiter. Ja. So. Wirklich sehr schön. Hast du das alles drauf, Tom? Alles drauf. Ich hab's drauf. Dann machen wir uns doch mal den ersten Eindruck. Ja. Wollt ihr auch Anzüge anziehen? Also so. Schutzanzüge. Ja. Mein Kostüm macht sich einfach, ich hab nämlich extra ein Smart Casual Outfit ausgewählt. Das macht mich besser unter dem Schutzanzug. Du hast da erstmal so ein Hals dabei. Professionell so einen Mundschutz, habt den erstmal quasi um den Hals. Man weiß ja nie, so Schimmelspuren oder so, die können ja eine echte Gefahr sein. Auch für die Lunge kann ja zu Langzeitschäden dann auch führen, dann hast du jahrelang was von. Die habt ihr so locker um den Hals baumeln. Wenn ihr euch dann eure Overalls reinzwängt, war es auch ganz schön zugelegt die letzte Zeit. Schmeckt gut. Das ist ja okay. Ich hatte den extra eigentlich in XL bestellt. Der ist zu klein gefertigt. Der ist sehr klein aus, ja. Der ist zu klein gefertigt. Also das sind ganz normale Größen. Wer in der Pustbranche tätig ist, hat in der Regel zu viel Bewegung, um diesen Hüftumfang zu erreichen. Deshalb werden sie da gar keine passenden kriegen. Aber guck, wie der Kameragurt sitzt. Wie eine Eins. Und den hast du schon seit dem Studium, ne? Das Beste an meiner Größe ist, wenn ich die Kamera auf der Schulter habe, dann bin ich genau bei meinem Gegenüber auf Augenhöhe. Größere Kameramänner sind total im Nachteil. Ja, deswegen haben wir dich mitgenommen. Weil er der Beste an dem Tag greifbare Kameramann war. Ja. In der Größe liegt. Ihr habt euch ausgerüstet, habt aber auch Overalls angezogen. Ihr habt schon mal in den Päschchen oder so. Oh, kinoweise Zeugs schleppen wir damit rein. Wir machen einen coolen Gürtel, wo verschiedene Sachen drinstecken wahrscheinlich auch. Vor allem habe ich natürlich irgendwie auch einen riesigen Müllbeutel, voller Müllbeutel dabei. Ja. Ja. Ich freue mich schon. Reinigungsmittel steigende Toxizität. Ja. Schön farbcodiert. Von hellblau bis tiefgelb, grüngelb. Das ist das Holztürchen, das in den kleinen Vorgarten eben führt. Wie gesagt, gestrichen oder zumindest in den letzten Jahren mal gestrichen worden. Sieht in gutem Zustand aus. Die Hecke auch geschnitten. Der Garten dahinter, der sich da euch offenbart, der ist ein bisschen überbuchert. Da könnte man wieder was machen, aber jetzt auch nicht zugemüllt oder so. Alles in Ordnung. Links und rechts der Haupttür, der Eingangstür, seht ihr Fenster. Man könnte rein spähen, sind so fliegen wieder davor. Ach, wer eine Schmutzel. Nicht so verblichene Gardinen, vergilbte. Aber ihr habt hier auch einen Haustürschlüssel. Genau. Ich halte einfach mal drauf. Halt nochmal hier links und rechts. Guckt nochmal da, irgendwie da hinten in diesen Haufen. mal rein filmen, einfach den Garten auch an sich aufnehmen würde. Wollt ihr dann erst rein, dann mache ich draußen ein paar Schnittbilder. Dann würde ich ganz kurz hier, dann könnt ihr euch orientieren. Und dann machen wir es mit dem Reingehen gleich nochmal. Nee, 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 das machen wir andersrum. Du gehst als erster rein, dann sind die Spinnen neben der Halle. Das ist Quatsch. Das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Boah, lass doch die Profis mal haben. Ja, meinetwegen. So. Okay, Tom, hast du es drauf? Jetzt Schnittbilder oder jetzt Räume? Dann lass uns mal zusehen, dass wir aus dem Regen rauskommen. Dann können die hier draußen rumkasten. Gehen nochmal jetzt rein und danach machen wir nochmal rein und ausgehen. Dann gehen die jetzt rein und ich mache erstmal draußen ein paar Schnittbilder und filme so ein bisschen rum. Ja. Ich filme richtig, also ich laufe um das ganze Gebäude und versuche mal durch das Fenster reinzufilmen. Da kann man ein bisschen was sehen. Einrichtungen, Tische, Stapel von Zeitungen, Magazinen. Ist aber scheiße, weil die Scheibe reflektiert. Ja, genau. Und die ist auch ein bisschen so angelaufen, Fliegengitter, also die sichtigt nach innen. Aber es gibt einen richtig geilen Effekt später. Den Effekt überlege ich mir auch vielleicht fürs Grading direkt nochmal zu benutzen später. Ist auch geil dann quasi vorher, nachher die Bilder. Also dieser erste Eindruck hier, boah, die Fenster so angelaufen, dreckig, ein bisschen. Nachher blitzt und blinkt alles. Kriegt doch ein bisschen Bock. Krieg ich jetzt ein bisschen Bock. Ja, klar. Ich sehe die Bilder. Die Bilder kommen zu mir. Jetzt muss das aber auch sauber werden, weil das ist gerade wirklich ein Film, der dann kommt. Und diese verschiedenen Stadien dann da ganz zugleichen. Du steckst dir in den Schlüssel. Den hat die Frau natürlich. Wenn du willst, kannst du. Schließ auf euch auf. Das findet uns eh keiner. Schatz, jetzt mach mal hin. Als Frau müssen wir auch mal vorangehen. Ich hab die Hände voll. Jetzt mach hin. Ist schwer. Ja, er hat ganz viel Equipment mitgenommen. Dann rein, halt ihm die Tür offen. Ihr steht vor einem Hausflur. Links und rechts direkt für euch zwei verschlossene oder angelegte Türen. Es riecht im Inneren ein bisschen abgestanden. Ich meine, hier war seit ein paar Wochen keiner mehr drin. Klar ist die Luft hier ein bisschen abgestanden. Ein bisschen muffig. Es riecht halt so wie bei der Oma oder so. Bei meiner Oma riecht es immer gut. Es riecht einfach so ein bisschen alt. Also jetzt nicht frisch gehen, wenn das ein Peter so machen. Es riecht einfach so ein bisschen alt. Nach altem Teppich. Genau. Tapeten, die echt mal hätten neu gemacht werden können. Können wir wieder runter, neue drauf machen. Raucher war bestimmt auch. Ein bisschen Staub, aber das geht ja noch. Keine Spinnen nehmen so. Ja, wer weiß was hinter den Türen. Das ist ja auch der erste Eindruck. Und dann, ich bin noch draußen jetzt. Ja, ja. So rein, schaut euch gerade mal so in den Flur. Der Flur mündet noch ein paar Metern und geht dann quasi T-förmig weiter nach links und rechts. Ja, ich tue erstmal den ganzen Krempel hier hin. Ja, das ist, denke ich, das Schlauste. Ich gucke mal, ob ich das Bad finde. Das dürfte wahrscheinlich der härteste Fall sein. Ich glaube, dann sollten wir mal anfangen. Ja, sonst wird es für uns selbst auch ein bisschen eklig. Ja. Gut. Wenn du noch ein bisschen Equipment einschaffst. Ja, ich gehe nochmal raus und hole den Rest und dann kannst du ja schon mal gucken, was du findest. Ja. Willst du nur ganz kurz in die Zimmer reinschauen? Ja, ich mache Türen auf, gucke kurz rein und suche das Bad. Das Bad findest du, es ist ein sehr, sehr kleines Bad, ist gekachelt. Die Kacheln sind ziemlich sauber, das Bad eigentlich insgesamt auch sehr, sehr sauber. Der Wasserhahn tropft ein bisschen und der ist auch schon verkalkt, aber jetzt nicht wahnsinnig. Seltsam. Also, ich komme dann auch wieder vorne in den Flur. Ich verstehe nicht ganz, warum wir hier angeheuert wurden. Das ist eigentlich ziemlich gut in Schuss, vor allen Dingen dafür, dass er 70 Jahre alt ist. Das ist ja gut, dass wir einen Quadratmeterpreis gemacht haben. Naja, ich denke, wir können dann auch viel so kleine Sachen machen, wie Schaunogel, die ganzen Gardinen einmal in die Wäsche geben. Ja, Armaturen entkalken. Haben wir das im Vertrag stehen? Den hast du gemacht. Ich habe da bestimmt nicht Gardinen reingeschrieben. Du musst keine Handwerkerarbeiten machen. Die wollen, dass ihr hier quasi sauber macht, damit später die Handwerker anrücken können, um hier mal neu zu streichen, zu passieren. Das heißt, besenreich, jetzt musst du hier nicht so ein Ausstand machen. Ja, genau, besenreich, das kann man sagen. Vielleicht mal die Spinnweben grob, aber jetzt nicht hier wirklich sanieren oder irgendwas. Wenn hier eh nochmal drüber streichen, müssen wir jetzt hier nicht irgendwie. Wenn hier schon die Kamera mit dabei ist, machen wir es gründlich. Ja, verdammt. Ein paar Flecken hier und da, ein bisschen Staub, hier in der Mann Spinnweben. Schauen wir mal. Wir können, wir können, wir können, weißt du, ich bin jetzt da rum mit meiner Tour gegangen. Wir lassen ihn einfach nochmal drehen, wenn wir hier beim Renovieren durch sind. Also ich habe krass, habe krass Schnittbilder gesammelt. Ein paar Weite, ein paar verschiedene Objektive ausprobiert. Habe mich ein bisschen, wirklich ein bisschen ausgetobt. Das ist gut. Was du jetzt noch willst, natürlich so ein paar Schockerbilder. Also wirklich dieses, wo man so richtig was vorher, nachher zeigen kann. Irgendwie, wo wirklich der Schmutz sich stapelt. Boah, Gestank am liebsten. So was, jemand macht eine Tür auf und sofort fährt er so nach hinten zurück und... Oh Gott. Ja. Das kommt bestimmt noch. Erstmal würde ich das Reingehen gerne nochmal machen. Ja, das ist so. Können alle vielleicht nochmal kurz nochmal rausgehen, auch die Sachen mitnehmen. Ach komm, ich bitte dich, Paul. Ich meine, das wird hier eine 1A-Dokumentation. Weißt du, wie schwer das Zeug ist? Ihr habt mich jetzt schon zweimal dabei gefilmt, wie ich das Zeug die Landschaft schleppe. Lass uns doch gemeinsam rausstellen und wieder gemeinsam reinstehen. Ich habe schon gesagt, geh jetzt erster rein und dann film mich gleich, aber ich mache doch jetzt nicht noch einen zweiten Take mit Gebuckel. Naja, es war ja wichtig, dass wir außenrum auch die ganze Landschaft mitnehmen. Als ob ihr euch weglaufen würde. Wie wäre es denn, wenn wir einen Kompromiss machen? Wir tragen einen Teil von der ganzen Sache einmal kurz raus, aber nicht alles. Mir reicht das, hauptsächlich nach Putzen aus. Sehr gut, dann machen wir das auch. Putzen machen wir jetzt auch gleich hier drin, dazu muss ja niemand was reintragen. Ja, der kommt ja gerade erst an. Das fehlt sonst in dieser Dokumentation und wir müssen dann irgendwie erklären, warum ihr plötzlich in dem Haus steht. Das kann natürlich auch nicht sein. Ich nehme mir jetzt was davon. Geh raus. Erklär ihn doch mal den roten Faden. Ich habe es gerade versucht. Ich glaube, die sind nicht ganz schön. Man schrifft ein bisschen mehr draußen. Ich halte dich da draußen im Regen mit zwei Eiermann voll Putzmittel. Jetzt nimm du hier da noch einen Eimer und ich nehme hier die zwei Sachen noch und dann lass uns schnell rausgehen. Das drehen damit deine arme Frau auch nicht die ganze Zeit im Regen stehen. Tom, bist du bereit? Ich halte drauf. Okay, und jetzt dürft ihr reinlaufen, bitte. Ich stehe die Sachen ab, schaue gezielt nicht in die Kamera. Ich drehe mich von hier vor. Sehr gut. Take. Sehr gut. Dann wollen wir noch so eine Aufnahme machen. Ich finde das ganz schön, wenn ihr mal dieses Haus hier beurteilen würdet. Also hier eine Aufnahme, wo ihr so sagt, das würde... Sehr schlimm. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Räume noch mit anschauen, so als ob ihr gerade zum ersten Mal reinkommt. Die Vorher-Einstellung. Wir machen Vorher-Nachher. Genau, jetzt ist Vorher. Ihr habt euch auch noch nicht viel angeschaut. Wir müssen einfach mal kurz rein. Dann hast du das Badezimmer dann als erstes geschnappt. War nicht viel. Wieder zurück in den Flur. Und jetzt folgt eigentlich erstmal so eine richtige Begehung quasi. Von Zimmer zu Zimmer gehen und mal zu schauen, wie der Ist-Zustand ist, was es gemacht werden muss und was der Soll-Zustand dann sein. Wer von euch redet jetzt gleich mehr? War das du gefrühstückt? Einmal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier Eier. Eier. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Was machst du für Eier? Was war das für Eier, Schatz? Ich habe dir Rühreier gemacht. Ich brauche ihn gerade nur clean auf dem Ton. Ich erzähle dir dann jetzt auch gar nicht, was für Eier ich jetzt. Siehst du. Okay, wir können. Wunderbar. Müsst du das jetzt jedes Mal machen? Nee, ist jetzt gepegelt. Du merkst, du bist Funke zwei. Sie ist Funke eins. Sehr gut. Dann lasst uns laufen. Dann fangt ihr quasi vor einem Eingang an. Schaut zu eurer Rechten hinter die Tür. Ein Salon, will man sagen. Sieht ziemlich ungenutzt aus, aber Staub wurde wohl hin und wieder gewischt. Das ist wieder von Zeit zu Zeit. Also es ist nicht schmutzig dort, wo man natürlich immer so ein kleines Staubgrümelchen irgendwo in der Ecke liegt. Ihr seht einen gekachelten Kamin gegenüber der Tür, durch die ihr gerade reingekommen seid. Darüber hängt ein schwerer Spiegel mit reich verziertem Rahmen. Auf dem Kamin sind steht eine kleine Fotografie. Zeigt ein Pärchen und einen Jungen vielleicht zum Alter von sieben oder acht Jahren. Und alle tragen Kleider im Stil der 50er Jahre. Oh. An der Wand gegenüber dem Fenster, durch das du eben auch reingefilmt hast kurz, fehlt ein Bücherregal. Außerdem seht ihr noch ein weißes Ledersofa mit Tigerfell-Imitat und zwei passende Sessel. Das ist ganz witzig. Die passen auch wirklich. Da sind auch dann so kleine Tigerfell-Imitate draufgelegt. Sieht sehr gemütlich aus. Davor steht ein niedriger Kaffeetisch aus Glas. Darauf liegt ein großes in Leder gebundenes Buch. Einmal ordentlich Staub wischen hier. Dann wird man wahrscheinlich mal gucken, ob das... Ziemlich gut dazustellen. Also alles alt im Inneren, das kann man festhalten. Also das ist hier jetzt noch kein Drama. Wir müssen über die Glasflächen nochmal anständig drüber und Fenster putzen. Der Spiegel ist eine besondere Sache. Da müssen wir schauen, woraus der Rahmen besteht. Da darf man halt, zum Beispiel wenn das vergoldet ist, tatsächlich darf man nicht mit Schafen mittendran. Das hauchdünn ist, hauchdünn. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr in den Raum kommt, nochmal so richtig zu husten, als wäre es hier sehr staubig? Das sieht doch jeder, als ob es hier nicht sehr staubig ist. Das mache ich in der Post. Das musst du da machen, Schatz. Das ist mit Schauspielern. Meinst du, du kriegst das wirklich dann auch in der Raum so hin? Kein Problem. Kein Problem. Staub ist mein After Effects. Easy. Dann kommen wir nochmal rein. Gute Güte. Ja, genau. Ich setze auch meinen... Ich habe den Schutz nicht zu sehen an Staub. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass er so wenig Bock hat und hat vor allen Dingen jetzt auf Shirley drauf gehalten und das war sehr gut mit dem Wedeln. Er sucht ja auch immer ein Zähnensetzer. Es gibt eigentlich ein ganz gutes Bild ab, Shirley. Die gibt Gas, die will. Ich spüle das. Das ist halt nicht mehr ganz die Figur, die sie vor 20 Jahren hatte. Also nicht so, sondern ich wüsste da im Sinne von... Du wüsst ja einen guten Job machen, sie will einen guten Job machen. Sollen wir mal über deine Figur reden? Eine Ebene. Können wir. Die war schon vor 20 Jahren nicht so toll. Uh. Uh. Ja, ihr hattet drauf, genau. Also, wie gesagt, Spiegel ist eine besondere Sache. Ja, ja. Da muss man wirklich aufpassen, ob die Materialien immer das richtige Reihigungsmittel auswählen. Weil man will ja nichts beschädigen am Ende. Ich meine, ihr seid zwar gut versichert, aber es geht ja auch um euren guten Ruf. Es geht ja um die Google-Rezension hier. Das sind ja fünf Sterne schön. Ich weiß nicht, wo das mit den Sternen herkommt, aber die sind wichtig. Die sind sehr, sehr wichtig. Ja, heutzutage ist das wirklich das A und O, sag ich mal. Die Bücherregale sind ziemlich unpopulär in der Branche. Wenn da der Staub erstmal drin sitzt, den ordentlich wegzukriegen, ist entweder unmöglich oder dauert unglaublich viel Zeit. Das ist pure Handarbeit. Das macht keinen Spaß. Aber ansonsten geht das schnell hier. Hier die Ledersofas, da einfach mal mit einem Pflegemittel drüber gehen und der Glastisch. Ich hebe das ledereingebundene Buch hoch und schaue mal, ob da irgendwie Schlieren oder sonst irgendwas drauf sind. Das ist ein bisschen Staub. Also, siehst du, so eine leichte Umrandung, da wo du das Buch weggenommen hast. Ein bisschen Staub, der sich da außenrum abgesetzt hat. Da gehe ich nochmal richtig nah dran. Was ist das für ein Buch überhaupt? Kannst du auch nicht wieder stehen. Es ist ein altes ledergebundenes Buch oder ein Superabenteuer. Nein, nein, nein. Es ist nur eine alte Familienbibel. Also eine Bibel A und B quasi ein Buch, in dem man den Stammbaum der Familie eintragen kann. Das ist so eine klassische Familienbibel. Wie geht ihr als Putz-Team denn jetzt mit so einem älteren Stück der Familie noch um? Als du das aufmachst, fällt dir eine Haarlocke raus. Oh, ganz schnell. Sorgfältig gehen wir damit um. Können wir das mit der Locke nochmal nah machen? Nee, also können wir das vielleicht nicht machen, dass die runterfällt oder so. Wir können das Buch aufschlagen und dann liegt sie drin. Aber das ist doch viel schöner fürs Bild. Also das ist eine trockene Oberflächenreinigung und ganz vorsichtig sein. Solche Spezialmaterialien, dafür gibt es Experten. Das geht auch schon in den Bereich der Restauration vielleicht sogar irgendwann über. Da darf man nur nichts kaputt machen. Ja. Eingelegt sind noch einige andere Haarlocken sowie gepresste Blumen, die alle schon ziemlich verblasst sind und brüchig sind. Neben dem Stammbaum findest du dort auch Bleistiftportraits, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichen. und alles am Vorfahren offenbar der Familie Götin darstellen. Schatz, dafür haben wir jetzt eigentlich keine Zeit. Götin ist ja auch derjenige, der hier gelebt hat. Also ist das offenbar die Familienbibel seiner Familie. Und normalerweise, wir schauen normalerweise in sowas auch nicht rein. Das ist jetzt eine besondere Situation. Man bekommt aber mit der Zeit einen Blick dafür, was wertvolle Gegenstände sind und was nicht. Und wir haben ein System, wo wir diese Sachen an einem bestimmten Ort rollen, wenn wir putzen. Und dann hinterher tun wir sie wieder dahin zurück, wo sie hin gehen. Und wie würden Sie jetzt das Buch hier einstufen? Eher als wertvoll oder eher uninteressant? Es ist auf jeden Fall sentimental wertvoll. Also das ist ziemlich eindeutig als Familienerbstück. Und naja, ich bin jetzt kein Antiquar, aber ich würde sagen, es könnte auch so wertvoll sein. Und das gehört natürlich absolut dazu, dass man mit solchen Sachen sehr pfleglich umgeht. Ja, genau. Es gibt ja auch Kollegen, ich will keine Namen nennen, aber es gibt ja auch Kollegen, bei denen verschwinden schon mal Sachen. Ach ja. Ja. Das interessiert uns doch jetzt sehr. Ist das in der Branche dann auch häufiger der Fall? Oder würdet ihr sagen, ihr seid Ausnahme, dass ihr da nichts verschwinden lasst? Also es gibt unterschiedliche Bereiche der Branche. Es gibt zum Beispiel Leute, die machen so Wohnungsauflösungen, wenn alte Leute verstorben sind und so etwas. Und häufig wissen dann die Nachkommen gar nicht, was alles in der Wohnung drin ist. Und da, da gibt es schon schwarze Schafe, ja. Das ist aber auch überhaupt nicht unser Spezialgebiet. Also so im High-End-Reinigungsbereich, da kann man den Leuten vertrauen. Und ihr würdet euch dann auch als High-End-Reinigungsbereich dazu zählen? Ja, ich möchte dazu nur sagen, ich stelle nur Leute aus der unmittelbaren Umgebung ein. Leute, die hier ihre Wurzeln haben, die dann nicht hinterher verschwinden können. Und es gibt da eine Menge Konkurrenz, die nimmt irgendwelche Wanderarbeiter und die verschwinden dann auch wieder und denen würde ich nicht trauen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie xenophobisch sind. Können wir noch ein bisschen Action-Film noch? Ja, klar. Das ist ja wirklich unspektakulär. Ich habe keine Ahnung, warum die uns dafür beauftragt haben. Das könnte ja... Es ist kein Härtefall in deiner Form, nein. Draußen hat sich mittlerweile ein bisschen eingeregnet. Ihr seid froh, dass ihr im Innern seid. Es ist auch trocken, es regnet nirgends durch. Also das Haus ist zwar alt, aber in einem guten Zustand. Ihr nehmt die andere Tür, die neben dem Eingangsbereich liegt. Und dahinter seht ihr, ja, ein Speisezimmer, das auch im Gegensatz zum Salon genutzt wurde offenbar. Ich meine, so ein Salon, das kennt man von früher auch vielleicht bei einigen auch Sonntagszimmer genannt, das wirklich nur selten benutzt wurde zu festlichen Anlässen oder dann eben am Sonntag oder Vater dann ein Buch gelesen hat oder irgendwie aus der Bibel vorgelesen hat. Dass es quasi eher Show und Dekoration ist oder dann für Gäste. Genau. Ihr wart jetzt gerade in der Nummer 3. Also das rechts. Und ihr schaut euch jetzt die Nummer 4 an. Das ist nämlich das Speisezimmer. In der Mitte steht ein stabiler altmodischer Tisch, auf dem sich Sammelalben, Stapeln von Zeitungen und Magazinen befinden. Ihr seht auch eine Schere, ein Töpfchen mit einem eingetrockneten Klebstoff, mehrere Pinsel. Dazu noch einige Sammelalben, kennt man so, was doch immer jetzt drin ist. Ihr seht einen Kamin, ähnlich wie im Salon, auch der Tür gegenüberliegenden Seite. Darüber hängt ein Gemälde, das das Gesicht eines Mannes zeigt. Das Gesicht besteht aber vollständig aus Blättern. Wurzeln ragen aus seinem Mund hervor und kreuzeln sich auch auf dem Kopf. So eine ähnliche Abbildung habt ihr schon mal gesehen, auf der Informationstafel, am Ortseingang, auf einem Foto, das irgendwie ein Torbogen in der Kirche zeigt. Und das Gesicht dieses Blättermannes ist zu einem höhnischen Grinsen verzerrt. Interessante Dekoration. Ja, ich schaue mir das mal näher an, was das ist, womit man das sauber machen kann. Das sind Ölgemälde, also Finger von lassen. Ja, abstauben höchstens, nicht vorsichtig, ja. Vorsichtig mit dem... Oh, mal drüber malen, lieber das bei der Jesus-Fasch. Einmal den Mr. Bean machen. Also da lieber die Finger von lassen, ganz sorgfältig vielleicht entstauben und dann... Also höchstens ein bisschen Druckluft vielleicht. Du guckst dir das gegen ihn an, versuchst du die beste Perspektive zu finden und irgendwie dieses höhnische Grinsen, das... Merkt dir so einen kalten Schauer über den Haken. Was hat denn der Typ gesammelt in seinen Sammlealben? Bist du da mal reinschauen... Also auch hier, der Boden hier und da mal so ein kleines Staubkörnchen, vielleicht auch mal eine Ecke so ein Spinnweben, aber jetzt hier kein Härtefall. Also alles ist alt, die Tapeten auch, aber kein Dreck, kein Schmutz, hier stapelt sich nicht die Wäsche oder irgendwie die schmutzige, überhaupt nicht. Und dann seht ihr noch ein Schränkchen an der Wand gegenüber dem Fenster, da wo in dem Salon das Bücherregal steht. Du nimmst so ein Sammelalbum zur Hand, die liegen ja da auf diesem Tisch, der über und über mit Magazinen und Zeitungen bedeckt ist. Offenbar hat er da aus den Magazinen und Zeitungen Dinge ausgeschnitten, da steht ja noch eine Schere, da liegt ja noch eine Schere, ein bisschen Kleber. Du nimmst so ein Sammelalbum, bildest du das durch und siehst da eine enorme Ansammlung von älteren Artikeln und Bildern, Sagen und Märchen, erfundene Geschichten, wissenschaftliche Aufsätze, Anzeigen für Gifte und Fallen, Baupläne für Fallen und alles hat irgendwie Bezug zu Ratten und Mäusen. Aber gut, wenn er hier ja auch irgendwo der Rattenfänger war, dann macht das ja auch Sinn. Die ältesten Artikel sind mit Anmerkungen in Kinderhandschrift versehen. Also irgendwo muss hier ja auch noch das Drama sein, sonst hätten die uns hier nicht den Auftrag dafür gegeben. Lass uns mal weitergehen. Es gibt auch ganz wenige Darstellungen von grünen Männern, ausgeschnitten und eingekommen. Ja, das schränkt ihn. Was macht einen grünen Mann zu einem grünen Mann? Dass er aus Blättern ist. Dass er aus Blättern besteht. Willst du mal googeln? Nee. Du kannst deinem Handy, also wie gesagt, euer Empfang ist schlecht, ziemlich schlecht. Der klägliche Balken verschwindet immer wieder, Seiten laden unglaublich lange. Willst du mal googeln? Also ich kann dir sagen, was ist. Nein, wirf erst mal auf Glück, ob du Empfang hast. Nein, überhaupt nicht. Das tut sich gar nicht. Außerdem habe ich eh nur ein ganz altes Handy. Nein, überhaupt nichts hier. Aber vielleicht kennt man sich als Brite ja ein bisschen damit aus, was das für eine Darstellung ist. Vor allem im sakralen Bereich, im Mittelalter, was auch immer das darstellen soll, das wisst ihr jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie mal heidnische Götter waren, die quasi dann ins Christliche übertragen wurden oder einfach nur wie Wasserspeier nur Zierelemente eben sind. Aber es sind Darstellungen, die vor allem auch Großbritannien, aber auch im mitteleuropäischen Raum vorkommen können und Verzierungen darstellen. Es kann sein, dass quasi nur das Gesicht aus Blättern besteht. Es kann sein, dass der ganze Körper dann auch noch von Wurzeln durchzogen ist oder das Wurzeln aus dem Mund tragen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Also nichts, was man überall findet, aber jetzt auch nichts, was man selten findet. Shelley, Schatz, wir trüddeln rum. Das Schränkchen hier. Das Schränkchen, ja. Das Schränkchen an der Wand gegenüber auf dem Fenster beherbergt viele Fotoalben, fast ausschließlich Fotoalben. Einige dieser Fotos stammen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Fotos aber aus den, einige Fotos auch aus den 60er und 70er Jahren, die sind alle in diesem Tal aufgenommen worden und zeigen da. Menschen oder auch nur Naturdenkmäler, Felsen, Quellen, alles Mögliche. Man findet aber keine Fotos der letzten 20 Jahre. Scheiße, war das noch schön hier. Vor 20 Jahren hat er wohl eine Digitalkamera gekauft, würde ich mal sagen. Eigentlich hat sich in den letzten Jahren hier gar nichts verändert, in diesem Tal, aber ich wollte es nur angemerkt haben. Weiter geht's. Was zeigt uns der nächste Raum? Irgendwo muss hier ja der Schmutz sein. Ich mache ein paar Lässige over the shoulders. Wenn das so bleiben muss, musst du aber wirklich noch ordentlich in die Post. Ja, ihr geht wieder raus, folgt dem schmalen Flur, geht jetzt einfach mal nach rechts und nehmt dort die rechte Tür. Ah, genau. Und geht in die 10. Ein Schlafzimmer mit einem sehr, sehr schweren, massiven, alten Bett. Das ganze Schlafzimmer sieht so aus, als wäre es schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt worden. Also auch hin und wieder wurde Staub gewischt. Man sieht jetzt zwar mehr Spinnenleben als in anderen Räumen, aber auch nicht dramatisch viele. Guckst mal so kurz in die Kleiderschränke, weil oft ist, wie gesagt, der Teufel im Detail. Wer weiß, was da in den Schränken, Schimmel, Kot, tote Tiere, Marder. Oh, da haben wir schon Sachen gehabt, ja. Brutstätten des Bösen. Aber es stinkt nicht ausreichend dafür. Nee, es stinkt nicht ausreichend. So eine Marder-Mumie ist nicht schön. In den Kleiderschränken findet ihr Kleider für einen Mann und eine Frau sehr, sehr altmodisch. Ein Schminktisch steht auch noch in dem Raum, mit einem altertümlichen Spiegel. Kamm und Bürste sind aus Silber gefertigt. Ihr findet auch sehr alte und nicht mehr brauchbare Schminkutensilien, wie brüchige Lippenstifte und eingetrocknete Cremes und dergleichen, Pinsel. Und auf dem Nachttisch seht ihr ein weiteres Familienfoto, das auch wieder ein Ehepaar zeigt und einen kleinen Jungen, vielleicht im Alter von neun oder zehn. Sollen wir die gleichen? Ja, ein bisschen älter. Wie bei dem ersten Vorbild. Ja, okay. Das ist so, so traurig. Schau dir das an. Er hat das alles behalten von ihr. Und ich glaube, er hat das Ehepit nicht mehr benutzt seitdem. Und das auch? Ja, langsam wird es hier dramatisch. Ich würde sagen, ein paar Aufnahmen der ausgetrockneten Schminke. Die Kleiderschränke, die Kleiderschränke, den Staub auf jeden Fall. Und den Raum als unberührtes Merkmal des inneren Ausdrucks der Verzweiflung des Mannes. Würfel mal auf Mana, bitte. Das hat sich schön gesagt. Ja, ich fand es auch geradezu ein bisschen poetisch. Das war wirklich sehr gut. Geschafft. Ich habe 50 Gewürfel. Okay, ja, das klar. Und ich habe 60. In Ordnung. So ein bisschen, also, du hast ja auch so Bilder im Kopf, dass das Ganze hier so alle ablaufen könnte. Und du siehst das hier auch als Chance. Du hast gerade was poetisches gesagt, versprühst auch eine Ruhe nach außen hin, innen so ein bisschen so, das muss aber mal langsam irgendwie, das kommt, wir brauchen ja Material, wir brauchen ja richtig Drama. Ja, jetzt ist das los. Dass dieser Beitrag, diese Doku hier, muss dich nach vorne bringen, muss dich ganz an die Spitze katapultieren. Bäm! Aber du bleibst cool und gelassen, du bleibst cool und gelassen. Das ist nur mein innerer Kampf. Genau. Gut, dann schauen wir gegenüber. Schauen wir gegenüber, denn, ähm, noch ein Schlafzimmer. Ja, offenbar das ehemalige. Warte, gegenüber ist, äh, den Gang, die Tür gegenüber quasi. Ja, genau. Kann man nochmal hier den Grundriss, da, die neun, die neun. Ah, ja gut, ne, das hätte ich nämlich nicht. Den Gang in die andere Richtung. Ja, genau. Ja, genau. Da schläft auch jemand drin. Da schläft auch jemand drin, richtig. Offenbar das alte Kinderzimmer. Natürlich wurde das Bett durch ein anderes ersetzt, auch hier ein sehr, sehr altes, massives Bett. Im Gegensatz zu dem anderen Schlafzimmer wurde dieses auch wirklich genutzt. Ähm, im Kleiderschrank und in den Schubladen stecken abgetragene und vielfach gepflegte Kleidung. Ähm, über das Bett ist eine, ja, schmuddelige, grüne, bestickte Decke gelegt. Ihr seht Stapel mit alten Taschenbüchern. Vor allem ausgemusterte Titel, das seht ihr dann auch an den Stempeln im Inneren, der Bibliothek in Appelfort, zumeist Liebesromane und Western. Interessante Kombination. In großen Buchstaben. Genau. Ihr könnt auch mal so insgesamt mal Verborgenes erkennen würfeln, was hier vielleicht noch hinter der Fassade schlummert, was man nicht augenscheinlich wahrnehmen kann. Wenn du gedacht hast, der hat einfach nur seine Frau nicht vergessen können. Ich glaube, der hat seine Eltern nicht vergessen können. Ich denke auch, das sieht mehr aus wie ein kleines Kind. Der lebt in der Vergangenheit. Ich habe eine 25. Ich meine, eine 25 würde ich auch geschafft haben. Ich glaube, wir haben es alle geschafft. Alle geschafft. Und du hast sogar die Hälfte, ne? Ich habe sogar unter der Hälfte, ja. Also hier hat jemand zuletzt auch drin gewohnt und gelebt und es sieht alles ein bisschen schmuddelig aus und die Decke kann man wegwerfen und verbrennen, aber noch kein Drama. Noch kein Drama. Die Schränke durchsucht, die Kleider, Alten zerrissen, da könnte man auch mal neue Kleider sich zulegen oder vielleicht kann man ihm da ein bisschen helfen, dem alten Mann, so, man könnte ja alles in den Bericht schreiben. Aber nichts, was jetzt irgendwie weggeworfen werden muss. Was euch noch auffällt, ist vor dem Schlafzimmer oben im Gang, in der Decke, eine Dachluke. Aber jetzt zu hoch, um da einfach so dran zu kommen. Irgendwo muss es dafür einen Haken geben. Ja. Irgendwo hier im Haus. Achten wir jetzt drauf, ne? Ja. Wie wäre es denn mit einer Aufnahme, wo Paul Shirley hochgebt und das Ganze zu öffnen? Ja. Kann ich machen. Ich sage jetzt nichts über mein Gewicht. Ich wollte was über meinen Rücken sagen. Mensch, schau. Entweder mach ich jetzt mal eine Rollbarleiter oder ihr guckt schon mal, ob irgendwie jetzt hier, ich meine von mir aus, vielleicht hast du aber auch so einen Tritt oder sowas in deinem Transporter. Ich habe natürlich eine Klappleiter dabei. Ich komme ja nach vorne, hier oben an die Ecke. Oh, Vorsicht. Oh mein Gott. Das ist Drama. Ja, du hast so eine kleine Leiter, dann gehst du noch einmal nach draußen schnell durch den Regen, holst die Leiter wieder rein ins Innere, stellst sie auf und kletterst hoch und ziehst die Dachluke. Nee, nee, ich halte das jetzt natürlich nur schön fest, damit du deinen Auftritt haben kannst. Danke. Alles klar. Ich halte auf. Vieles kaltere Finger. Von unten an die Ecke. Ich wollte gerade sagen, dann ist auf unten an die Ecke. Ja, aber zumindest nicht von Schreck. Richtig so unter die Nasenlöcher filmen. Ja, du hast kalte Finger. Sie hat noch kältere Finger. Was ist denn jetzt mit den Fingern? Ich habe ihn gerade leicht angefasst und er hat gezogen und hat gequiecht. Sie hat kalte Finger und sie hat auch kalte Finger und bei Dirk wissen wir es nicht. Ich arbeite nicht am wachen Finger. Alles ist hier so kühl geworden. Das Ding ist, es hat noch keiner geputzt. Es ist noch nichts von dir gesagt worden. Und ich filme und filme. Du hast schon Tonnen ohne das Material. Ich habe ohne Scheiß. Aber das kippt sich alles zu einem Bild zusammen. Gerade das mit dem Elternschlafzimmer, was nicht benutzt war. Und dieses Kinderzimmer und hier wurde ein 70-jähriger Mann drin. Ich denke, daraus können wir uns eine Geschichte zusammenbauen. Die Verzweiflung des inneren Mannes. Also ich mache jetzt die Luke auf. Ja, bist du bereit Tom? Ich bin laufe. Ja, ich bin die ganze Zeit bereit. Du ziehst die vorsichtig herunter. Während du sie öffnest, weht dir ein wenig Staub entgegen. Und sie wieder so langsam runterrieselt. Weiter husten. Danke. Das Meerstaub rieselt hinunter. Legt sich so über den Boden. Durchdrängt die Luft. Oh ja. Okay, du ziehst sie runter, die Dachluke. Ja. Also da oben war ja auf jeden Fall lange nicht mehr. Ja gut, also mit 70 weiß ich auch nicht, ob ich hier noch hochglittert würde. Das empfiehlt sich jedenfalls nicht. Wer möchte denn zuerst hochgehen? Ja. Mit der Kamera voraus oder die Kamera hinterher? Och, ich kann auch hinten drauf filmen. Ich hätte jetzt gerade von hier, ich habe das gut eigentlich drauf. Wenn wir es aber danach nochmal machen könnten. Nee. Jetzt hör mal auf mit dem Unsinn. Ihr geht auch mal raus und ich komme hinten von oben. Er weißt, was er tut? Ich würde auch die Profis erstmal vorgehen lassen. Man kann ja nicht wissen, was da oben ist. Das ist okay. Und da möchte ich natürlich auch keine Dreckspuren verschieren. Paul, reichst du mir die Taschenlampe? Aber ja. Denk an deine Atemaske, Schatz. Oh, danke, Schatz. Mach die Maske auf. Nein? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Absolut. Man weiß nie, was da oben ist. Man weiß nie, was da oben ist. Du bist voran. Alles klar. Ja, der Staub hat sich so ein bisschen gelegt. Es ist sehr dunkel da oben. Du hast eine Taschenlampe dabei, was wir immer sofort einstecken haben. Klar, um Ecken auszuleuchten oder um Schränke reinzuleuchten. Du hast eine leistungsstarke Taschenlampe. Du kletterst die Stufen hoch, streckst du den Kopf rein und leuchtest. Einmal der Dachboden geht über die gesamte Länge des Hauses hinweg. In der Mitte kann man auch aufrecht stehen, ansonsten durch die Dachschräge wird das schwierig. Ihr seht, dass da oben ein Heißwassertank steht. Nimmt ein Großteil des Dachboden, des hinteren Bereichs quasi ein. Und diverse Teekisten, Koffer, Stapel von alten Zeitungen. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Als nächstes geht dann wahrscheinlich Paul hoch und dann direkt ich hinterher. Ja, ist eigentlich ganz normal hier. Lagerdachboden. Ja. Ja und scheiße ausgeleuchtet. Ja. Das schlicht ist eine Katastrophe. Hier oben kriege ich fast nichts drauf. Habt ihr noch mehr Taschenlampe einstecken? Hier ist so ein kleines Dachfenster, das einfach so angelaufen ist. Habt ihr keine Lampen dabei? Ich habe meine Headlight im Auto. Und das Schiff. Und das Schiff. Vielleicht könntest du noch kurz nochmal... Also ich lauf jetzt nicht ans Auto, wobei du deinen Schiff nicht richtig machst. Zusätzlich auch noch Stirnlampen, die ihr anziehen können. Weil die sind für den Job, um die Hände frei zu haben, natürlich sehr, sehr nett. Ich nehme mein Smartphone raus und mache mit meiner Handylampe richtig. Das würde auch nichts. Gehst du ganz hoch? Also machst du frei, dass die anderen hinterher kommen können? Ja, ja. Ich ziehe die Blende weit auf. Jetzt geht es zu gerade. Ist ein bisschen grisselig. Ist okay, aber... Ja, genau. Machst du dann in der Post, Tom, oder? Meine Post. Alles in der Post. Das ist ganz einfach eigentlich. Heute ist einiges möglich, ja. Kameramann, das machst du alles später und dann... Ja, ihr geht nacheinander hoch. Du folgst dann. Oder du zuerst und dann... Ne, wahrscheinlich erst der Kameramann und dann kommst du... Ne, das ist ja wichtig, dass Tom da oben. Ja, ja. Ihr kauert euch da unter dem Dach zusammen. Wie gesagt, man kann nur in der Mitte aufrecht stehen eben. Es ist dunkel. Das kleine Dachfenster ist so angelaufen, dass da kaum noch Licht hindurch kommt. Ähm, läuft so ein bisschen... Ja, hinten dieser Tank eben. Stapel von alten Magazinen. Die Teekisten, in denen sich irgendwelche Dinge befinden, die da aufbewahrt werden. Läuft jetzt mal so drüber. Siehst alte Spielsachen, Teddybären, Holzklötze, Eisenbahnen. Auch Bücher, auch wieder so Trivial-Literatur, Western, Liebesromane, Landschafts-Romane. Ja, alles, was du nicht lesen möchtest, was total uninteressant ist. Landschafts-Romane? Ja, genau. Verschlossene Koffer. Also ihr als Putzteam, wie würdet ihr denn jetzt vorgehen? Wir haben hier verschlossene Koffer liegen. Natürlich ist da ja dann auch wahrscheinlich interessant zu wissen, was da drin ist. Ja, aber es geht ja jetzt nicht um unsere persönliche Neugierde. Also was wir erstmal machen, ist schauen, ob hier irgendwo Tierkot liegt oder so etwas. Das ist so das üblich Verdächtige auf einem Dachboden. Und Wasserflecken. Ja. Das machen wir auch. Und es ist höchstens... Du lässt die Taschenlampe so einmal durch die Ecken gehen, leuchtest da aus. Im kurzen Moment siehst du zwei reflektierende Augen. Du schwenkst nur gerade so die Taschenlampe, als du das siehst, wie die Taschenlampe zurückrucksst und dorthin leuchtest, da wo du etwas gesehen hast. Ja. Nichts. Ich würde auch wecken, dass wir hier Tierkot finden. Da hinten hat auch, hast du das auch gesehen? Marder oder Waschbär oder so. Manchmal auch eine Eule. Okay und ähm... Waschbär, Alter. Ich würde abhauen. Ich habe schon mal so einen Waschbär gesehen, Alter. Und diese Koffer jetzt? Die sind aus unserer Sicht wirklich langweilig, weil wir sie von außen einmal abwischen würden. Wir könnten auch mal auf Horchen würfeln. Ja. Also mehr machen wir an der Stelle nicht. Horchen. Alle? So was haben wir auch? Ja. Ja natürlich. Ich hätte doch schon verborgen das entdeckt. 18. Knapp an dem fünften vorbei, ja. 98. Ich höre nix. Hoch ist nicht so gut, ne? Lalalalalala. 35. Ich wäre so ein bisschen dabei, denke ich. Was hast du verwert? 25. Ah ja. Das reicht auch. Wieso habt ihr so nützliche Werte? Ich hab da gar nichts. Ich hab 73. Und hier steht eigentlich 55. Also auch nicht geschafft. Jetzt geht das Wertegeschache schon wieder los. Also wir haben es geschafft. Ja genau. Wenn ihr ein bisschen so zwischen den Koffern da hindurch spielt und ein bisschen ausleuchtet, halt ihr so n leises tippeln und trippeln und trappeln. Ich hab da was auf dem Ton. Ich hab da was auf dem Ton. Weg ist es wieder. Ein Störgeräusch oder war da was? Weiß es nicht genau. Justier nochmal kurz die Frequenz. Was? Was ist denn jetzt schon wieder, Tom? Nee, hier war wirklich irgendwas. Das war keine Störung. Das war so ein Trappeln. Ja, oder trippeln. Ja, eher ein Trappeln. Weiß nicht, vielleicht eine... Füße. Ja, von einem kleinen Tier würde ich sagen. Eine Laus. Nein. Was? Bei dir trappelt die Laus, ja? Und das trippelt dafür das Nashorn, oder? Also so große Läuse. Nächstes ist hier mal Schmutz. Ich würde sagen eine Ratte oder sowas. Für einen Marder vielleicht ein bisschen zu leicht. Werden wir sehen. Also ich würde auch sagen, wir sollten hier mit dem Schmutz auf jeden Fall in diesem Bereich arbeiten. Und da nochmal was rausholen. Also wenn ihr wirklich so einen Koffer mal öffnen könntet und einfach so... Also wenn wir wirklich viel Koffer mal öffnen könnt. Oder dass es ein bisschen auffliegt und sowas. Einfach damit arbeiten. Sich vielleicht da ein bisschen einreiben mit, dass es auch wirklich so aussieht, als ob ihr was gemacht habt heute. Ja, aber wir machen die Koffer nicht auf. Das gehört euch überhaupt nicht. Mit wenigstens mal drüber pusten, dass das so ging. Ja, das können wir machen. Also ich schau mal eben da hinten, wo ich das Trappeln oder Trippeln gehört habe. Und dann... Trippeln. Ja. Ich geh in die Ecke, wo ich da rum. Also da wirf mal auf Geschicklichkeit, bitte. Mhm. Während ihr... Ich mach der mal in meiner riesen Staubwolke, indem ich so einen Koffer auf den anderen drauf donnere. Und dann mach... Ich halte drauf. Damit du ordentlich Staub hast. Wunderbar. Das stellt mich auch sehr zufrieden. Die stehen nur daneben. Ihr macht den Koffer auf? Nee. Ich nehm einfach einen Koffer auf den anderen drauf und lass ihn mit Schwung fallen, damit es da so eine große Luftdruck gibt und dann einmal ordentlich der Staub ordentlich rum ist und er einen schönen Shot hat. Im Gegenlicht ganz viel Staub. Und dann... Im Schein der Lampe. Ja, genau. Also... Fand ich tatsächlich ganz fett auch. Ja, also das ist schon mal mit das Beste, was ihr bis heute aufgenommen habt. Der Staub, den ihr oben findet, ist typisch für so einen Dachboden in dem Alter, aber immer noch nicht spektakulär. Du gehst hinten in die Ecke und schaust noch ein bisschen nach, ob da irgendwo das Trippeln oder Trappeln, was auch immer hergekommen sein könnte. Ja, ob da irgendwie... Siehst noch weitere von diesen Teekisten, in denen auch Magazine aufbewahrt werden. Du leuchtest auch da mal rein. Noch ein paar andere Stapel. Was dir auffällt, ist, dass nichts angefressen wurde. Keine Nagelspuren. Du findest auch keine Nagelspuren. Du findest auch keine Mäuse oder Rattenkot oder sowas. Nichts. Auch keine irgendwie Lücken unterm Dach oder so, wo was rein oder raus könnte. Komisch. Also da müsste man nochmal im Detail... Die können sich ja durchs... Ja, so ein kleines Nadelöhr durchzwecken, diese Viecher halt. Aber jetzt nichts Offensichtliches. Vielleicht nochmal nach oben. Ja. Es gibt, wie gesagt, halt tatsächlich irgendwie... Vielleicht kommen die oben irgendwo durch, aber wenn da keine Öffnung ist, dann kommt Shirley zurück. Zurück mir in den Schultern. Ich glaube, wir haben uns doch irgendwie eingebildet oder so. Es war doch der Regen. Ja. Es lässt jetzt ein bisschen nach. Es ist nicht mehr ganz so stark wie eben. Es hat ja einmal so ein bisschen alles runtergekommen. Dann nochmal in so einem Schutt und jetzt ist es wieder so ein leichtes Nieseln. Vielleicht war das dieses Beständige. Ihr seid ja direkt unter dem Dach und vielleicht habt ihr das irgendwie als das Trippeln und Trappeln wahrgenommen. Auf der anderen Seite, bei so einer abgelegenen alten Bude muss es eigentlich irgendwie Viechzeug geben. Es ist total exotisch. Ja, da kann man ein paar Köder eben auslegen, sprechen, Fallen aufstellen und dann hat sich das mit der anderen Maus dann auch... Aber wir müssen nicht den Trappeln überholen. Das ist schon mal ganz gut. Ne. Es ist auch abhängig davon, was wir hier finden würden. Einiges davon ist meldepflichtig, weil die Tiere Krankheiten übertragen. Ich meine, wenn jetzt hier wirklich... Also, was ihr machen könnt, ihr habt so ein paar Fallen und Köder dabei. Wenn ihr mal so eine Maus oder eine Ratte isst, könnt ihr auslegen. Wenn da natürlich irgendwie Ungezieferbefall ist oder auch was anderes, Bettwanzen oder so, da muss natürlich ein Schädlingsbekämpfer her. Ja. Aber der Typ war doch Rattenfänger. Ja. Genau. Wird er ja nur zu Hause. Seine eigene Ratte. Meint man. Manche Leute bringen halt ihren Beruf nicht so richtig mit nach Hause. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich auf Putzen spezialisiert haben und bei denen es zu Hause nicht so toll aussieht. Ah! Auto! Oh! Findest du? Es gibt solche Leute. Das ist alles, was ich sage. Drauf halten, drauf halten. Kennst du solche Leute, Shirley, persönlich? Ja, ich will halt über niemanden schlecht reden in der Branche. Wir sind zwar Konkurrenz, aber man will ja nicht jetzt unlauteren Wettbewerb betreiben. Aber ja, manche von den professionellen Putzleuten sind echte Schweine zu Hause. Ja. Das geht überhaupt nicht in die Richtung, die ich mir vorgestellt hatte. Na gut. Was ist mit den Koffern? Ist da irgendwas dran? Staubig. Ja, staubig. Völlig im Rahmen des zu erwartenden. Da ist auch nichts mit den Koffern groß überraschend. Sind die voll oder leer? Also bei dem Aufeinanderwerfen hätte man ja gesehen, ob sie leicht waren. Da ist was drin. Eins, zwei sind leer, die anderen vier. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Große, schwere Reisekoffer, wie man sie von früher kennt. Ganz kurzer Zwischenstand mal. Du bist unzufrieden. Du brauchst einfach mehr, um daraus was machen zu können. Das geht so nicht. Wenn nicht, muss man vielleicht irgendwie was nachstellen oder so. Man kann ja da ein bisschen... Lässt dir da mal was durch den Kopf gehen, was man da noch machen könnte. Das geht dir jetzt mal durch den Kopf, ohne die Idee jetzt schon geäußert zu haben. Und anderen gegenüber, was geht dir jetzt gerade durch den Kopf, um da gescheite Bilder zu bekommen. Du bist noch so gelassen. Mal abwarten und dann Gesamtsituation, Gesamtüberblick verschaffen. Und dann kann man sehen, was man daraus machen kann. Du bist noch so ein bisschen überrascht, dass man euch so viel Geld geboten hat. Ich bin sehr zufrieden. Eigentlich schon, genau. Es ist ein leicht verdientes Geld. Vielleicht müsst ihr gar nicht übernachten. Vielleicht sie einmal durchfegen, ein paar Flecken wegwischen und dann warst du das schon. nochmal den Köder auslegen und du willst dich auch noch ein bisschen besser in Szene setzen, um hier... Wenn es hier schon nichts Spektakuläres zu filmen gibt, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr Drama reinbringen. Wollt ihr noch länger... Also die Sache ist, mit solchen Koffern, man macht in der Regel sowas natürlich nicht auf. Es sei denn, es könnte irgendwie eine Gesundheitsgefahr oder sowas drin sein. Also wenn man zum Beispiel merken würde, dass da irgendwie Tierkot dran ist oder es einen strengen Geruch draus gibt, dann macht man sowas auch schon mal auf. Oder wenn man schrecklich neugierig ist. Ich habe noch nie so oft in einem Raum das Wort Tierkot gehört. Hat man denn an den Koffern was gesehen, also als die so aufeinander, ob da eher was Festes drin ist oder eher was Weiches oder... Die sind jetzt nicht unglaublich schwer und diese Koffer, diese alten Koffer, die sind sehr, sehr stabil gebaut, sodass du kaum fühlen kannst, ob da drin was Weiches ist oder ob dir da drin... Es macht halt auf die Koffer und wenn da Mist drin ist, dann schneide ich es raus. Das muss ja niemand wissen. Es kommt im Fernsehen. Nein, nein, nein. Nur wenn tatsächlich da drin was Gefährliches ist und wir dann Recht hatten es aufzumachen. Und wenn nicht, dann nicht. Oder? Also ich finde, es sollte auf jeden Fall ein dringender Verdacht bestehen, dass da was ist. Wir wollen natürlich jetzt nicht auch gegen das Gesetz verstoßen. Wir brauchen hier nichts fingieren, bevor wir nicht... Dann gehen wir halt erstmal runter wieder. Bevor wir nicht wirklich sicher sind. Allerdings können wir das natürlich immer noch in meinem Kopf behalten. Das finde ich auch wichtig. Gut, ihr geht wieder runter. Ja. Es sind ja noch ein paar Räume, die ihr euch ansehen wollt. Geht direkt... Wo seid ihr jetzt gerade? Ihr seid in... Ihr wart... Ja, wir gehen jetzt zur T-Kreuzung. ... oben auf dem Dachboden. Genau, auf dem Dachboden und geht nach links hinten erstmal hin. Das ist die 5, das ist das Wohnzimmer. Ja, weitaus weniger, so förmlich als der Salon. Ihr seht dort einen alten abgenutzten Sessel stehen. Keinen Fernseher, dafür aber ein altes analoges Radio. Ihr seht auch einen Plattenspieler und einen Stapel Langspielplatten und Singles. Alles Musik bis in die späten 70er Jahre. Und in den Regalen, die dort stehen, seht ihr weitere Liebes- und Wildwestromane. Werke über Holzarbeiten, Heimwerken und Kochen. Ja. Auch hier ein bisschen stauben. Langeweil gestorben sein. Ja. Kein Wunder, dass er sich vors Atembrochen hat. Ist das bei Absicht? Ich kann es mir inzwischen vorstellen. Ja. Es sieht schon so aus, als ob sein Leben irgendwie so vor 10, 20 Jahren einfach stehen geblieben ist und sich da nicht mehr reden kann. Wenn ich noch ein Cover sehe, auf dem ein Mann mit langen Haaren und freier Brust seiner Frau aus dem Korsett hilft, dann springe ich auch vor ein Fahrrad. Die Gefangene des Highlanders. Die Geliebte des Highlanders. Die Geiste des Highlanders. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz die Backstory, was wir über die Backstory wissen. Ja. Dann fragt er doch noch mal was zu. Was wir jetzt eigentlich... Achso, ja. Dann haben wir noch gar nichts zu... Ich fände es auch schön, beide zusammen auf dem Bild dann zu haben. So als Mann und Frau, die ist natürlich auch dann eben zusammen gestalt. Gibt doch nur noch einen Raum, dann lass uns doch erst mal den angucken. Lass uns erst noch mal kurz reden. Es gibt noch mehr als einen Raum. Ich glaube, ich habe noch ein paar mehr Türen gesehen. Echt? Also ihr habt hier im Inneren noch einen Raum, den ihr euch nicht angeschaut habt. Und dann gibt es natürlich draußen noch den Innenhof mit dem Nebengebäude. Und die Wälder sollte ich auch noch anschauen, die nahen. Gibt es noch ein Nebengebäude? Achso, okay. Ich würde trotzdem gerne einfach das Ehepaar an sich da noch mal stehen haben, die im Beruf und im Privaten immer zusammen sind. Und so natürlich auch gerne sich zusammen ergänzen können von den Ideen her, wie ein Mann sein Leben hier so verbringen konnte. Hast du drauf, Tom? Läuft. Sollen wir jetzt hier noch Philosoph machen oder was? Ja. Wir sind hier im Landhaus vom Alten Götin, wie ihn die Leute hier im Ort nennen. Das ist der örtliche Rattenfänger in Maskeby. Das ist ein alter Herr von 70 Jahren. Er hatte einen kleinen Unfall, ging derzeit im Krankenhaus. Und die Gemeinde hat sich gedacht, sie tun ihm mal einen Gefallen und haben uns angeheuert, um einmal hier in seinem Haus und auf dem Gelände Klarschiff zu machen. Und danach wird hier auch renoviert. Das heißt, wenn er dann wieder zurückkommt, dann wird er hier seine Wohnung quasi in neuem Glanz vorfinden. Und ich finde das wirklich sehr nett, dass man sich hier so um seine Gemeindemitglieder kümmert. Und ich glaube, er kann das auch gebrauchen. Und wie ist so das aktuelle Bild, das ihr von dem Herrn wahrgenommen habt? Gerne auch Paul jetzt mal dazu. Ja, also für einen Mann von 70 hat er seine Wohnung ganz ordentlich in Schuss gehalten. Das geht dann ja so langsam in die Knochen. Und dann kommt man da oben nicht mehr in die Ecken. Und dann ist auch Zeit. Du kannst jetzt natürlich nicht sagen, dass das hier gut aussieht. Das macht ja eure Arbeit ein bisschen hin. Ja, aber es tut's doch. Das kannst du aber natürlich jetzt nicht so vor unsere Kamera sagen. Aber das macht natürlich dann gar keinen Sinn, dass ihr dann hier seid. Paul, Paul, Paul red doch mal über die Romane und die Sachen, die hier ewig rumstehen. Kannst du da was auftauchen? Ich bin, laufe. Ich laufe. Ich zieh eins von den Dingern draußen. Zum Korsett könntest du eigentlich auch mal anziehen, Schatz. Ich hatte früher mal sowas und da sagtest du, das sieht irgendwie albern aus. Ich hab früher im Theater gespielt. Ja, auch historische Aufführungen und so. Ich bin ganz froh, dass man mich hinter meiner Kamera gar nicht sieht. Und versteck mich da so ein kleines bisschen. Ja gut, ich denke, das wird doch jetzt hier ein bisschen zu privat und eher in die Richtung von Videos, die Tom dann vielleicht gerne machen würde irgendwann. Lass uns doch erstmal weiter schauen und vielleicht dann später nochmal auf den Punkt zurückkommen. Es ist doch auch wirklich schwer, recht zu machen. Letztes Zimmer. Genau, weiter geht es. Nee, aber da war doch noch eine Tür jetzt in dem Raum, in dem wir gerade waren, oder? Die war in der 5. Nö. Nein. Da sind zwei kleine Räume, die 6 und die 8 und dann ist noch die 7. Genau, die 6 war das Badezimmer, das hast du dir ganz am Anfang angeschaut. Die 7 ist die Küche. Der älteste, am meisten heruntergekommener Raum im ganzen Haus. Endlich, aber gut. Ihr seht auf dem Gasherd einen eisernen Kessel stehen, ein alter Boiler hängt links neben der Spüle. Zwei Türen führen nach draußen, eine Tür in den hinteren Garten und eine Tür seitlich in den Innenhof. Auf einem alten rostigen Tablett, ausgelegt mit altem Zeitungspapier, steht ein paar Schuhe neben der Tür zum Hof. Er hat immer fein säuberlich da offenbar abgestellt, damit er keinen Dreck mit ins Haus bringt. Und ja, ihr seht noch eine Speisekammer, die an die Küche angeschlossen ist, die randvoll mit Konservendosen gefüllt ist. Die meisten Konserven sind schon sehr, sehr alt, man kann die Etiketten kaum noch lesen, was auch immer er da gelagert hat. Also so richtig gesund hat er sich offenbar nicht ernährt. Ansonsten noch ein emaillierter Brotkasten mit den verschimmelten Überresten eines Brotleibs und im Kühlschrank steht nur eine sauer gewordene Flasche Milch. Ja, also ich mach den Brotkasten auf und schieb... Da hast du noch so eine Sitzecke, so eine Küchenecke. Vorne. Oh, oh ja, ja. Ist das der Untertitel der Reportage? Der ist schon ein Bildnehmer. Das ist auch... ist die Kamera an? Ne, warte, was? Ja. Kurz den Akku tauschen. Was wenige Leute wissen ist auch, dass tatsächlich meistens die Küchen der größte Brandheld sind, was Keime angeht und Gesundheitsgefahren. Im Bad tatsächlich sind die Leute meistens mit schärferen Mitteln dran und dergleichen. Aber in der Küche, da sehen wir hier Sachen verschimmeln schneller als man denkt und überall sind Sporen und Keime und niemand geht tatsächlich mal mit was Ordentlichem ran. Und da kommen wir auf den Plan. Nicht wahr, Paul? Im Waschbecken. Das unterschätzen die Leute. In der Spüle. Schrecklich. Ja, zum Beispiel hier. Ich guck mal in die Spüle. Du hast mal auch zu lachen. Du bist da nicht mit dem Mund wenn ich ernst dabei, Peter. Ich bitte dich. Wie viel Spaß man haben kann damit einfach nur durch ein Haus zu gehen. Peter, irgendwas Verdächtiges in der Spüle? Also da hängen auch so ein paar Essensreste drin, die eingetrocknet sind, aber jetzt nichts, was man nicht mit ordentlich Rollreiniger wieder freikriegen kann. Aber ja, das hier sind Sachen da, das sind Brutstätten. Ihr habt euch jetzt das Haus angeschaut und noch keine, da was, den Brief des Gemeinderates wertzunehmen, dass man hier einfach mal aufräumen muss, dass das die Schweinerei beseitigen. Hast du auch irgendwie was gehört in dem kurzen Telefonat, was du geführt hast. Ja, ihr könnt jetzt noch da draußen gehen und euch den Innenhof noch anschauen mit dem Nebengebäude. Wie ist das mit dem Regen? Die Niesel ist noch so ein bisschen leicht, aber ich meine, wir sind in England, also besser wird es hier wahrscheinlich auch nicht. Ihr seid das ja gewohnt. Also geradezu sommerliches Wetter, ja? Ja, genau. Also gerade über dich. Ja, richtig, genau. Ich bin bereit alles zu gehen. Okay, aber es geht ja um die Linse. Ihr schwant den Schirm auf, tretet auf den Innenhof, macht direkt die Tür zu eurer Linken auf. Dort befindet sich ein altes Plumpsklo. Oh, ja. Das Toilettenpapier, was dort hängt, ist schon sehr feucht und ja, nicht mehr brauchbar. Aber ansonsten ist das halt ein einfaches Plumpsklo, wenn man das kennt. Nebenan in der 12, in dem Lagerraum, findet ihr aufgerollte Seile und Radrollen, alle säuberlich an Nägeln an der Wand befestigt. Außerdem sorgfältig gestapelte Holzscheite und Säcke mit Kohle. So, die nächste Tür hat es in sich. Bereits beim Öffnen schlägt dir ein stechender, scharfer Gestank entgegen. Aha! Jetzt war ich mein... Ja. Paul? Wer ist grad vorgelaufen? Ich. Ja. Ja. Boah. Ja. Viele, viele Gerüche kennst du. Mhm. Du leuchtest rein und siehst dort in Holzregalen unzählige dunkelbraune Glasflaschen, Metalldosen, Kanister, teilweise lecken die schon, laufen aus, sind korrodiert. Es riecht nach Chemikalien in dem ganzen Raum. Du siehst ja verschiedene Gifte und Pestizide. Wirf mal auf Biologie oder Chemie. Nehme ich Chemie und dann kenne ich mich besser aus. 100. 100. Ich glaub das ist nicht ganz so gut. Aber gut. Die 100. Du kannst natürlich auch, so ah, jetzt kommen wir noch zu einer Besonderheit bei Cthulhu, man kann einen Wurf forcieren. Das geht nicht im Kampf und das geht nicht bei einem Stabilitätswurf, aber das geht bei einem Attributswurf und bei einer Fertigkeitsprobe. Das heißt, man kann den Wurf nochmal würfeln. Nur wenn er dann fehlschlägt, passiert irgendwas Schlimmes. Das ist halt ein Risiko, dass man reingeht. Also du kannst jetzt sagen, dass du den Wurf nochmal forcieren möchtest. Nö. Hä? Nö. Was soll denn schon Schlimmes, was sollen die Konsequenzen sein in einem Lager voller Chemikalien? Kann mir da nichts vorstellen. Eben. Ja eben, genau. Oh, da oben, das sieht interessant aus. Ja, was ist da drin, Paul? Ich kann es nicht erkennen. Genau. Die Etiketten sind schon so alt und verblasht. Da steht hier schon ein bisschen länger. Aber es kann sein, dass wir einen Sondermüllcontainer brauchen. Ach du Schande. Oh, können wir das bitte nochmal haben? Tom, bitte von innen. Du guckst rein. Ach du Schande. Und dann haben wir... Oh, muss ich da jetzt rein? Das kannst du wirklich... Ach du Schande sagen kannst du... Das Einzige, was du erkennst, ist Glyphosat. Das kommt zu neuerer... Ja, ist zu neu richtig. Gut. Aber auch auf jeden Fall, das Einzige, was du erkennst, ist ein Pestizid. Ach du Schande. Das schon seit Jahren verboten ist, das weißt du. Hast du Tom oder nochmal? Ich... Ja genau, ich bin hierher vor rein. Ich gehe vor jetzt und filme dann, wie sie reinkommen. Bevor ich reingehe, hole ich einmal tief Luft. Weil ich will auf jeden Fall nicht einatmen dann drinnen. Es ist nicht groß, nicht viel Platz. Aber die Regale wirklich bis zum Bersten gefüllt mit Dosen, Kanistern und Almanan. Und rein. Ach du Schande. Das ist... Wow, Paul, hast du sowas schon mal gesehen? Dass vieles davon dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr legal sein. Nee. Es darf auch nicht ins Grundwasser kommen. Ja, schau dir an, wie das sich hier durch die Dosen frisst. Das ist hier jetzt wirklich ein Gefahrenort. Könnten wir bitte nochmal ach du Schande haben? Einfach so als einzelnen online stehenden Passen? Gut, gut. Ach du Schande. Du, der Kameramann, der wird ganz rot. So, da ist du ja. So, da ist du ja. So, da ist du ja. Hast du einen Kasten oder brauchst du nochmal? Du trittst schnell wieder raus. Obwohl die Luft angehalten hast und schnell wieder rausgelaufen bist, hast du immer noch so einen stechenden Geruchstank in der Nase. Hast du richtig reingebrannt? Ist echt ekelhaft. Boah. Ich meine, ihr arbeitet ja jeden Tag mit Chemikalien zusammen. Für euch ist das so... Ihr kennt das. Ja. Aber für dich ist das so... Das Einzige, was mich ärgert ist, dass ich diesen Geruch nicht einfangen kann. Ja, das ist so unfassbar. Und ich brauche die Reaktion. Diese verdichtete Gefahr, die da in deiner Nase gedrungen ist. Wenn du das irgendwie visualisieren könntest. Könntest du so... Vielleicht jemand, der mit dem Atem ringt und so... Oh. Ne, wie denn? Oh, oh, oh. Ich habe so Lippenbalsam scharfen. Den kann man ins Auge machen und dann... Ja. Ne. Das sind alte Theatertricks. Dann laufe ich doch den ganzen Tag mit roten Augen rum. Eine Reaktion. Du hast es brauchen. Ich hole meinen Lippenbalsam raus. Schöning, das ist Einsatz. Das ist sehr... Ja, das reizt ganz schön. So eine Dose immer mal die Hand genommen. Dann wieder reingestellt. Du merkst jetzt so langsam, wie die Hand anfängt zu brennen. Du hast dann Patzer gewürfelt eben mit der 100. 100 ist ja Patzer. Ja. Und irgendwie... Trotz Gummi, also Anzucht, Schutzkleidung und so... Ja. Ja. Ja, dann... Ich halte auch. Ja. Dann siehst du wieder so... Du bekommst einen Schadenspunkt, der hat sich jetzt recht. Du hast wirklich so ein bisschen... Ich brauche jetzt mal irgendwas mit... Die die Hand verätzt. Oh, oh, ähm. Was zum Spülen? Sicher, dass es säure war? Äh, erst mal Wasser drüber. Lauge, ja, Schatz. Ja, aber das Gute ist, dass die meisten Reinigungsmittel alkalisch sind. Also blub, 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 blub. Es ist einfach ein Wasserspray. Genau, ja. Also das brennt aus. Schalt weg. Einen verlierst du hier. Es brennt schon ganz schnell. Du hast hier wirklich eine Verätzung. Ja. Ihr spült das Ganze gut ab. Oh. Am Plumpflug. Nicht in dem Typhikalienraum. Am Plumpflug. Ich denke, wir gehen rein ins Bad. Ja. Das könnt ihr machen. Ja. Das könnt ihr machen. Schnell abspülen und so. Dann kommen wir jetzt die ganze Zeit drauf. Die Hand ist feuerrot. Und jetzt können wir mal hier... Vielleicht können wir mal was machen zum... Zu Gefahren am Arbeitsplatz. Ja. Ja, sehr gut. Das wäre jetzt auch nochmal euer Stichwort. Dann bitte... Wir versuchen das, was wir eben gemacht haben, noch einmal. Bitte, Paul, Shirley, nebeneinander, als Ehepaar, als Leute, die sich mit Gefahren auch scannen. Nicht nur aufgrund eurer Ehe. Und dann erzählt doch mal... Du bist so verheiratet, ne? Ich bin ja auch jung und 20. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und werde natürlich auch erst mal auf meine Karriere. Das dachte ich da auch. Tickt da nicht schon die biologische Uhr ganz schön ordentlich? Paul! Was denn? Die versucht uns hier was über die Ehe zu erzählen. Und ihr Leben zieht an ihr vorbei. Kinderfassig bezeichnet zu werden oder ähnliches mit meiner inneren Uhr. Das finde ich nicht gut jetzt. Das ist auch nicht Thema unseres Videos jetzt. Ich bitte dich, Paul, jetzt noch mal ganz konzentrieren. Aber da mach nicht immer irgendwelche Dokumann-Spielungen auf unsere Ehe. Die Aufgabenstelle. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Ich habe nicht mehr ewig Band. Wir haben SD-Karten noch im Auto. SD-Karten muss ich sichern erst. Ich habe gefilmt die ganze Zeit. Wir drehen in 4K. Warum? Um den Staub besser sehen zu können. Den du in der Post reinmachst. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Du hast dir die Hand abgespült. Okay, dann musst du irgendwie mal. Ja, das ist jetzt unangenehm. Also dann jetzt zu dem Thema Gefahren. Genau. Gefahren am Arbeitsplatz und Gefahren durch Putzen vielleicht auch nochmal. Bereit? Und los bitte. Wenn man sich nicht professionell mit Reinigung und Putzen beschäftigt, dann ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber das ist natürlich gefährlich, was wir hier machen. Einmal, weil man immer mal wieder auf etwas stoßen kann, was unangenehm sein kann. Oh ja. Wir treffen natürlich Sicherheitsvorkehrungen, aber es kann immer mal was passieren. Es ist durch die Schutzkleidung sofort durchgebrannt. Also das ist ein sehr aggressives Zeug gewesen. Ja. Aber müsste man nicht eigentlich als Mensch, der hier für das Putzen dann auch zuständig ist, der es ja schon viele Jahre lang macht als Buch erkennen, dass das was ist, was man nicht einfach mal mit der Hand nehmen sollte? Das Erkennen setzt ja voraus, dass man es irgendwie betrachten kann. Das Etikett war auf der anderen Seite. Also habe ich es umgedreht und das war in dem Fall schon zu viel. Und das meint ja meine Werte Gattin auch mit gefährlich. Und ich fürchte, dass das jetzt auch schon so ein bisschen der Bereich ist, wo wir dann schon wieder spezielle Unternehmen beauftragen würden. Denn das jetzt zu entsorgen, das können wir nicht einfach auf Müll bringen. Nein, natürlich nicht. Es gibt auf jeden Fall, ihr habt ja vorher recherchiert, in Applefort die Möglichkeit, auch Sondermüll loszuwerden halt. Oder dann auch da auch eine Deponie. Also da könnt ihr, na gut, hier ist jetzt nichts, aber falls ihr irgendwas ausmisten müsstet oder wegräumen müsstet, könnt ihr das dort tun. Ihr habt Decke dabei, die könnt ihr nach Applefort fahren. Aber das Zeug, das können wir auch nicht einfach in Säcke gießen müssen. Ja, wir haben ein paar Metallwannen und sowas für Notfälle. Und natürlich, was auch eine Gefahr ist, sind die Chemikalien, mit denen wir selber arbeiten. Und dann noch so Sachen wie Pilzsporen und andere Allergene und dergleichen, die in der Luft sind. Deswegen tragen wir auch häufig auch unseren Mundschutz. Und weißt du noch, wie der Waschbär dich gebissen hat? Oh mein Gott, ja. Waschbären sind ja echt niedlich, aber meine Güte können die zubeißen. Und wenn man die in die Ecke gedrängt hat... Waschbären, die heimlichen Killer. Ja. Und wenn man die in die Ecke gedrängt hat, weil man versucht, sie aus der Küche zu vertreiben, weil sie im Gebäude die jemand putzt, dann werden die auf einmal ganz anders anreizend gelegt. Dann lass uns doch mal weitermachen, so eine Waschbärngeschichte. Sobald uns ein Waschbär über den Weg läuft, können wir die Geschichte auf jeden Fall noch sehr gut aufhalten. Vielleicht nicht, dem Waschbären ging es hinterher nicht mehr so gut. Es kommt vielleicht nicht gut an. Bei uns geht es natürlich schaussichtlich um euer Wohl. Ein Waschbär würde hier wenigstens vielleicht wirklich mal putzen. Ein bisschen Action reinbringen. Überleg schon, ob du irgendwo hier vielleicht ein Waschbär einfach fängst, den ordentlich in den Sack steckst, durchprügelst und dann hier rauslässt, dass da irgendjemanden angreift. Fühl frei. Ihr habt noch einen Raum am Innenhof? Zwei sogar noch. Ihr schaut euch noch den Raum neben diesem Chemikalienlager an. Ein Gartengerätraum, der gefüllt ist mit Blumentöpfen, Gartenwerkzeugen aller Art und Säcken mit Blumen, Erde und Sand. Und dann habt ihr da noch zum Schluss den letzten Raum, den großen Raum einer Werkstatt. Dort seht ihr Regale und Werkbänke, haufenweise Werkzeuge sowie Tierfallen für alle Arten und Größen von Tieren. Auch für Waschbären. Ja. Sogar Bärenfallen, die von rostigen Ketten von der Decke, von Deckenbalken herunterhängen. Ihr seht auch eine Leiter im hinteren Bereich und eine kleine Schmiede mit einem Amboss und einer Schleifmaschine. Meine Güte. Also ich hoffe nicht, dass er wirklich Bärenfallen benutzt hat. Ja, auch schon ein paar Jahrzehnte lang nicht mehr, dem Rostnach zu urteilen. Ja, aber wofür überhaupt? Ich mein... Weißt du, das Comeback? Ja. Das... Ja. Aber dann fangen wir doch mal an zu putzen. Finde ich erstmal... Ich bin jetzt gerade... Erst das Gelände. Ich filme erst noch die ganzen Fallen, finde ich irgendwie krass. Ja. Moment. Ich stoße die einmal leicht an, damit die so bedrohlich schwankt. Ja, vielleicht müssen wir über diese Fallen was machen. Vielleicht war mit dem Typen irgendwas nicht ganz... Vielleicht war der schon so ein bisschen shady auch unterwegs. Vielleicht kann man mal da... Vielleicht kann ich da mal so ein bisschen... Wenn ich jetzt da so sehr mit so einem Makro-Objektiv mal sehr nah rangehe... Vielleicht kann ich da... Gibt es da was, was ich entdecken kann? Könnte ich mal so auf... Wo auch ein bisschen das Erkennen mal probieren. Ja, auf jeden Fall. Blut an der Bärenfalle. In Finger... Haare. Finger? Seit wann haben Bären Fingern? Oh, warte doch. 64. Ich habe eine 65. Habe ich. Oh. Punktladung. Ja, du schaust dich... Du schaust dich hier um. Es gibt noch ein großes Messer und ein Hackbeil. An dem Hackbeil klebt auch noch ein bisschen Blut. Wenig. Das gibt ein gutes Bild. Du, Mairi, würfel mal auf Glück in der Zeit. Während du ein paar Aufnahmen machst hier von dem blutigen Beil und von dem Messer. Blut in Mairi? 21, ja. Alles gut. Alles gut. Die würfelt sehr gut. Kein Verunfall. Ja, macht er noch ein paar Aufnahmen hier von dem Fall. Ansonsten gibt der Innenhof nur noch einen Komposthaufen und ein kleines Gemüsebeetpreis. Da hat er ein paar Sachen halt für sich eingebaut, um seine Dosenkost zu ergänzen. Komposthaufen kurz prüfen, ob der vernünftig angelegt ist, dass da irgendwie die Ratten drin sind. Also geil wäre es, wenn jemand mal so jetzt noch was sagt, vielleicht während er putzt, wie man so Blut wegreinigt. Oh, das ist genau das. Das interessiert ja die Menschen auch zu Hause. Wie kriegt man so einen riesengroßen Blutfleck weg? Wenn da jemand angenommen ist, wäre jemand ermordet worden. Wenn jemand daheim ist irgendwie zu Schaden gekommen, kann passieren. Habt ihr einen Teil eurer Ausrüstung mit dabei? Können wir jetzt direkt hier loslegen? Ja klar, wir haben ja schon ganz viel reingetragen. Ja, dann lasst uns doch tatsächlich hier mal mit dem Beil zusammen vielleicht. Shirley Paul, wer auch immer das möchte, gerne einfach daneben mal klien. So sagen, hier, wir haben jetzt was. Wie würde man denn dann Blut wegreinigen von verschiedensten Oberflächen? Vielleicht das während dem Tun dann auch direkt erörtern, dass wir da so einen Bezug zu eurer Arbeit auch diesmal her haben und nicht nur euch reden. Man würde nicht mit der Werkstatt anfangen, ne? Vielleicht könnte er das schön mit dem Tun bisschen polieren. Also können wir jetzt natürlich für euch stellen, aber im Endeffekt, die erste Frage wäre, kann das weg? Naja, also Blut von Oberflächen sollte doch meistens weg, oder nicht? Die ganze Werkstatt. Der Mann ist über 70, der braucht seine Werkstatt nicht mehr. Das ist vielleicht gefährlich auch, ne? Wie das Chemikalienlager, das werden wir jetzt wegschmeißen, weil wir das wegschmeißen müssen. Da müssen wir auch niemanden fragen, ne? Da wird dagegen sein. Aber hier werden wir auch rausfinden müssen, kann das nicht einfach Müll als Ganze, bevor wir hier irgendwas putzen. Genau, bevor wir es wegwerfen, würde ich gerne trotzdem die Aufnahme machen, dass das einfach auf unsere Zuschauer einfach ein Mehrwertpassage machen. Es ist ja immer noch quasi die Aufnahme des Ist-Zustands und dann können auch noch die Wälder dazu, die Nahen. Da soll ja auch noch Unrat liegen. Also das ist dann nicht mehr Reality, aber vielleicht noch TV wenigstens, wenn wir da jetzt mal für euch hier so ein Meta putzen. Genau, ja, bei uns ist das dann natürlich wieder Reality, wenn wir das zusammengeschnitten haben. Wie geht's deinen Knien? Kannst du dich da hinknien? Ja. Na gut, halt mal kurz still. Tu das nur, Note? Ja, aber ist geglänzt, tut mir leid. Ja, wir sollen ja auch aussehen, als ob wir hier arbeiten würden, oder? Ja, aber wir sollen aber nicht scheiße aussehen, Paul. Ich glaube... Okay, ja. Ich habe dann so vier Fläschchen vor mich aufgebaut. Um blutordentlich wegzukriegen, braucht man eine Menge Chemikalien. Ich habe hier jetzt eine Lösung, mit der kann man das schon mal vorher großzügig einsprühen. Ja, ich halte das Ganze mal so ins Etikett. Das ist Hausmarke bei uns hier. Das ist 20% und außerordentlich wirkungsvoll. Damit sehen Sie, die gröbsten Blutspuren gehen schon mal ab. Dann geht man da einmal mechanisch ordentlich drüber. Das hier ist eine Metalloberfläche, da geht das ganz einfach. Dann nimmt man ein bisschen Stahlwolle. Ja, und dann habe ich hier noch so ein kleines Spray, mit dem geht das nochmal ganz in die Poren rein. Das ätzt praktisch alles organische Material weg, nicht egal was das war. Da muss man bei Holz und solchen Sachen ordentlich aufpassen. Geht das gut noch so mit deiner Hand? Das ist in Ordnung. Da müssen wir sich keine Gedanken machen. Das muss so drauf sein. Und dann habe ich hier noch so einmal so eine Art Oberflächenversiegelung. Damit der Stahl hinterher nicht angegriffen wird von der Säure. Das braucht man da drüber und dann mit dem trockenen Tuch. Und das war es dann schon. Also Blut ist relativ einfach rauszukriegen. Schwierig eigentlich nur, wenn man einen Teppich hat. Aber der muss dann auch mal Simbel dazu reinmachen. Cool, das glänzende Metall jetzt nochmal so kurz so gegen das Licht ein bisschen, dass man es so sieht jetzt. Und dann kriegt den Schuss sehr gelungen. Ja, sehr gut. Und dann nehme ich es und lasse das Simbel aber fallen. Gut, habt ihr auch diese Einstellung. Sehr gut. Du hast auch so ein bisschen was. Damit kann man schon mal arbeiten. Aber die braucht auf jeden Fall noch mehr. Dann für die Begehung ins Gelände nehmen wir am besten direkt Müllsäcke und Greifer mit. Ja, das können wir gleich mal machen. Dann haben wir es hinter uns. Vielleicht hast du seine Dosen da überall hingeschmissen oder so. Seine leeren Konservendosen und das stört natürlich was nicht. Hast du schon einmal hier irgendwo gesehen? Den, den du gerade das Messer geworfen hast. Naja, das ist ja nur der kleine. Ich meine, den für den Haus, wo der Müllmann kommt, das abholt. Nein, tatsächlich nicht. Keine Mülltonne. Vielleicht gibt es einen kleinen. Doch, habe ich die da drüben. Und alles organisch wird sowieso im Kompost dann auch. Ich meine jetzt den Großen, den die Müllleute dann irgendwann abholen. Achso, doch, gibt es auch. So eine Blechtonne, so eine Tonne genau richtig. Dann beginnen wir jetzt am besten das Gelände. Ja, dann fragt ihr die Sachen. Es nieselt immer noch so ein bisschen. Hat aber nachgelassen. Ihr habt ja auch Pumistiefel an sowieso immer bei solchen Arbeiten. Also Nervbegeben, man weiß ja nie wo man reintritt. Bitte. Ich halte meinen Schirm auf. Achso, genau. Der Wald erstreckt sich dann auch schon. Echt eine fungische Dynamik, muss ich mal sagen. Der Wald ist auch schon direkt quasi hinter den Gärten. Fängt der an, drei Meter vom Grundstück entfernt. Etwas weiter westlich, also links hier in dem Bild zu sehen, geht auch noch ein Wanderweg durch den Wald. Der führt, das wisst ihr, zur alten, angesichtslichen Dorfkirche. Ja, ich schaue das jetzt die Wälder genauer an. Der Wald, da muss jetzt so Dunst aufsteigen, jetzt auch hier von der Schwüle und von dem Regen. Da steigt der Empor. Macht einen sehr düsteren Eindruck auf euch. Und ihr seht, dass überall zwischen den Bäumen Wimpelketten gespannt sind. Schützenfest vielleicht. Schützenfest. Ja, tatsächlich sind die Batterien offensichtlich leer. Wir haben es schon so lange jetzt wieder gemacht. Verrückt. Wie viele haben wir denn? 10. Sehr gut. Ich kläre das ganz kurz. Währenddessen könnt ihr ja kurz nochmal schon mal was putzen, oder? Also so wie, stehst du drauf, ne? So wie bei einer Party oder so. Oder in Party oder Tibet. Die geht man nie ein. Ja, ja. Dann hört man mich wieder. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Ja, also wie auf so einer Party. Denkt man, ihr geht näher an den Wald heran und seht, dass es keine wirklichen Wimpelketten sind, sondern dass an diesen Schnüren die Kadaver von Dutzenden, aber Dutzenden Ratten und Mäusen an ihren Schwänzen aufgehängt sind. Tom, hast du das drauf? Das wird der Durchbruch. Wir sehen dort auch ein Bild für euch. Entschuldigung, kalte Hände. Wenn du auch ein T-Shirt machst, ist es nicht. Die Ratten sind alle in einem unterschiedlichen Verwesungsgrad. Die, die quasi schon so verwesend sind, dass sie nur noch Knochen sind, fallen zu Boden. Ihr seht, dass der Boden über und über mit den kleinen Knochen von Mäusen und Ratten bedeckt ist. Ich bin ja Profi, deswegen halte ich direkt bei den beiden drauf, weil ich weiß, Ratten kann ich gleich noch filmen. Die Reaktion kriege ich nur einmal so authentisch. Das ist abartig. Würfelt alle mal bitte auf. Schiele aber auf die Ratten. Auf geistige Stabilität. Ihr habt ja einen Werten geistiger Stabilität und da müsst ihr jetzt drunter dürfen. Einfach hier nur Stabilität, ne? 76 weit drüber. 25 weit drunter. Welcher Wert ist das jetzt? Geistige Stabilität. 56, ganz knapp drunter. Drunter! Ach, ich hasse euch. Ganz knapp. 25, du hast sogar... Also ihr habt es alle geschafft. Du verlierst einen Punkt. Du verlierst drei Punkte. Trotzdem, genau. Das kann auch manchmal sein, dass ein Anblick so schrecklich ist und grauenhaft im ersten Moment, dass man, obwohl der Wurf gelungen ist, das eine oder andere Pünktchen geistige Stabilität verliert. Wenn man es nicht schafft, dann entsprechend noch mehr. Ekelhaft. Widerlich, was sich da euch... Und das ist vielleicht auch das, was der Stadtrat, der Gemeinderat mit Schweinerei gemeint hat. Meinst du, dafür haben wir genug Plastiksäcke mit? Wow! Vor allen Dingen müssen wir rausfinden, wo wir hier irgendwie Tierkörper verbrennen lassen können oder sowas. Ja. Das geht auf jeden Fall in der Müllverbrennungsanlage hinter oder bei Applefort. Das wisst ihr. Aber hier für die ganze Beseitigung dieses Unratt sind mehrere Fahrten nötig. Also ihr wollt das Ganze jetzt mal begehen und seht, dass diese Wimpel mit diesen verfaulenen Ratten auf der vollen Breite des Hauses, also rund zwölf Meter, aufgespannt sind. Und ihr bewegt euch auch ein bisschen tiefer in diesen Wald hinein und habt so ein ganz ungutes Gefühl, irgendwie das Gefühl beobachtet zu werden. Und diese Kadaverreihen erstrecken sich mindestens sechs Meter tief in den Wald hinein. Das heißt, auf einer Fläche von sechs mal zwölf Metern seht ihr unzählige Ratten, die aufregend sind und noch mehr Ratten, deren Knochen quasi den Boden bedecken. Widerlich. Also du findest es geil, weil das endlich mal ein gutes Bild ist, aber auch abstoßend zugleich. Ja. Vielleicht diese kleinen Schädel. Diese kleinen Schädel, die euch mit diesen leeren Augenhöhlen anschauen. Diese gelben Zähne. Wollen wir vielleicht nochmal jetzt Shirley und Paul aufnehmen, wie sie darüber reden, wie man das beseitigen könnte? Also noch ganz kurzer Einschub, davon hat der Gemeinderat nichts gesagt. Und ich überleg auch gerade, sag mal, meinst du, dass das Entfernen von organischem Material, das ist so eine Ratte, ja, aus dem Wald, dass das unsere Aufgabe ist? Ist doch kein Müll. Wahrscheinlich haben sie niemand anders dafür gekriegt. Ja, natürlich nicht, aber ich überleg gerade, ob wir dazu verpflichtet sind, das überhaupt zu machen. Wir können das hier nicht so lassen. Wir können hier, hör mal Paul, wir können jetzt versuchen, hier eine gute Figur zu machen und dann übernehmen wir auch einen Job, der nicht auf dem Papier stand. Und damit es hier hinterher gut aussieht. Also fangen wir an, den Scheiß hier von den Bäumen zu knipsen und in Tüten zu füllen. Ja, aber da brauchen wir einen Container. Und wir müssen überlegen, ob wir in eine andere Richtung gehen jetzt mit unserer Reportage. Ja, das kann aber auch ein paar Mal, ne? Ja, das ist nicht mehr das klassische Putzen, was da ist. Aber natürlich ist auch dieser Twist... Das ist jetzt ein Knochenjob. Tittins! Ich habe gerade keinen Geldbeutel dabei. Oh! Bin ich hier die Einzige? Du bist die Einzige, die vermögend genug ist, um Geld in die Kasse zu können. Zehn Cent. Boah. Ich mache eine Liste. Finanzkraft 35. Also Julia hat schon einmal... Du müsstest hier nochmal einen Vertrag angucken, aber wahrscheinlich schon. Boah, aber das wird jetzt richtig viel Arbeit. Schaufeln holen, die Säcke befüllen und dann immer wieder zur Müllbeseitigungsanlage bei Apple fortzufahren. Da kannst du, glaube ich, prophylaktisch schon mal drei machen und dann ist immer noch zu seinen Gunsten geschummelt. Ich würde jetzt erstmal, was ich machen würde, ich würde jetzt hier an einer günstigen Stelle mal so eine GoPro installieren für so eine Timelapse-Aufgabe. Die macht alle zehn Sekunden ein Foto und dann sehen wir quasi den Prozess, können den hinterher nochmal beschleunigt darstellen. Das ist gut. Das heißt, wir haben die ganze Zeit jetzt hier die Kamera, die das hier mit aufzeichnet und das so als zusätzliche Geschichte. Als zusätzliche Geschichte für den Film. Wir haben jetzt ja so eine Kamera installiert hier. So, was wollt ihr jetzt... Ihr wisst jetzt quasi, wie der Zustand hier ist, wie das hier aussieht. Ihr habt die Chemikalien, ihr habt ja diese Rattenkadaver, die überall hängen und liegen. Wie wollt ihr jetzt in den nächsten Stunden vorgehen? Was wollt ihr da konkret machen? Sagen wir mal so, ihr seid ja so gegen Mittag hier angekommen, das hier rausfahren und einen Ersteindruck verschaffen. Ihr seid jetzt hier vielleicht eine gute Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden. Ich meine, es hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Ihr habt genau überall nachgeschaut. Sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie so halb zwei, zwei am Nachmittag. Sagen wir mal erstmal eine Tasse Tee, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Natürlich habt ihr auch Hunger. Ihr habt zwar unterwegs ein paar Stullen gegessen, die ihr mitgebracht habt, aber vielleicht wollt ihr ja auch in das Teelädchen fahren und da erstmal... Ihr habt euch einen Überblick verschafft. Vielleicht wollt ihr jetzt auch einfach da eine Mittagspause machen. Das ist auch eine gute Chance für Ohtöne mit den Leuten aus dem Dorf. Ich hab nicht so mega Hunger mehr jetzt gerade akut. Das stimmt. Erst mal eine Tasse Tee. Vielleicht kannst du ja da... Ja, ich glaube auch eine Tasse Tee ist ganz gut und dann ist das vielleicht tatsächlich so eine Arbeit, die mit nüchternem Magen besser läuft. Ja, ja. Nüchtern, wer ist denn hier nicht dran? Ja, wegen mir ist das letztlich... Ich würde dann die Akkus nochmal durchladen und die Daten sichern. Ja, und auf jeden Fall Ohtöne von den Leuten aus dem Dorf. Aber die GoPro lasse ich laufen. Ja, die können wir laufen. Wir sind zwar nicht da, aber vielleicht waren dann Leute oder Ratten hier durch. Also was macht ihr jetzt? Wir gehen in die Küche und machen für jeden eine Tasse Tee. Ja, beim Gartin. Ja, klar. Ja. Ja, Kapper. Und ihr wollt Ohtöne von Dorfbewohnern? Ich dachte wir fahren in dieses Tele-Tee. Wir sind zum Arbeiten hier. Hier, was zu essen? Boah, ich trinke doch hier keinen Tee. Mh, mh, mh. In der Küche sind da die meisten Keime. Du hast den alten Boiler ja gesehen, ne? Dieses verbeulte Ding, wer weiß was da alles drinsteckt. In der Küche sind die meisten... Ja, die meisten, da ist richtig so was in so einer Tasse drinstecken kann alles. Weißt du, was da schön an Tee ist? Das Wasser ist gekocht. Ich würde sagen, wir können trotzdem in die Stadt fahren und dann auch retrospektiv einfach vor dem Putzen, nach dem Besichtigen nochmal so einen kurzen Zwischenstand machen und kurz darüber reden. Reden. In der Stadt. Reden ist wichtig und gut. Gut, dann schließen wir hier erstmal alles ab. Wenn wir wiederkommen, ist dunkel, ne? Dann schaffen wir heute nichts mehr. Hier ist natürlich scheiße. Reden können wir im Dunkeln. Guck doch mal nach, wie lange der Teeladen auf hat. Oder du fährst da einfach mal hin und holst uns was. Würfel, mach mal einen Glückswurf. Ja, ich hab 20 und mein Glück liegt bei 40. Also sogar eigentlich die Hälfte. Du hast sogar zwei Balken. Na gut, die Öffnungszeiten sind bis 21 Uhr. Jetzt noch hier im August. Da kann man noch abends, also so kleine Snacks, warmes Snacks noch abends essen. Ja. Können wir noch hier schön machen, bis es dunkel wird und dann fahren wir dahin. Wo ich jetzt gerade zufällig auch in diesem Moment Empfang habe, soll ich direkt mal anrufen und einen Tisch für vier reservieren? Und ich ruf an und reservieren. Ich bin ja sehr einschaftslos. Wenn nicht, kannst du auch was zu essen holen oder sowas? Ich meine, das sind Kilometer. Also wir fangen jetzt einfach mal an, die Ratten abzuhängen und einzusammeln. Wir nehmen die extra dicken Säcke und zwei in einem und ja. Und zwei Handschuhe übereinander. Vor ich filme nehme ich noch so ein Schlückchen. Das kann jetzt echt nicht schaden, ey. Gib mir mal was ab von deinem. Willst du jetzt noch anrufen und einen Tisch reservieren? Ja, jetzt wo ich gerade Empfang habe. Ja, dann wäre letztlich Miss Albright. Sehr gerne. Lucy Albright von Lucys Teestübchen. Guten Tag, Miss Albright. Wir sind hier ein Filmteam von Kanal 12 und drehen gerade eine Doku zum Putzen vom Haus des netten Herr Gertin. Wir würden gerne um heute Abend so gegen acht mit vier Leuten kommen und zu Abend essen. Wäre es möglich, einen Tisch zu reservieren? Sie... Würfel mal auf Psychologie. Oh, gar nicht mal so gut. 97, das ist aber das Stolze. Also ich habe 65, aber ich habe eine 97 gewürfelt. Ich kann das aber jetzt forcieren theoretisch. Aber wenn ich es dann verhaue, dann forciert wirklich was Schlimmes. Kann, ja. Was kann jetzt Schlimmes... Man muss natürlich auch mal belegen, in welcher Situation man forciert. Beim Klettern? Schlecht vielleicht. Beim Telefonieren. Ja, ich forciere das mal. Aber Peter fällt eh nichts Gemeines ein. Nee, eben. Schon mal so ein Akku im Ohr explodiert. 54 und geschafft. Oh nein, es war ein Samsung. Ja, genau. Oh, das halbe Ohr fehlt. Sie wirkt... Also erst hat sie mir so eine freundliche Stimme bei dir gemeldet. Nicht sonderlich alt, vielleicht in den 40ern irgendwie. Sehr aufgeschlossen, aufgeweckt. Hat sich mit Lucy Olbeit gemeldet. Dann hast du das Landhaus erwähnt und irgendwie... Du hast so eine Anspannung in ihrer Stimme. Irgendwie... Sie zögert und das... So ein kurzes Atmen. Ja... Was möchten Sie? Wir würden gerne einen Tisch für vier Leute reservieren. Und wenn es möglich ist, im Anschluss mit Ihnen auch direkt nochmal ein kurzes Gespräch führen. Einen Tisch? Ja. Sie wollen zu Abend essen? Ja, genau. Es gibt heute Fisch'n'Chips. Was war ich weiß? Hat mir gerade eingefallen. Ähm... Ja, das ist doch hervorragend. Gut, da haben Sie England auch nie weit von der Küste entfernt. Das ist mal eine gute Sache, Fisch'n'Chips zu essen. Meistens ist der Fisch frisch. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir Fisch'n'Chips gegessen haben. Da waren wir gar nicht so gut. Das war auf der Fähre... Da war das ja so mein Glück, ne? Zurück auf das europäische Festland. Da war der Fisch, sagen wir mal. Da hat er die Cola nach Chlor geschmeckt. Exkurs Ende. Ähm... Ja, ähm... Ja, ich kann in den Tisch reisen. Ist irgendwas nicht okay bei Ihnen? Nein, alles in Ordnung. Okay, sind Sie denn dann auch im Anschluss noch verfügbar für uns für ein kurzes Gespräch? Ich weiß nicht, ob ich das... Worüber möchten Sie denn mit mir sprechen? Über die Stadt und Ihr Leben im Allgemeinen hier? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich vor die Kamera treten möchte. Okay. Ähm... Können Sie mir schon sagen, ob vielleicht auch noch mehr Leute heute Abend in diesem... in Ihrem Restaurant essen werden? Die Saison ist fast zu Ende. Es sind nicht mehr viele Gäste hier. Okay, vielen Dank für diese Auskunft. Okay, sie liegt auf. Gut, ich habe für uns für heute Abend, 20 Uhr, einen Tisch reservieren können. Es gibt Fisch'n'Chips, hat Miss Albright mir erzählt. Ja. Erzählt. Sehr schön. Fisch ist jetzt genau das Richtige. Oh ja, weil faulendes Tier, faulendes Fleisch liegt tatsächlich fischig. Aber dann haben wir wenigstens was auf, dass wir uns schon mal freuen können. Da ist ja ordentlich Essig drauf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Stimmt. Richtig. So, das heißt, ihr fangt jetzt an, die Säcke und fangt an, einfach dieser Rattenkadaver und die kleinen Knochen mit der Schippe in die Säcke zu schaufeln. Der muss das Jahre, Jahrzehnte gemacht haben, oder? Und nein, du darfst keine GoPro an die Schippe hängen. Vielleicht Zeit seines Lebens. Wow. Wie frisch ist denn der frischste Kadaver, den wir so finden? Vielleicht zwischen zwei und drei Wochen. Okay. Ich meine, was ihr gehört habt, als er umgefahren wurde von diesen Mountainbikern, hat er ja einen Sack mit Ratten auf dem Rücken gehabt. Nicht schlecht für den 70-Jährigen, ne? Ja. So einen ganzen Sack mit Ratten da noch mitzubringen. Und dann da irgendwie oben an den Seilen aufzuhängen. Vielleicht eine Leiter und so. Also es ist nicht hoch, es ist auf Kopfhöhe. Also das ist die Arbeit, was für euch die Arbeit noch ekelhafter macht, ist übrigens, dass ihr quasi umringt seid von Rattenkadavern auf Kopfhöhe. Mhm. Ich folge mal diesen Seilen und Schnüren so weit in den Wald, damit ich einmal abschätzen kann, wie tief das da reingeht, also bis wohin der das ausgebreitet hat. Oh, schon so sechs, sieben Meter. Würfen mal auf Verborgenes erkennen und horchen. Verborgenes erkennen 18. Ah, ist schon gelungen? Ja. Okay, reicht. Es muss ein Wurf gelingen, wenn schon der erste gelungen ist, dann passt das. Du gehst so tief in den Wald hinein, siehst fast keine Kadaver, und du gehst trotzdem noch ein bisschen tiefer rein, um einfach mal zu schauen, nicht, dass da auch noch irgendwie was ist. Und du hast das Gefühl, beobachtet zu werden, ein ganz unmutes Gefühl. Paul? Irgendetwas, du gehst noch ein bisschen tiefer rein, ey Paul, du hörst ihn da irgendwo ein paar Meter entfernt fluchen und boah, ist das ein Gestank. Das ist so. Ich schneide erstmal alle Seile runter. Ja, mach das. Und du siehst auch, wie sich der eine oder andere Ast hier bewegt, obwohl gerade, vor allem hier so, weil es gar kein Wind geht, irgendwie ein Ast, der sich ganz langsam bewegt. Und das ist zutiefst beunruhigend. Wirf mal auf Stabilität. Ja, ein Kreuzchen ist auch da. Das ist weit über meinem Wert. Ähm, du verlierst nochmal einen Punkt Stabilität. Langsam läuft das an. Shirley kommt sehr bleich wieder tief aus dem Wald zurück. Ein ganz unmutes Gefühl. Der ist kalt geworden für einen Moment. Und du bist beobachtet. Irgendetwas ist da. Na, Shirley, du siehst aber gar nicht gut aus. Nee, ich weiß auch nicht, was es mir ist. Mir ist es einfach nicht gut. Ich würd lieber jetzt näher am Gebäude bleiben. Irgendwie. Schon ganz schön eklig hier, ne? Ja. Das haben wir auch nicht alle Tage. Nein. Das hab ich noch nie gesehen. Das ist irgendwie eine ganz ranke Praktik, die hier nachgegangen ist. Ich mein, wir hatten diese Katzenlady. Und da war überall Katzenfutter in den Ecken vertrocknet. Und am faulen. Und das stand furchtbar. So was. So was. Die Katzenfrau? Ja. Die Verrückte. Ja. Wir kennen sie nicht. Ähm, sind diese Bänder, an denen die... Die Schnüre, ja. Die Schnüre, ja. An denen die Ratten hängen, in irgendeinem erkennbaren Muster aufgehängt? Oder nach irgendeiner Formierung? Kein Pentagramm oder so, was sich da ergibt. Sondern einfach kreuz und... Keine Pfeile. Da lang. Die sind kreuz und quer gespannt. Alle runter, damit der auf Kopfhöhlen nichts mehr ist. Genau. Dass du nicht ständig gegenstößt. Einmal ist dir das passiert, dass du dich umgedreht hast und so eine Ratte reingelaufen bist und das reißt. Du hackst jetzt alle runter. Ich hack sie alle runter. Genau. Das ist das erste, was ich tue. Dass die mit auf den Boden fallen und dann... Die sind ja auch quasi das wenigste. Der meiste Unrat liegt ja eigentlich auf dem Boden. Wirklich. Die haben sich ja gestapelt im Lauf der Jahrzehnte. Das heißt, jeder Schritt mache ich wahrscheinlich so. Genau. Unter jedem Schritt zerbersten unzählige Rattenknechen. Scheiße, ist das krass. Ich halte halt voll drauf. Und bin jetzt wirklich gerade so... Die Fenster habe ich schon längst vergessen, die ich so ein bisschen spannend und interessant fand. Und bin jetzt aber gerade so voll so... Okay. Das ist meine Story. Journalist des Jahrtausends vielleicht. Das ist ein Preis. Ich nehme so viel mit. Ich filme, was das Zeug hält. So aus allen Rohren. Krank oder Genie? Ja, einfach... Also ich bin sehr angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das entwickelt sich in eine für mich irgendwie ganz spannende Richtung. Jetzt stell dir vor, dass du hier von hier keine 25 Meter entfernt schläfst. Das ist... Ich fühle mich hier total unruhbar. Ich habe das Gefühl, irgendjemand beobachtet... Und ich meine nicht unten ihn, aber irgendjemand beobachtet uns. Du hast das Zoom gerollt. Meinst du nicht? Das ist einfach... Das überträgst du gerade, weil du unter Beobachtung stehst? Und das ein bisschen unheimlich ist? Du, ich weiß es nicht. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du dich hier wohlfühlst mit dem Scheiß. Nee, das ist widerlich. Aber ich meine, den tüten wir jetzt ordentlich ein und dann ist er auch durch. Ja. Okay, ihr habt die ersten Säcke voll gemacht. Das hat jetzt schon noch eine anderthalb Stunden in Anspruch genommen. Ihr macht die Arbeit ja auch sorgfältig und ist erstmal die Dinger runtergeschnitten, die Schnüre. Eineinhalb Stunden vergangen. Ihr seid jetzt so weit, mal eine Fuhre quasi in diese Müllverbrennungsanlage nach Applefort zu fahren. Packt alles hinten rein, schließt wieder ab, denke ich mal, und fahrt los durch den Ort. Richtung Applefort. Bringt dort die ganzen Sachen zur Müllverbrennungsanlage. Du hast ja auch so eine Lizenz für dein Reinigungsunternehmen. Hast du vielleicht auch schon mal telefonisch vorab angemeldet oder so, dass da was kommt, wenn der dann durchgekommen sei. Ein Mitarbeiter begrüßt dich. Alles klar, was haben sie denn da? Ratten und Kleintier-Kadaver. Alles klar. Die Säcke da? Ja. Sonst noch irgendwas? Sondermüll, was entsorgt werden muss? Wir haben da noch einen Stapel Chemikalien. Die will ich aber eigentlich nicht anfassen. Chemikalien? Können Sie eigentlich jemanden empfehlen hier aus der Gegend, der die abholen kann? Ich kann Ihnen was mitgeben, Behälter, in denen Sie die Chemikalien hier zu uns bringen können. Wir können die hier lagern und dann entsprechend auch entsorgen, das ist kein Problem. Ich habe ja nur keinen Mitarbeiter, den ich gerade abstellen kann. Normalerweise werden die Sachen dann zu uns gebracht, aber ich kann Ihnen da was mitgeben. Sie haben eine Lizenz. Wir sind ja fast Kollegen, also zumindest ungefähr. Hast du, ne? Hast du. Ich laufe. Dann gebe ich Ihnen ein paar verschlusslichere Behälter mit und dann können Sie die Sachen da einlagern, hier hinbringen und dann können wir das entsprechend halt auch ordentlich entsorgen. Wir haben nämlich eine Lizenz dafür halt auch. Dann können wir das Ganze auch entsorgen. Wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir wirklich hier verantwortungsbewusst damit umgehen. Wir machen auch sehr viel Werbung hier in der Region, dass man den ganzen Kram nicht irgendwo hinkippt, sondern hier bei uns anstandsmäßig dann auch entsorgt, damit die Chemikalien nicht sonst wo hingekippt werden. Wir hatten das ja letztes Jahr gehabt, dass da drüben an einem Fischweier, wenn Sie da hinten die Straße runterfahren und dann links den kleinen Schotterweg da entlang. Wenn Sie da zu dem Fischweier kommen, der ist ja voll umgekippt, weil da jemand seine Sachen da reingekippt hat. Ich kann Ihnen sagen, das war eine riesen Sauerei, die ganzen Fische totschwammen oben, alle waren tot unglücklich gewesen. Da waren echt schöne Karpfen auch drin gewesen. Die hätten immer die Gesichter sehen sollen. Was kann bei einer unsachgemäßen Entsorgung dann locker mal passieren? Oder die Leute tun sich da selber weh. Das haben wir auch schon gehabt, mit giftigen Chemikalien irgendwie so verätzt und dann ist das Geschrei eben groß Atemnot und dann geht das halt los, ab ins Krankenhaus. Das hatten wir auch schon. Deswegen leisten wir hier eine vorbildliche Aufklärungsarbeit und versuchen die Leute zu bewegen, eben gefährliche Chemikalien und ähnliches auch hier zu uns zu bringen. Kann ich Ihnen vielleicht noch ein paar Flyer mitgeben, die Sie dann noch verteilen können? Hast du vielleicht noch Handschuhe? Ja klar, Handschuhe kann ich dir mitgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Das eine Zeug ist durch meine Handschuhe durch durch. Ach du schon, wie sieht das denn aus? Das ist aber schimmig übel verätzt. Und da habe ich nur den Metallbehälter, der noch ganz heil aussah, versucht umzudrehen. Der normale Gummihandschuhe bringt es dir da nicht. Das ist aber ein übles Zeug, da musst du wirklich aufpassen. Boah, ich gebe dir was mit. Ich habe da noch ein paar Handschuhe für solche Spezialeinsätze. Ja klar, da musst du wirklich aufpassen. Da würde ich mir mal nachsehen lassen. Wir haben hier ein Krankenhaus in Appleford. Ja, so schlimm ist das nicht. Ja, war ja nur ein Tipp. Könnten wir noch den Namen für die Bauchbinde unten haben? Mr. Johnson? Nicht Shadowrun, aber Shadowrun auf vielen. Musst du immer Werbung einbringen für die Spiele. So ein Glück, dass du dich hochhältst und ein kleines Werbensching in dein Spiel. Spielt mehr Shadowrun. Spielt mehr Shadowrun? Ich mag Shadowrun. Und ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Sehr, sehr gerne. Das heißt, wir bringen noch ein paar Fuhren dabei. Wie viele Wetten das noch ungefähr? Du hast jetzt so vier, fünf Säcke oder so. Boah. Ja, das wird nur eine Menge. Da ist noch richtig viel von dem Zeug zu holen. Alles klar. Also wir haben ja heute noch bis ... Was haben wir denn jetzt? Eben war es 14. Da habe ich seit 1,5 Stunden etwas gedauert. 15,30 Uhr. Ihr seid nach Appleford gefahren. Jetzt haben wir 16,15 Uhr. Vielleicht kriegst du heute noch eine Fahrt. Wir haben ja bis 18 Uhr geöffnet. Ja, eine Fahrt wird das dann ... Da muss man schon fast über den Laster nachdenken, so viel ist das. Ich kann Ihnen nicht helfen. Machen wir erst mal, bis soweit wir kommen. Machen wir erst mal, genau. Alles klar, einen schönen Tag noch. Dann sehen wir uns vielleicht später noch oder morgen. Genau, so machen wir das. Und ich würde das wirklich mal nachgucken lassen. Das sieht ja auch nicht gut aus. Ja, ja. Nicht anstellen. Ja, ich habe das auch mal gehabt. Das hat sich ganz schön entzündet. Boah, das hat gerochen. Also nach Käse. Hätte schlimmer kommen können. Hätte nach Fisch riegen können. Oh Gott. Ihr fahrt zurück. Ja. Durch den Ort durch. Vorbei an dem Teeladen, wo ihr heute Abend dann auch schön einkehren wollt. Weiter wieder hinten zum Landhaus zurück. Und packt da weiter aus. Wie sieht denn der Teeladen so aus? Du siehst draußen auf dem Bürgersteig ein paar Tische aufgebaut. Auch ein paar Sonnenschirme, die jetzt eher Regenschirme sind. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Du siehst da ein Ehepaar oder ein Pärchen sitzen. Die haben so Regenmäntel eben an. Mampen da ihre Stullen, ihre Sandwiches dann eben. Du kannst da durch die Gardinen kommen und durchgucken. Vielleicht sitzt da noch jemand am Fenster. Aber es scheint nicht sehr, sehr voll zu sein. Ich wollte jetzt auch nicht aussteigen. Ich wollte nur beim Vorbeifahren mal gucken. Ja, genau. Ihr fahrt wieder zurück. Ihr fahrt wieder zurück. Und irgendwie packt ihr wieder eure Sachen aus. Und irgendwie... Würfelt mal auf Intelligenz. Was? Muss ich das? Ja, muss nicht, aber... Bildung oder... Nee, Intelligenz. I.N. Idee ist jetzt quasi gleich I.N. Bei Coutube 7. Nee, nee. 55. Fünf drunter. Also geschafft. Drei drunter. Ich hab ne sechs gewürfelt. Das klingt aber schlau von dir. Und du? 82 von 70. Alles klar. Äh... Okay, ihr habt es gerade so geschafft. Du hast es... Bravour. Als ihr zurückkommt, habt ihr irgendwie so ein seltsames Gefühl, als ihr den Wald seht. Aber ihr könnt das nicht wirklich beschreiben oder so. Außer, dass das sowieso einen... düsteren und unheilvollen Eindruck auf euch gemacht hat. Packst wieder neue Säcke aus. Gehst da wieder rein. Du holst mal ne andere SGD-Karte. Du stehst da. Und du hast das Gefühl, dass der... Dass der Wald irgendwie näher in das Haus herangerückt ist. Du bist dir ziemlich sicher. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher... Die hat ja nun sechs gewürfelt. Als wir weggegangen sind, weiter weg vom Haus waren. Ist doch Quatsch. Die Strecke war doch schon längst. Mhm. Tom, können wir nochmal deine Aufnahmen sehen? Vom Haus mit dem Abstand, dass man das nochmal kurz beurteilt hat? Also das sieht... Ich fang schon mal an mit Aufräumen. Ich hab die jetzt gespeichert auf dem Laptop schon. Gerade runtergezogen wieder von der Speicherkarte. Na gut, aber... Moment, sie hatten ja diese kleine Kamera. Die Go... Gopri? Gopri, ja. Die hatten sie doch da einen Baum. Also falls hier irgendwas komisch wäre, dann müsste das da drauf sein. Sehr gut, Tom. Danke, dass auch du daran gedacht hast. Die würde ich an der Stelle wirklich echt nicht so gern abbauen. Wenn ich die jetzt... Ich krieg die nie wieder an die gleiche Stelle, dass ich das im Timelapse zusammenfrickele. Das verzögert die Post tierisch. Ja, aber die ganze Rattensache ist ja jetzt durch. Also was wollen sie denn da noch? Wo ist das denn durch? Die Ratten sind noch... Ne, wir haben noch echt viel, 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 viel... Ja, Scheiße. ...einzupacken. Ja gut, dann lass uns das hängen und gucken heute Abend nochmal nach. Können heute Abend, können wir alles gucken. Das wär mir schon noch... Und wir haben ja hier einen Haufen zu tun. Und jetzt haben wir offensichtlich auch ein Zeitproblem, das noch zu schaffen. Und es scheint mir sehr spannend, sowas abzubilden. Und dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein paar Aufnahmen, die das Ganze in Action zeigen, die euch als Arbeitende, als Putzende hier auch zeigen, die ihre Arbeit verrichten, ohne dass wir uns auch diese... Große Werkzeuge wären noch was. Ja, habt ihr irgendwas Großes, Maschinelles dabei, was vielleicht auch ein bisschen Lärm macht? Ich hab den Kerl hier mit, aber der hilft jetzt hier nicht. Nee. Ähm, ich lass Paul vielleicht kurz vorgehen. Miss Petersen? Also, ich find den Wald auch echt unheimlich. Danke. Und Sie sind sich sicher, dass der... Ich bin mir ziemlich sicher, dass der näher gekommen ist zum Haus. Ziemlich sicher. Wissen Sie was, wir machen eine Markierung. Und falls nochmal irgendwie was Komisches passiert, dann haben wir einen Beweis. Wir... Schatz, ich hab hier schon zwei Säcke voll und du hast noch nicht mal angefangen. Ich komm mal! Gleich! Nee, wir hatten jetzt auch noch wichtige Besprechungen hier zu machen, zu den kommenden Drehs und allem. Ich möchte jetzt auch bitte das mal im Fokus behalten. Dafür sind wir schließlich auch hier. Das kann man auch machen, während man arbeitet. Weitermachen, Tom. Weitermachen. Ich drück so einen kleinen orangenen Warenwimpel an den Boden da, wo der Baum steht, der am nächsten am Haus ist. Na klar, ihr habt ja so Material für Absperrungen und so weiter halt. Genau. Machst du. Und dann... Krabben. Ihr schaufelt weiter Rattenkadaver und Rattenknochen in die Säcke rein, bis ihr wieder quasi eine Fuhre voll habt. Und dann fahrt ihr noch ein letztes Mal quasi für heute, bevor die Müllbeseitigungsanlage dann eben schließt, Richtung Appelfort. Also ich roll den kompletten Wagen aus, damit wir hinten so viele Rattenkadaver wie nur irgendwie möglich reingequetscht kriegen. Dass wir vielleicht morgen noch ein, zwei Fahrten oder sowas machen müssen. Ja, genau. Alles klar. Ihr fahrt im letzten Moment los, so wirklich so halb sechs. Du trittst ordentlich auf die Tube, damit ihr halt noch um 18 Uhr da seid und die Sachen entsorgen könnt. Würfel mal auf Autofahren. So was gibt's? Ja. Okay, das steht unter A wie Autofahren. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alles klar. Du nimmst diesen geschwungenen Weg, der hier durch die Hügel, zwischen den Hügeln vorbeiführt. Einfach wie im Schlaf, als wärst du diese Strecke schon hundertmal gefahren. Und ihr kommt zehn Minuten bevor die Müllverbrennungsanlage schließt dort an. Könnt die Säcke noch in Ruhe ausladen und euch verabschieden. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Was für eine Sauerei. Habt ihr irgendwie davon schon gehört oder so? Wir haben nur den Auftrag gekriegt, das Haus sauber zu machen und dann haben wir das gefunden. Wovon gehört? Das ist das Landhaus bei Muscovy, von dem Rattenfänger dort. Ja, ich hab gehört, dass wir einen haben, aber ich bin nicht von hier. Ich wohne erst seit wenigen Jahren hier. Hast du mal mitgewogen, wie viel Kilo wir abgegeben haben? Mit dem, was ihr jetzt gerade gebracht habt. Lass mich mal rechnen. Wie viele Säcke du hier? Hast du ja. 250 Kilogramm Rattenknochen. Das waren, wie viel wiegt denn so eine Ratte wohl? Naja, man kann sich ja ausrechnen, wie viele Ratten das waren. Viele. Was eine Ratte wiegt, nachdem die Feuchtigkeit weg ist? Nicht mehr viel, würde ich sagen. Knochen wiegen immer noch ein bisschen was. Ja. Boah, ganz schöne Schweinerei, ich sag's euch. Naja, ich mach jetzt erstmal den Laden dicht, schließe hier ab. Wünsche euch noch einen schönen Abend, dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen kommen wir noch ein paar Mal. Kannst dich schon freuen. So, jetzt Henne waschen und was essen, würde ich sagen. Und raus aus den Papieranzügen. Ja. Ich fahr jetzt nicht nochmal zum Landhaus zurück, sondern direkt zur Teestube. Ja. Ja. Alles klar. Die Teestube. Die Teestube. Die Teestube. Den Gehweg habt ihr ja schon gesehen, mit diesen lustigen Schirmen und den Picknicktischen. Ihr betretet das Teestübchen, eine Messingglocke ertönt, kündigt euer Erscheinen eben an. Ihr seht auch am inneren Tisch mit rot-weiß karierten Tischdüchern. Auf jedem Tisch steht auch ein altes Marmeladenglas, in dem sich jetzt frische Schnittblumen befinden. Ihr seht überall alte Holzregale, in denen verschiedene Porzellanteller, Karaffen und ähnliches aufbewahrt werden. Aquarellmalereien von Landschaftsmerkmalen hier aus der Region. Alles sehr, sehr britisch eingerichtet eben. Seht noch ein weiteres Pärchen offenbar Touristen, die hier ein Abendessen einnehmen, auch fischen Chips. Und ihr werdet auch schon bald von der guten Lucy begrüßt. Ja, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Miss Albright. Mein Name ist Amanda Peterson. Wir hatten heute Mittag telefoniert und ich hatte einen Tisch für vier Leute. Ach ja. Ja, genau. Da bitte. Möchten Sie etwas trinken? Einen Doppelten. Sehr gerne. Einen Scotch? Scotch. Ja, gerne ein Wasser für mich. Ein Wasser. Tee. Tee. Da seht ihr die gute Dame also noch. Dann kannst du ja fahren, Schatz. Richtig jung. Dann nehm ich ein Bier. Ja. Was hab ich gesagt? Mitte 40? Ich glaub, sie ist Mitte 20. Ich hab ziemlich viel jünger aus. Details. Wie sich manchmal Charaktere und Details während des Rollenspiels ändern. Hast du nicht gesagt? Wenn ihr ein Bild dazukommt, ne? Genau, wenn ihr ein Bild dazukommt. Oh, sie hat sich wirklich gut gehalten. Ja, genau. Sie hat einfach richtig, richtig gut gehalten. Mitte 80, ein zweijähriger Kerl. Das ist alles gut. Ja. Wohnen Sie schon immer hier? Ich, nein, nein, nein. Noch nicht lange. Ich, äh... 47, okay. Noch mal nachgerufen. 47? Hat sich einfach gut gehalten. Ja, ja. Wirklich gut gehalten. Kann man das nicht gleich mit On-Tender machen? Ich hab das Café erst kurz nach Ostern hier eröffnet. Ich bin noch nicht so lange hier. Okay. Ich, ähm, hab noch mal neu angefangen. Später dann noch mal ganz genau zur Sprache. Okay, danke, Miss Allbright. Dann würden wir erst mal vier Fischen-Chips-Portionen auch dann hinziehen. Mhm. Das ist aber auch irgendwie schön. Irgendwie sich dann doch den Lebenstraum erfüllen. Besser? Als selbstbewusste Frau. Es ist nie zu spät für eine Frau, den Lebenstraum zu erfüllen. Und auch einfach mal den Schritt zu gehen, den ihr manche Männer vielleicht auch manchmal ausreden möchten. Ja, die Replicke schweifen. Ja. Nebenbei immer noch über diese kitschige Inneneinrichtung. Hier mit den ganzen Porzellantellern und Tassen und alles. Also ich find die süß. Hitzig. Hier machst du keine Aufnahmen. Das ist so langweilig. Das kannst du nirgends reinbringen. Ich bin gedanklich auch noch völlig bei den Ratten. Ratten, Ratten. Ratten, ja. Ratten, ja. Ich seh's grad voll gruselig vor mir. Mega. Das ist richtig, richtig gut. Da geht was. Ich hab auch Bock mir die Bilder anzugucken. Ich hab den Laptop auch drin mit. Und könnte also jederzeit auch da noch mal reingucken, weil das ja auch noch mal eine Überlegung hat. Das Material zu gucken. Ja, mach doch mal. Tom, würdest du mal die Aufnahmen bitte vergleichen? Von heute Vormittag und als wir das erste Mal von der Müllanlage zurück kamen. Ob der Wald vielleicht näher an... Von dieser GoPro? Die GoPro hängt noch. Ja, die hängt noch. Die GoPro hängt noch. Die haben wir nicht abgehängt. Okay, dann... Das sind ja quasi die Bilder, die am Essen... Ach Tom, das wirklich... Ich hab nur einmal unten vom... Ich hab nur jetzt einmal von unten von der... Vom Haus hoch zum Wald. Ja. Ist perspektivisch schwierig abzuschätzen. Kannste mal hier so... Kannste mal gucken, ob sich... Sieht für mich gleich aus. Ich schieb das auch ein bisschen so zu Shirley rüber. Also ich finde, man sieht da schon auch, dass der Abstand sich irgendwie verändert hat. Die Bäume stehen gar nicht mehr so. Also wenn man das sehen möchte, vielleicht. Wenn nicht, dann... Schwierig. Also ich hab wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl in diesem Wald. Ich bin da einfach seit 20 Jahren Ehemann. Ich hör das gar nicht. Das ist schon so oft gehört. Der Wald. Und da sind wir. Der Keller. Mir ist kalt. Genau. Neues Bad. Die alten Kacheln. Und, und, und. Darf ich meine Füße unter der Decke stellen? Geh, wenn mir Dinge unterstellt. Na gut. Na gut. Euch werden die Getränke serviert. So. Die Fischentüche brauchen noch einen Moment. Es wird alles frisch zubereitet. Die geht dann wieder. Gut. Und. Tom, kannst du nicht auch mal leise trinken? Hast du den Doppelten weg, oder? Ne, ne, ich genieße den. Ne, du geniehst den, ne? Das ist ein guter. Ich hab jetzt erstmal Feierabend heute. Und ich hab richtig geile Arbeit gemacht. Wirklich. Das sind Bilder, von denen werden wahrscheinlich viele Leute noch sprechen. Ja klar. Das ist schon krass. Das wird vielleicht mein neues Meisterwerk. Vielleicht mal wieder ein neuer Fernsehpreis. Die Frage ist nicht nur welcher Preis, sondern wie viele Preise. Das ist eigentlich die Frage. Die Frage ist, wie viele Preise. Wie viele Preise. Und welchen. Gut. Dann serviert sie euch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später Fisch'n'Chips. Lassen Sie es sich schmecken. Möchten Sie noch ein Wasser? Ja. Bitte. Ich nehm noch einen doppelten. Ähm. Entschuldigung. Noch einen kleinen Faglis? Ja. Genau. Ähm. Der Fisch. Der Fisch. Vielleicht hat Miss Petersen das schon gesagt. Wir arbeiten ja an dem Haus von Mr. Gartin. Mr. Gartin, ja. Haben Sie da irgendwie was drüber gehört? Ich mein, wir wurden da gebeten. Wir haben da gebeten. Äh. Ich glaub wir haben noch gar nicht angefangen. Ne, ich hab noch gar nicht angefangen. Sie ist noch gar nicht weg. Sie hat nochmal eine neue Getränkebestellung aufgenommen. Ich hab grad den Essig aufgemacht, um den über die Chips zu verteidigen. Sie war grad dabei sich umzudrehen und wieder in die Küche zurück zu gehen, dass du sie nochmal zurückhältst und die Frage gestellt hast. Was? Ja? Ja. Ich mein, war der ein bisschen seltsam oder so? Also ich mein, wir haben ja komische Sachen gefunden. Ich fiff mal auf Scham oder Überzeugen. Ich hab's aber nicht verkackt. Schaum, 55, Überzeugen, 65. Dann wohl auf Überzeugen. 47. Uh, gelungen. Ich mach übrigens jetzt gerade in meiner, ähm, der Laptop ist ja noch aufgeklappt. Und ich hab zwar meine, die Kamera ist noch im Auto, aber ich mach schon mal hier die Laptop-Kamera. Da schalte ich mal kurz auf Aufnehmen. Das hab ich natürlich im Shortcut. Im Shortcut auf Alt-R hab ich das geshortcutt. Und, äh, jetzt nimmt die Kamera auch ein bisschen Ton mit auf und alles. Und nun, äh, was soll ich dazu sagen? Wie war die Frage? Ah, was? Oh nein, ob der alte Mr. Götin irgendwie, galt der vielleicht als wunderlich? Oder haben Sie da was drüber gehört? Wunderlich? Er hat Rattenfinger und was er da macht, das ist ekelhaft. Einfach nur, einfach nur ekelhaft. Also Sie wissen davon, dass er die Ratten in den Wald gehängt hat. Was? Nun, es hat, das was er gemacht hat, was er macht, hat viele Besucher abgeschreckt. Und, 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 Maskubi hat einen ganz schlechten Ruf eingebracht. Ich mein, ich bin hier hin, um, um, um neu anzufangen. Und, äh, mein Geld hier, hier rein investiert. Und, nun ja, es kommen weniger Besucher als, als anzunehmen war, weil sich das rumspricht. Und, trotz des, des tollen Sommers, den wir hier hatten. Also. Sie versucht, ihre Fassung zu wahren. Also, wir machen das gerade alles weg. Also, der ganze Kram, wir entfernen den, ja. Und, ich dachte nur halt, wir haben vorher, uns wurde vorher nichts davon gesagt. Oder, wusstet ihr irgendwas davon? Die wurden nur mit auf diesen Dreh hier geschickt. Von Ratten an Bäumen wusste ich nicht. Nein, ich, dann, dann hoffe ich, dass sie da bald aufräumen und, 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 den ganzen Unrat und alles beseitigen. Und, äh, Albright, was wird sich denn hier im Dorf über den Herrn erzählt? Dass er eben, was er da mit den Ratten macht, dass er sich dort aufhängt und zur Schau stellt. Und, ich, ich möchte nicht, wenn, sollten sie nach Appelfort gehen. Dort, in die Bibliothek oder auch in den Pub. Der Alte und, und, und der junge George, die hier den Pub hatten, sind, äh, sind dieses Jahr, äh, nach Appelfort gezogen. Sie wollten nicht länger hier bleiben und haben dort, ja, und haben dort das Golden Ram übernommen. Sie können sicherlich einige Geschichten zum Tal erzählen. Haben Sie den alten Gurtin mal getroffen? Ich habe ihn mal aus der Ferne gesehen, aber nachdem, was ich von einigen Leuten hier gehört habe, ich bin nicht mehr aus dem Weg gegangen und wollte nichts mit ihm zu tun haben. Oh. Ja. Äh, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für, fürs Essen, das sieht hervorragend aus. Ja, danke. Lassen Sie es sich schmecken. Sie fährt sich grob durchs Haar, Ihre Hände zittern so ein bisschen und sie geht zurück in die Küche. Ich piepse meine ersten Chips auf und fange an zu essen. Okay, und ich würde mal sagen, während quasi eure Charaktere hier eine kleine Pause einlegen und hier Fischen Chips essen, noch den ein oder anderen Drink zu sich nehmen. Schmeckt ja sehr lecker, dieser Scotch. Puh, er knallt aber auch ganz gut auf nüchternen Magen, der Erste. Und jetzt, aber, ihr macht die Hand erst richtig ruhig. Weil nicht der Erste ist heute. Es war nicht der Erste. Das gibt dir die ruhige Hand, die du brauchst zum Arbeiten. Werden wir auch noch mal eine kurze Pause hier einlegen. Legen noch mal den ein oder anderen Drink. Nur Wasser hier drin. Bei uns gibt's kein Wasser. Und dann gleich nach der kurzen Pause wieder vor euch da sein. Und dann schauen wir mal, wie es weiter geht und was Muscovy sonst noch so vor sich geht. Und was die Leute aus Appelford vielleicht zu erzählen haben über die Geschichte des Rattenfängers. Und ja, wir dürfen gespannt sein. Genau, vor 10 Minuten sehen wir uns wieder. Jawoll. Nachdem in die Nacht. Untertitelung der Jugend des ZZDF. und bei uns gemeinsam geht es hoch, Before husband and I to battle die Window. Also ging eine Initiative, Jahr. In a Vielen Dank. 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 Okay. Ich glaube, zufällig, Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt hier wegen... Nein, nein, nein. Ich sage, wir können da filmen. Domestic Abuse irgendwie. Ich mache mir eher Sorgen, was der mit dem Möttinger einmacht. Wie stehen wir denn dann da? Wie denn? Ja, als hätten wir irgendwie was hier mit einer Rappenplage zu tun oder so. Ach so. Das wäre kein gutes... Ja, können wir hier los? Wir können unterwegs weiter essen. Wir fahren erst mal zum Haus, okay? Ja. Nicht? Du könntest nicht am Tag weg tun. Was wenn... Wie ich den Film jetzt sehe, aktuell, brauchen wir dringend eine Stimme von jemandem, der uns den ganzen Mist hier erklären kann. Wir sollten erst ins Krankenhaus fahren, zu dem Kerl gehen und sagen, was ist mit deinen Ratten los und deinem Wald. Bilder vom Wald, von den Ratten habe ich genug. Ich habe sogar Bilder von den Ratten hier bei uns in der Pension. Und wir haben Bilder von dem Wald, wie es sich bewegt. Wir haben alle Bilder. Du hast denn ernsthaft gefilmt, während sie angegriffen wurde? Danach. Kurz danach. Also noch während die Ratten weggelaufen sind. Ich bin schnell. Gut. Und heiß. Dann fahren wir schnell ins Krankenhaus. Dann gucken wir weiter, was uns Goethe, Mr. Goethe. Ja, gut. Wenn sie uns mit ihm reden lassen. Wenn er überhaupt wach ist. Wir sind ja da als Patienten erst mal. Genau. Also ich tue euch jetzt jedenfalls erst mal die Notaufnahme. Ihr seht ja wirklich so aus, als hätten wir euch gegenseitig irgendwie. Ich tue euch mal die Nahaufnahme. Das heißt, ihr setzt euch jetzt alle in den Transporter und du fährst jetzt erst mal nach Appelford. Ist ja nicht weit weg. Genau. Unter halbe, dreiviertel Stunde. Das hat den Weg ja schon zweimal gefahren. Ins örtliche Krankenhaus. Die haben da auch eine Notaufnahme. Das Krankenhaus ist ein relativ neues Gebäude am Stadtrand. Wie gesagt, verfügt über eine Notfallambulanz. Wollt ihr da quasi als erstes hin, um euch als Patienten anzumelden? Okay. Ja, aber ich auch tatsächlich ausschließlich, weil ich denke, wir kommen da geil rein durch die Nummer. Wenn du da jetzt festgehalten wirst und versorgt wirst, könntest du ja viel verpassen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich... Ich glaube, ich bleibe nicht festgehalten. Aber ich glaube, das ist ein guter Moment, um erstmal in diesen Laden reinzukommen. Und wir können es aufteilen. Ihr fragt mal nach diesem Rattenfänger. Und wir sind dann schon mal im Krankenhaus. Und wenn sie euch wieder wegschicken, dann komme ich mit der Kamera nach. Ich verstehe den Plan nicht. Ich glaube, was er sagen wollte, war, wir kommen erstmal als Patienten dahin. Wir sind ja auch sichtlich verwundet. Ihr versucht rauszufinden, auf welchem Zimmer Goethe liegt. Und dann treffen wir uns in der Notaufnahme und wir gehen alle gemeinsam zu dem Kerl. Okay, das hat er aber kompliziert erklärt. Ja, so ist er. Okay, machen wir. Müssen wir nur eine Information fragen. Ja. Ja. Also wie ist es jetzt? Habt ihr euch geeinigt? Ja, so machen wir das. Ja, lass uns doch vorher noch irgendwie Brötchen kaufen gehen oder so. Dann wird das so, als hätten wir ein Geschenk für ihn. Und ich habe Hunger. Trauben und einen Blumenstrauß. Der Blumenstrauß ist halt ein bisschen schade drum. Dann halt nur Trauben. Okay. Trauben oder so ein bisschen Ost vom... Trauben. Traditionelle britische Gabe, wenn man im Krankenhaus liegt. Ja, Trauben. Ich weiß nicht warum. Ah, wieder was gelernt. Achtung, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Trauben. Rollenspiel bildet. Rollenspiel bildet. Wir kaufen Trauben. Trauben. Und ihr geht vorne zum Tresen, um euch anzumelden, um das Team zu besuchen. Und ihr geht direkt in die Notfallambulanz und lasst euch da... Hab ich schlimme Augenringe, Schatz? Versorgen. Verarsten. Verarzten. Okay. Ja, ihr kommt dann auch schnell dran. Es ist jetzt nicht so viel los in dieser Notfallambulanz. Was? Jemand hat sich mit der Heckenschere irgendwo reingeschnitten. Das sind die klassischen Haushaltsunfälle halt. Ihr werdet da versorgt. Zum Teil auch gelegt zusammen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ganz schön tiefer Biss. Das ist keine Ahnung von mir erwartet. Das werden wir mal alles schön desinfizieren. Da und da. Und das würde ich auch nähen. Der Rest wird so verheilen. Und wann sind sie zuletzt geimpft worden? Haben sie einen Impfpass dabei? Habe ich nicht bei mir, nee. Oh, das ist nicht gut. Dann würde ich lieber nochmal ein bisschen was nachjagen. Bück dich schon mal. Genau. Ja, das kann nicht schaden. Ich würde gerne... Viel hilft, viel. Ich würde nicht... Das muss auch auf jeden Fall in den Po gemacht werden. Ich mache das bei mir, bei meinem Hausarzt immer. Ich muss das jetzt... Sicher ist sicher. Augen zu und dann die Königin werken. Er rammt hier richtig schön kraft, weil die Spritze rein... Das tut ganz schön weh. Du bekommst immer drei Trefferpunkte zurück. Siehst du. Ich dachte, er würfelt jetzt aus, wie viel Schaden geht. Aber durch die Spritze... Ja, aber durch die Spritze... Schon wieder voll. Passt, oder? Du hast viel verloren. Ja, voll. So lange er noch durchblickt, will ich... Du bekommst das Reizkästchen raus. Immerhin. Du bist auch versorgt, bekommst auch nochmal eine Tethosnussspritze. Und ja... Ja, auch ein bisschen genäht. Was ist Ihnen denn passiert? Ratten. Sind hier schon mal Leute mit Rattenbissen eingeliefert worden? Nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Nein. Rattenbissen sind so viele, aber... Wenn sie eine Ratte in die Enge treiben, dann schnappt sie schon mal zu. Aber dass so viele Ratten jemanden angreifen, davon habe ich ja noch nie gehört. Es waren mehrere Ratten. Wie viele? 20... Mindestens 2. 20? Mindestens 2. 2 oder 20. 200. 20, 30 Ratten. Es waren auch schon mal 40. Ja. Du hast auch schon 40 gesitten. Ja, klar. Aber wir schätzen mal so auf 20, 30 Ratten. Also 20 bis 60. Wie? Und haben sie da ein ganzes Nest ausgeräuchert? Wir sind auf Putztrip. Und ja. Was hat denn diese Stadt hier mit Ratten? Wir haben am Ortseingangsschild auch schon Ratten auf den Abbildungen gesehen. Ihr seid jetzt in Appelford. Nicht in Muscovy. Ihr seid in Appelford. Mein Fehler. Alles gut. Gut, ihr werdet was so auf. In der großen Stadt, wo es schön ist. Wir switchen zu euch. Ihr seid am Empfangstresen. Seht dort in die Augen eines gelangweilt, dreinblickenden jungen Mannes. Ja. Entschuldigung. Wir sind hier für Mr. Gertin. Mr. Gertin. Trauben. Ja, einen Moment. Er tippt etwas in einen veralteten Computer. Mr. Gertin. Ja. Er ist in keiner guten Verfassung. Sind sie Freunde oder Familienangehörige? Entfernte Verwandte. Ich bin seine Großnichte. Die Großnichte. Mhm. Naja, ich weiß nicht. Der arme alte Mann ist so verwirrt. Er ist ziemlich schwach auf den Beinen, ja. Ich weiß nicht, ob ihm das gut tut, die Aufregung. Ja, aber es ist doch das letzte Mal, dass wir ihn besuchen können. Was? Nein. Der ist doch schon alt. Ach, boah. Und wenn er jetzt auch noch so schwach auf den Beinen ist, dann müssen wir uns reinhalten. Entschuldigen Sie meinen Mann. Wir wollen nur kurz reinschauen und wir werden ihn auch nicht aufregen oder stören. Naja gut, ich meine, es hat ihn bisher noch niemand besucht. Von daher fragt er sich bestimmt über Ihren Besuch und die Trauben, ja. Aber nur kurz, ja? Ja. Wir wollen ja nicht, dass er sich aufregt hat. 115. Vielen Dank. So. Ja, ich hole mein sehr altes Mobiltelefon raus und tippe eine SMS. Hab ich schon, Schatz. Hab ich schon. Oh. Aber gerade. Ich packe mein sehr altes Mobiltelefon direkt. Hier ist der Empfang auch ein bisschen besser. Ich habe nämlich so auf dem Machen. Ja. Tack, tack, eingetippt und dann SMS hier verschickt an das Filmtelefon. An das Filmtelefon. Ja, weil sie dieses Jahr ansprichbar sind. Ja, außerdem hast du ein Handy. Und mir kein zersplittert ein Display. Äh. Also. Wir müssen auf Zimmer 115. Wie heruntergekommen muss man eigentlich sein, dass man ein Telefon mit zersplittertem Display hat. Ihr trefft euch dann zusammen oben. Wartet, bis sie auch da sind vor der Türe. Ja. Gertin liegt auf einer Station mit pinken Wänden. Das fliegt hier natürlich stark nach Desinfektionsmitteln. Und wenn ihr nochmal fragt oder so, eine Schwester dort oben, die wirkt ziemlich abgehetzt. Ey, ja, das ist da hinten. Links in dem Gang. Wie geht's ihm denn? Er ist sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Also wirklich nur ein kurzer Besuch. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Sofort unterwegs. Rennt den Gang entlang. Sieht aus, als hätte sie schon ein paar Schichten gefahren. Und lässt euch alleine stehen. Okay, dann klopft noch rein. Wir warten unruhig, bis sie kommen. Und dann... Warte kurz, ich mache schon mal die Kamera fertig. Die ich allerdings in ihrer Tasche lasse. Dass nur vorne die Linse herausguckt. Na du, Fuchs. Und habt das so parat gelaufen. Ja, bei Luft. Halt ja nur. Das war herein, oder? Ja, eindeutig. Ich habe es auch gehört. Dann Tür auf und schnell rein. In dem Zimmer stehen zwei Betten, wovon aber nur eins belegt ist. Mit Mr. Gertin. Ein älterer Herr. Wir haben auch gleich ein Bild, was eingeblendet werden kann. Der hier in seinem braunen... Wo alt ist er noch gar nicht? Schön, dass du zwei Jahre in Folge bei uns im Stream warst. Junge Gesichter, frische Gesichter. Leute mit Bart. Das ist Bart. Bisschen neidisch? Der alte Gertin, der hier nicht diese abgetragene Jacke trägt, sondern einen braunen, blauen Schlafanzug. Er sitzt auf seinem Bett, steht abrupt auf, als ihr reinkommt, wirkt sehr überrascht und blickt euch unangenehm durchdringend an. Sind Sie meine neuen Ärzte? Kann ich jetzt gehen? Sind Sie meine neuen Ärzte? Bitte lassen Sie mich nach Hause gehen. Bisschen Spucke quillt hervor. Sie müssen mich gehen lassen. Ich muss nach Hause. Mr. Gertin, was ist mit den Ratten? Die Ratten. Die Ratten. Er wirkt verwirrt und sehr, sehr aufgeregt. Und Mr. Gertin, wir haben auf Ihrem Gelände sehr viele Ratten gefunden. Sind Sie meine neuen Ärzte? Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nein, wir sind... Traum? Mr. Gertin. Ich nehme den Schlemmbrett oder sonst irgendetwas. Meine neuen Ärzte, kann ich jetzt nach Hause gehen? Mr. Gertin, ich bin Ihre neue Internistin. Wie geht es Ihnen denn heute Morgen? Ich muss nach Hause gehen. Ich muss nach Hause gehen. Weswegen müssen Sie denn so dringend nach Hause, Mr. Gertin? Habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sagen Sie mir es nochmal. Das ist doch ein Test für Ihr Gedächtnis. Und wenn wir zufrieden sind mit dem Ergebnis... Die Tür kann man von innen nicht öffnen. Die hat keinen Türkknopf. Offenbar ist ja hier so eine Arztverbarung. Oh, wir haben Sie mir gerade hinten das zugemacht, oder? Ups. Man kann mit einem Knopf quasi jemanden holen, der dann wieder öffnet. So mal. Mr. Gertin. Das geht nicht automatisch auf. Erzählen Sie mir das doch nochmal. Sie, die Ratten. Sie müssen doch die Ratten töten. Weswegen müssen Sie die Ratten töten? Ich aber... Ich muss jetzt nach Hause. Sind Sie meine neuen Ärzte? Ja, Mr. Gertin. Wir sind Ihre neuen Ärzte. Ich habe inzwischen die Kamera mal genommen und filmen jetzt auch mal. Verschrecken, Haarbilder. Offensiv, auch mal. Dieser irer Blick. Ihn und dann Sie und dann wieder ihn. Und wir versuchen festzustellen, ob es Ihnen gut genug geht, dass wir Sie nach Hause lassen können. Ja, Sie müssen mich gehen lassen. Ich bitte Sie. Er wird wirklich verzweifelt. Ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen. Warum ist es denn so dringend? Der Wald. Die Bäume. Die Bäume. Sie müssen gefüttert werden. Sie sind hungrig. Sie sind immer hungrig. Sie füttern die Bäume? Ja, die Bäume. Mit Ratten? Ja, Sie müssen essen. Sonst kommen Sie und holen Sie sich alle. Wenn Sie keine Ratten bekommen, holen Sie sich alle. Warum machen die Bäume denn das, Mr. Gertin? Bäume. Sie machen es schon immer. Sie müssen den Wald füttern. Mr. Gertin, wohnen Sie alleine in dem Haus? Ja. Was ist mit Ihren Eltern passiert? Meine Eltern? Meine Eltern sind schon lange tot. Mr. Gertin, was ist mit Ihrer Frau passiert? Ich habe keine Frau. Keinen. Mr. Gertin, hat das was mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, dass die Bäume sich bewegen? Meine Familiengeschichte? Nein. Wir sind schon sehr lange die Rattenfänger. Und vor uns waren es andere, die die Ratten gefangen und den Wald gebracht haben. Der Wald braucht die Ratten, er ernährt sich von Ihnen. Ich bin so alt und verzweifelt. Sie müssen... Nehmen Sie mal einen Platz ein und füttern Sie den Wald. Er ist schon immer hungrig. Schon sehr, sehr lange Zeit. Mr. Gertin. Dort ist etwas, was nicht von hier ist. Nicht von hier. Aber Mr. Gertin. Aus einer anderen Welt. Irgendwie muss man es doch besiegen können. Besiegen? Ist das im Wald? Das, was im Wald ist. Töten Sie die Ratten. Geben Sie die Ratten im Wald. Meine Zeit ist irgendwann gekommen. Bleiben Sie tot. Nehmen Sie meinen Platz ein. Sie sind jung. Sie sind jung und können alle retten. Er greift dich und packt dich am Pullover und hält dich fest. Ich sehe aber, man sieht quasi den Arm direkt zur Kamera kommen. Mega Einstellung. Dieses völlig irre Gesicht. Nehmen Sie meinen Platz ein. Füttern Sie die Wälder. Oder Sie werden alle holen. War das gut so? Nein. Krass, können wir das nochmal ganz kurz... Vielleicht hier nochmal so rein? Bitte lassen Sie mich jetzt gehen. Mr. Gertin. Machen Sie etwas. Lassen Sie es gehen. Oh, Mr. Gertin. Okay. Jetzt kommt jemand, öffnet die Tür. In dem Moment springt er los. Stößt euch beiseite. Entwickelt unglaubliche Kräfte und rennt auf den Gang. Nur um nach einem kurzen Alarm, den die Schwester gegeben hat, von zwei Pflegern eingeholt zu werden und von beiden Seiten hochgenommen und zurück in sein Zimmer getragen zu werden. Ich denke ganz... In dem Moment... Ich hatte ein kurzer Schock, wie der alte Mann euch beiseite gestoßen hat, welche Kräfte er noch mobilisiert hat. Jetzt wirkt er plötzlich nach dieser Mobilisierung einfach eingefallen und alt und völlig verausgabt. Er lässt sich zurück in sein Zimmer tragen. Was hat er denn? Er redet die ganze Zeit wirr. Lassen Sie in Ruhe. Er ist in keiner guten Verfassung. Er ist geistig. Er ist geistig. Ja, und er ist alt und wir kümmern uns um ihn. Gehen Sie bitte. Gehen Sie. Ja, ja, ja. Ich habe die Kamera natürlich weggesteckt direkt. Ja, ja. Das ist jetzt kein guter Eindruck. Gehen wir am besten, oder? Ja, aber wohin? Ich muss den Film fertig machen. Also, wenn wir ins Haus gehen, sollten wir uns auf jeden Fall überlegen, wie wir mit dem Wissen hingehen. Die Kirche. Vikare und dergleichen, die haben häufig die beste Ahnung von alten Geschichten oder sowas in so ländlichen Gegenden. Sehr gut. Die haben vielleicht auch eine Chronik über die Leute, die da gewohnt haben oder was da passiert ist. Schatz, das hast du aus deinen Romanen. Das war 1920 so. Heute ist so ein Vikare für fünf oder sechs Kirchen zuständig. Der kennt da gar keinen mehr. Gerade in so einem ländlichen Gebiet, ja. Gerade in so einem ländlichen Gebiet. Ja. Da kann man froh sein, wenn wahrscheinlich einmal im Monat oder so die Messe dort stattfindet. Der Pub, der Pub. Hier, in Äppelford. Äppelford. Oh, das ist Äppelford. Äppelford. Willkommen aus Hessen. Das ist dann normal. Falls ihr es nicht wusstet, Feger so sitzt in Hessen. Ja, genau. Äppelford. Äppelford. Der Junge und der Alte haben den Golden Ram übernommen. Und die haben vorher den Pub in Muscovy geführt. Genau, die haben vorher noch den Pub. Und das ist ein Junge und ein Alter. Die müssen doch wissen, was los war. Ich liebe diesen Vorschlag. Lass uns in den Pub gehen. Gut, zum Fahren gleich. Ja. Wir fahren zum Pub. Der Pub, das könnt ihr ja schnell googeln. Ihr habt hier guten Empfang. Liegt in der Innenstadt, direkt am Marktplatz. Ich finde, wir holen Sie und Ihnen ab und dann noch deine Mutter. Und dann fahren wir in den Pub und warten, bis die ganze Sache vorbei ist. Meine Mutter? Entschuldigung, das war zu weit hergeholt, das Zitat. Shaun of the Dead. Uiuiui. Uiuiui. Uiui. Du fahrst heute aber auch wieder Nerdkarten. Das ist ja ganz schlimm mit dir. Hast du das ein super Film? Ja. Ganz einfaches Zitat. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das passt aber auch. Das ist fast schon in... Ja? In halben. Es lohnt sich nur, wenn wir sie vor die Kamera bekommen. Dann lohnt es sich, dahin zu fahren. Ach so, den Jungen und den Alten. Lass uns direkt hinfahren und einfach gucken. Das dürfte ja nicht mehr als fünf Minuten entfernt sein. Da trinkt man aus Höflichkeit ein Bier. Um neun Uhr morgens. Weiter geht mein Planort, erkennbar nicht. Ah, wir nerven. Gut, dann berühren wir die Nerven. Also ich bin zum Golden Ram. Papa. Ihr fahrt zum Marktplatz, stellt dort euer Auto ab, findet auch schnell den Golden Ram. Über dem Holz... Da ist ja Tavernengeflüster. Um neun Uhr morgens. Seht ihr über der Eingangstür das Holzschild mit dem Bildnis eines übellaunigen, reinblickenden, gelblichen Schafes. Stolien-Ramp. Ungefähr so, schlechte Imitation eines Schafes. Geöffnet von zehn Uhr, auch nicht schlecht, von zehn Uhr morgens bis spätabends. Waage gehalten. Das heißt, ihr müsst noch eine Stunde. Naja, aber wenn die um zehn Uhr aufmachen, dann wird ja um neun schon jemand da sein. Das heißt, ihr klopft einfach weh mit einem so lange bis... Irgendwann wird die Tür geöffnet, ein junger Mann, der junge George. Uh, das ist auch noch fiesig. Der junge George. Der schaut doch schon sehr vorausvoll und etwas verschlafen. Wir öffnen erst um zehn. Ähm, ja, es tut uns auch sehr leid. Er wirkt noch ein bisschen, genau, ein bisschen müde. Aber wir sollten doch schon um neun kommen. Wie bitte? Ich schüttel den Kopf. Was? Wir sollten doch schon um neun kommen. Äh, Papst? Ja? Hast du irgendjemanden bestellt? Neun! Okay, das ist wahrscheinlich ein großes Missverständnis. Wir sind hier. Wir kommen aus Mascoby und kümmern uns da gerade um ein Landhaus. Können wir uns kurz drinnen unterhalten darüber? Aber Sie könnten uns vielleicht sicherlich weiterhelfen. Wir machen gleich auf und bereiten alles. Sie können gerne währenddessen weiter vorbereiten. Das ist auch gar kein Problem für uns, wenn Sie da rumräumen. Wir haben nur einige Fragen und einige Sachen, die uns... Kommen Sie mit rein. Setzen Sie sich. Wollen Sie was trinken, wenn Sie schon mal hier sind? Ja, wir nehmen alle ein Bier. Ich nicht. Ach, der lacht. Ja, einer muss fahren, ja. Okay, er stellt euch ein Bier hin, kassiert euch auch ab. Ja, hallo. Ja, meine... Von dem kommt nix, ne? Ja, und arbeitet. Das gute Alte, 29 Bier. Räumt noch ein bisschen was vom Vorabend, macht noch ein bisschen sauberer, pustet noch ein bisschen und bereitet alles für den Tag vor. Dürfen wir filmen, während wir uns mit Ihnen unterhalten? Am anderen Ende des Tresens sitzt übrigens ein älterer Herr, vielleicht der Alte George. Ja, da. Ah, der sieht viel freundlicher aus. Der sieht total nett aus. Den mag ich. Schreibt mal, jetzt hätte er sie Romane. Ja, aber sehr langsam. Der Alte George, ja. Er zieht langsam an seiner Pfeife. Ihr habt draußen noch das Nichtraucherschild gesehen, aber offenbar gilt das nicht für den Vater des Inhabers. Der raucht hier trotzdem. Egal. Und liest seine Zeitung. Früher am Morgen, klar, trinkt er seinen Kaffee, liest seine Zeitung, raucht seine Pfeife. Mr. Alter George. Oh, Senior. Ja, tatsächlich. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Vorher ist auch eine Plakette gewesen, George Fletcher, also das war der Familienname eben. Und der Alte und der Junge, George. Senior, Junior. Ja. Dürfen wir Ihnen einige Fragen stellen? Ich brauche den Flamingo. Ich mag nicht gefilmt zu werden. Okay, wir filmen was anderes. Besser so. Ich stelle wieder meine Kamera, den Tresen. Dreh sie einfach ein Stück zu sein. Und dreh sie schon mal. Das massieren wir schon mal an. Bin ja da jetzt drin, grad. Wir kommen aus Muscovy und kümmern uns da gerade um das Landhaus von Mr. Gertin, dem Rattenfänger. Uns wurde gesagt, dass Sie beide die T-Stube in Muscovy hatten. Mein Sohn, ja. Der junge George. Was waren denn die Gründe dafür? Hat sie von seinem Schwiegervater übernommen. Das war die Abmachung. Entweder wird er sein Nachfolger oder er kann den Ort verlassen. Damals wollten wir aber noch nicht weg. Das hat sich dann jetzt geändert. Warum hat sich das denn geändert? Ich habe lange genug da gewohnt. Da läuft der Wald! Entschuldigung. Stille. Was hat es mit den Ratten auf sich? Ein langes Ziehen an seiner Pfeife. Das Glimmen der Glut. Er hält sein Gesicht. Es ist nicht Gander auf der Graue. Das ist ein bisschen alt. Ja. Da sind viele schon jetzt gezogen gerade vielleicht. Vielleicht ein bisschen... Ein bisschen Camingo. Muscovy. Wer weiß doch was, ne? Hatte noch nie keinen Rattenfänger. Es gibt einen Reim, der ist so alt wie die Hügel. Dein Spruch. Die Wälder sind zurück und der Schleier fällt. Welcher Schleier? Was für ein Schleier, Mann? Das ist der Reim. Wie gesagt, zu allem... Er reimt sich nicht mal. ...wie die Hügel selbst. Hat vielleicht in der Übersetzung ein bisschen verloren, war es? Vielen Dank an die betreuenden Redakteur, die Übersetzung nachzulesen auf Englisch auch in dem Heft. Im Almanach wesentlich besserem Reim und in einem besseren Maß, Versmaß. Ähm... Ja, der Schleier. Ja, der Schleier. Irgendetwas ist dort. Irgendetwas. Eine Verbindung. Es war schon immer dort und es wird dort immer sein. Ich gebe Ihnen einen Rat. Gehen Sie weg. Geht nicht nach Muscovy zurück, wenn ihr nicht misst. Die Wälder werden aufwachen und Leute wie ihr und wir sollten nicht dort sein. Erst recht nicht, wenn uns Tage ohne den Rattenfinger bevorstehen. Kann sie den alten Girl Team persönlich? Ein bisschen, ja. Woraus bestand seine Arbeit? Nein, nein. Er hat Ratten gefangen. Also, wenn der Rattenfänger jetzt krank ist und das nicht machen kann, dann müssen wir jetzt Ratten fangen und in den Wald hängen. Nein, wir fahren wieder nach Hause. Machen Sie, was Sie wollen. Ich rate Ihnen, bleiben Sie fern von Muscovy. Verschwinden Sie. Gehen Sie. Und dann beugt er sich wieder bei seiner Zeitung und beachtet euch nicht weiter. Ich bin sogar mal umgeblüfft. Das ist gut. Ja. Ähm. Gut, wir gehen. Wir... Aber wohin? Also, ich gehe. Wir müssen uns besprechen, aber vielleicht nicht hier. Kurz das Bier hier noch austreten. Ja, der Schnee. Ihr geht. Der junge George nickt euch noch zu. Ich steig in die Wagen. Halten Sie sich an die Worte meines Vaters. Und dann geht ihr raus. Und dann sitzen wir im Besitzendenwagen. Ja. Was für ein... Okay. Was ist der Plan? Wir müssen diesen Film fertig machen. Also wir brauchen eine Reportage oder irgendwas, was wir vorzeigen können. Wir können da nicht ohne nichts auftauchen. Andererseits haben wir aber auch ziemliche Verletzungen am Körper. Und ich möchte ungern in eine Stadt, wo der Schleier fällt. Welcher Schleier? Der Schleier. Was für ein Schleier? Nein. Also, folgendes. Der Wald läuft. Wir können dich einfach aus zwei Gründen abhauen. Erstens, wir wurden bezahlt dafür, da aufzuräumen. Ja, das machen wir jetzt noch eben. Und dann fahren wir nach Hause heute Abend. Das ist doch schnell geschafft. Nicht, wenn der Wald schon mitten im Haus steht. Wenn wir den Film fertig haben... Mit dem Wald ins Haus fallen. Können wir damit an die großen, an die Medien gehen. Das Ding wird sich im Netz verbreiten. Ja, dann gibt es aber die Stadt auch nicht mehr. So, wo ist die nächste Tankstelle? Nicht weit entfernt. Ich fahre einfach ohne die anderen zu fragen zur Tankstelle. 15.000 Einwohner, so, da gibt es alles. Supermarkt. Tankstelle. Diesel kaufen. Und den Waldopferkern? Mach mal einen Ideenwurf, Meiri. Du brauchst halbe, halbe, das weißt du noch. 44? Gelungen. Sogar, nee, nicht die Hälfte. Gelungen? Du hast gerade eine Idee gehabt, irgendwas mit Diesel zu machen. Ja. In dem Nebengebäude lagert der alte Görtchen Unmengen an Chemikalien, Pflanzenvernichtern und anderen Dingen. Ich habe nicht viel Ahnung von Chemie, aber das ist vielleicht... Explosiv, giftig, brennbar. Trotzdem kann ein Gemisch nicht schaden. Ja, also, wir wollen ja auch unser Geld noch bekommen, oder? Dann können wir jetzt nicht einfach Chemie im Wald abkühlen und sagen, das wird schade ich. Was wollen wir mit dem Geld machen, wenn irgendwelche Wälder kommen und uns fressen, hm? Wir kommen ja nicht zu uns nach Hause. Woher willst du das wissen? Ganz scheiß Großbritannien war mal ein Wald. Die sind drei Stunden gefahren, solange der Wald war nicht so schnell. Wir fahren doch jetzt hin und schauen mal, wie weit er gekommen ist. Aber ich glaube auch, dass man den Wald nur wütend macht, wenn man da Chemikalien abkühlt. Was für einen Film machen wir jetzt mal? Also, wir müssen irgendeine ordentliche Reportage machen, die wir abliefern können, die nicht so sci-fi-mäßig ist. Guck mal, die planen ja auch noch für eine Zukunft ohne Wald. Das Ding wird groß. Galileo Mystery, mindestens. Es darf jetzt nicht Paranormal Activities oder sowas sein. Das muss halt schon auch seriös sein. Da wird es schon mal ein bisschen was süßiger. Wenn wir jetzt hinfahren, wird das jetzt, keine Ahnung, Putze rettet die Welt. Alter, das heißt Reinigungsfachkraft. Im selben Auto. Ob du uns nicht belauscht. In meinem, in seinem Auto. Unserem. Man könnte schon sagen, eine Frau gegen einen ganzen Wald oder sowas. Ich glaube, die wollen nicht als Brandstifterin darstellen. Das ist vollkommen okay. Ich habe vor, Brandstiftung zu begehen. Ich kaufe einen Kanister und Zapf. Du kannst auch, also du kaufst einen leeren Kanister und einen oder mehr. Was sind das denn so, die jängigen, was sind da drin? Fünf oder zehn Liter? So zwei, zehn Liter Kanister. Dann zwei, zehn Liter. Ich komme dann mit so einem leicht wahnsinnigen Glimm in den Augen und zwei Kanistern voll mit Benzin. Du hast ja auch schon ein bisschen was verloren an Stabilität, ne? Mhm, deutlich. Aber ich meine noch kein, nee, seitdem war ja nichts mehr, ne? Nee, lässt sich da jetzt noch was reinigen? Oder nicht? Ja, klar. Oh ja, Feuer reinigt. Und schneiden. Du kommst mit und du bringst deine Kamera mit, Junge. Ich würde nicht widersprechen. Im Zweifelsfall drehen wir das schnell zu Ende, aber ich will zu gut. Ja, wir sollten das zu Ende drehen. Jetzt hör auf mit diesem Geschatze. Lass uns doch erst mal gucken, wie es da aussieht, bevor wir jetzt irgendwas machen. Jetzt bestärkst du dich nicht noch. Wir fahren da jetzt hin und dann schauen wir es uns an. Ja. Und wenn nötig, dann setzen wir halt die ganzen Scheiße dran. So ein Feuer kann ja auch eine Reinigung sein. In vielen Religionen ist Feuer sehr reinigend für Körper, Seele, Geister. Ja, und in vielen zivilisierten Gebieten ist es eine Straftat. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass meine Kamera noch von drinnen lief, von der Bar. Ich habe also das ganze Gespräch auch mitgebracht. Ups. Und sehe das in dem Moment, wo ich dann nochmal check und es dann ausmache und mir fällt nochmal auf, dass ich echt viel richtig krass geniales Material am Start habe. So, wir fahren also. Zurück zum Landhaus. Ja. Also, ich... Warst du ja heute Morgen schon mal... Nein. Nein. Nein, noch nicht da. Der Wald ist quasi... Ich kreier es jetzt fast an das Haus an. Da! Ja, da ist ein Baum. Da war gestern noch Rasen. Da war eine Hecke. Da war eine Hecke, oder? Ja, also quasi der Wald ist in die Hecke rein. Ja, ja, da ist eine Hecke. Da ist eine Hecke, die drum herum geht. Was ist denn aus der Hecke geworden? Der Wald hat die Hecke verschluckt und ist jetzt so 1,50 Meter vom Haus entfernt. Okay. 1 Meter, 1 Meter vom Haus entfernt. Willst du mir sagen, das ist normal? Nö. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das nur wiederum nicht. Das ist nicht normal. Du? Das ist nicht normal. Guck mal, bevor du alles anzündest, lass uns doch einmal das Haus durchfeudeln, anständig Fotos machen, dass wir es sauber dokumentiert haben, dass wir unsere Arbeit gemacht haben und ähm... Dann anzünden. Nein, dann hauen wir einfach ab. Wir bringen dich in Mikalien und die restlichen Kadaver noch auf die Kippe und dann verschwinden wir. Können wir nicht noch ein paar von den Ratten im Haus verteilen oder so? Das ist doch überhaupt kein Problem. Und du kannst nicht einfach im Wald anzünden, da könnten Menschen drin sein. Ich glaube nicht, dass in diesem Wald noch Menschen sind. Aber du weißt es nicht. Gut. Du willst doch nicht zur Mörderin werden. Nein, du hast recht, Schatz. Das freut mich aber doch, dass du es einsiehst. Es tut mir leid. Ich bin wirklich sehr gestresst zurzeit. Ja, du bist sehr gestresst zurzeit. Vielleicht solltest du mal einen Snickers essen. Würfel doch mal auf Mana, ob du ruhiger wirst. Nee, nicht. Nicht mit dem Mana. Nein. 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 Das Snickers ist nicht so gut angekommen. Ich esse das Snickers jetzt selbst. Ja, klar. Ja, du wolltest es doch haben. Halt die Fresse! Ich steig aus. Ich stelle auch direkt die Kanister neben das Auto und dann gehe ich zum Haus und schließe das auf und schau mal rein. Ich nehme die Kanister mit in Richtung Haus auf jeden Fall. Ich brauche es rein, nichts zu sehen. Schön. Du fattelst durch das Haus. Ja. Wir gehen in den Wald. Ich gebe dir einen Kanister in die Hand. Wer ist wir? Wir zwei. Ich habe sie gerne geschaut. Trunk. Auf uns. Ihr geht in den Wald mit den Kanistern. Was ist ihr im Kanister? Benzin. Oder ich will auch zum Wald. Ich bin nicht in einem dünnen Haus. Ich komme mit zum Wald. In dem einen ist Benzin und im anderen ist Diesel. Wir haben eine schöne Mischung. Gut. Auch Mischung. Was machst du in dem Haus? Ihr geht zum Wald. Mit der Mischung. Du gehst zum Haus. Du machst Fotos oder was? Ja. Von den gereinigten Räumen. Von den sauberen gereinigten Räumen machst du dann von jedem quasi so ein einfach so ein Doku. Ja. Ich wisch durch und von einem Foto. Genau. Drüben mit. Ich wisch nochmal feucht durch. Nebelfeucht. Nebelfeucht durch. Und wenn ich damit durch bin, packe ich die Chemikalien noch ein. Alles klar. Du schaust als erstes in den Salon. Da nochmal durchwischen. Machst die Fotos dann eben. Dann gehst du in das Speisezimmer. Auch da nochmal so ein bisschen durchwischen. Machst dann die Fotos. Bist ja gerade an dem Kamin. Und du guckst so ein bisschen zurück. Irgendwas. Dieses Gemälde über dem Kamin. Irgendwas hat sich da gerade. Das Gefühl, es hat sich irgendwas bewegt. Aus den Augenwinkeln. Du guckst da drauf. Und du siehst, wie sich der Mund zu einem. Der war ja vorher schon so ein höhnisches Grinsen. Jetzt richtig zu einer Fratze verzogen hat. Und du guckst hoch. Und in dem Moment explodiert das Gemälde links und rechts schießen Ranken hervor. Das Gesicht bricht aus diesem Gemälde hervor. Verzieht sich zu einem höhnischen Schrei. Oh, das ist ein bisschen überdramatisiert. Gerade noch. Aber. Ganz nah dran. Ein außerweltlicher Ruf ertönt. Du kippst nach hinten weg. Versuchst dich davon wegzustoßen. Und dieser Ranken schießt näher auf dich zu. Und. Willst du ausweichen? Das erste was du machst, du darfst auf geistige Stabilität würfeln. Das ist sehr großzügig von dir. Oh Mann. Ich sprech nix aus der Ruhe. Aber beim Ausweichen wäre der mir lieber gewesen. Das ist ein Punkt, den du verlierst. Geistige Stabilität. Trotzdem. In dem Tempo können wir noch die ganze Nacht durchspielen. Das wird nicht mehr die ganze Nacht. Die Grafiken sind, dass alle aus dem Abenteuer sind. Titanic. 37. Vier. Ich weiche mit einer Vier aus. Du wirfst dich zur Seite. Du bist ja quasi auf dem Hintern gelandet. So erschreckt. Ja. Die Tentakel oder die Ranken schießen vor. Du wirbelst zur Seite und die bohren sich in den Holzboden nebenher rein. Teitschen schnell. Ich renne weg. Alles klar. Alles klar. Du rennst weg. Du rennst weg. Schließt die Tür hinter dich. Hörst noch, wie sich weitere Ranken in die Tür bohren. Durch die Türen durch und quasi vor deinem Gesicht stecken. Hat er noch ein Foto gemacht? Nee. In der Zwischenzeit. Ich würde nicht mal beschwören, dass ich mein Telefon noch in der Hand habe. Das war mir zu egal. Nein, das ist alles, was du hast, hast du fallen gelassen. Du bist einfach nur rausgerannt. Das war unglaublich. In der Zwischenzeit im Wald. Was macht ihr da? Wir gehen erst mal hin. Ich glaube, wir brauchen nicht nach unserem Wimpelchen gucken. Nee, das Wimpelchen, das ist untergegangen. Du darfst doch einmal auf Idee würfeln. Ich darf nochmal auf Idee würfeln? Ja, ja, klar. Ja, gib mir das jetzt wirklich aus. Ja. Wenn das sonst nichts tut. Selbst wenn du es nicht anzünden vergiftet es dem Ganzen. Wir sind ja nicht so weit reingegangen im Wald. Der ist ja auch relativ auf uns zugegangen. Das klang wie ein Geflugsfechreit. Wie ein Tier, was gerade... Jetzt sagen Sie mir doch mal ganz kurz, was machen Sie gerade? Wir verteilen hier Diesel und Benzin und vergiften den Wald und möglicherweise werden wir ihn anzünden. Stabilität verloren, sehr gut. Hab ich! Danke, Tom. Wir reden dann nochmal darüber, wie wir das auch verwenden. Das ist klar. Ihr kippt ja den Diesel aus. Die Chemikaten sind noch im Gebäude. Erstmal fangt ihr den Diesel an. Ich film das alles mit. Du bist gerade noch drin. Währenddessen, wenn dir das da auskippt, lustig meine Ahnung auf Glück. Tja, das ist keine Unwichtigerkeit. Wie küsselst du hier gerade? Geschafft, 30. 10. Oh, dann ist es die 3. Was? Du bist ja auch dabei, den Diesel auszukippen, als du etwas im ganz nahen Baumstamm siehst. Und zwar verformt sich die Rinde zu einem Gesicht. So einem höhnisch grinsenden Gesicht. Was? Bleibst du kurz über die Augen? Ja, eindeutig. Die Rinde verzieht sich weiter und formt ein Gesicht, wie du es schon mal gesehen hast. So in der Art dieses Gemälde. Oder vielleicht auch dem Foto am Ortseingang an dieser Infotafel. Dieser grüne Mann, oberhalb des Torbogens in der Kirche. Genau ein solches Gesicht, das dich höhnisch angrenzt. Und im nächsten Moment schnell noch die Äste des Baumes vor. Ähm... Ha, ha. Willst du ausweichen? Ja. Ich werde ausweichen, wie ich noch nie ausgewichen habe. Ich logge ganz kurz meinen Gegenschlag-Login, den möchte ich gerade kurz erstmal lösen. Alles klar, das Gegenschlag ist jetzt nicht mehr... Erstmal möchte ich Stabilität würfeln. Stabilität würfeln? Stabilität, ja. Willst du erst ausweichen oder erst Stabilität? Ich würfel erst Stabilität. Geschafft, Stabilität. Ein Punkt. Macht mich fertig. Ähm... Genau, und jetzt weiche ich aus. Alles klar. Dann Würfel. Nicht geschafft. 41? Ich könnte den... Nee. Das ist ein Kampfwurf. Kannst du nicht forcieren. Der Regelfuchs hat wieder zugeschlagen. Fuchsi, der Regelfuchs. Was passiert denn? Oh, ja genau. Oha. Ich freue mich jetzt schon. Das wird wehtun. Oha. Ich liebe den Zusatz, gegebenenfalls wird das Opfer aufgespießt. Das fällt mir noch am besten. Gegebenenfalls. Das ist einfach schön, genau. Ich halte drauf. Ja. Ich hab das Bild bekommen und halte drauf. Ein Ast peitscht nach vorne. Erwisch dich mit voller Wucht. Du wirst mehrere Meter weit nach hinten geschleudert. Gegen einen anderen Baum, gepralst gegen einen anderen Baum und fällst zu Boden. Fünf Schadenspunkte. Fünf. Ja. Sehr froh. Das ist mit ohne aufgespießt. Gut, dass wem. Ach nee, warte, ich war bei neun. Gut, dass du im Krankenhaus warst. Das hätte sonst ja fatale Folgen gehabt. Oh ja. Oh ja. 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 Und im Krankenhaus wäre eng geworden. Wie viel maximale Trefferpunkte hast du denn? Ich hatte elf, jetzt hab ich gerade vier und eben hatte ich neun demnach. Elf ist dann, die Hälfte der maximalen gibt es eine schwere Wunde. Du wirst jetzt nachgucken. Die Regeln sind unten. Sagen wir mal, es ist aufgerundet. Das heißt, alles ist noch in Ordnung, aber trotzdem war es ein schwerer Treffer. Danke. Keine innere Verletzung, noch nicht. Bin ich erstmal bewusstlos oder bin ich dabei? So halb. Ich bin schon auch durchnommen. Du hast noch einen Schrei von dir gelassen, wenn du durch die Luft gesaust bist, den ihr beide gehört habt. Genau so war das. Beeindruckend. Ja, Frauenpower. Ja. Ich renne in die Richtung. Amanda! Ihr seht sie da liegen. Achso, hab ich das nicht auf Kamera? Schnell umschauen, was ist da passiert. Und dann seht ihr es auch schon, diese Fratze in dem Baum, in der Rinde. Wirft mal auf Stabilität. Da ist etwas. Sie formt sich und lacht. Nein! Oh, 86. Oh! Endlich! Endlich! Mario, du verlierst drei Punkte. Na? Na? Komm schon. Wie viel sind es jetzt? Wie viel Prozent? Drei Punkte. Das heißt, ich habe jetzt ein Viertel verloren. Reicht mir auch. Die Schwelle ist übrigens bei Cthulhu, wenn jemand bei einem einzigen Stabilitätspunkt fünf oder mehr Punkte verliert, dann passiert nochmal etwas richtig, richtig Schönes. Ich habe jetzt ein Viertel, ne nicht ganz ein Viertel, aber wir sind nah dran. An dem Fünftel. Sehr schön. Ähm, was passiert? Ein Fünftel habe ich verloren jetzt. Du hast ein Fünftel verloren. Ich habe jetzt genau ein Fünftel verloren. Ja, ich bin bei 32,45. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt passieren spannende Dinge. Was bei dir passiert ist, du stolperst einfach, du lässt die Kamera fallen. Fuck! Ja. Krack. Du stolperst die Kamera, die Kamera fällt in den Dreck rein, in den ganzen Matsch. Es hat ja lange geregnet, so. Zumal hat da jemand überall Diesel hingegossen. Ja, irgendwann. Ein Verrückter hat da gerade Diesel hingegossen. Kann ich mir nicht erklären. Ah, Anfall von Wahnsinn, da ist es doch. Auf ein paar Stellen ist es auch Benzin. Viel besser. Würfel du mal mit W10. Komm, lassen wir dich mal würfeln. Vier. Vier. Wahnsinn. Du leidest unter heftigen Verfolgungswahn. Nein. Ach nein. Und du rennst weg. Du wirst ja verfolgt. Nein. Das ist kein Wahn. Schau, die Bäume hier. Du schreist und läufst weg. Die Bäume oder was auch immer. Du wirst ja auch quasi verfolgt. Die Bäume kommen, die Ratten, was auch immer. Du hast ja mehr als genug Gründe quasi jetzt. Und du rennst einfach. Du rennst weg. Du wirst verfolgt. Du musst ja weg. Du allst durch die Wälder. Tastet ihre Taschen ab, ob sie irgendwo ein Feuerzeug hat. Der Teil des Plans war nämlich noch nicht so durchdacht. Tendenziell bist du eher von den Bäumen weg. Aber du bist jetzt gerade einfach nur weg jetzt von dieser Stelle. Bei einer fünf oder sechs läufst du tief in die Wälder hinein. Bei einer eins bis vier läufst du. Zu deinem liebenden Ehemann, der dich auffangen kann. Äh, zwei. Weiß zwar gar nicht wie sechs, aber ist auch gut. Oh, entschuldigung. Alles gut, alles gut. Eins. Ja, du läufst in die entgegensetzte Richtung und dann zum Alltraum zurück. Wahrscheinlich rennen wir jetzt genau wieder ein. Ja genau, das wäre ziemlich gut, wenn du mir in die Arme rennen würdest. Denn dann könnte ich deine schreienden Reste hinten in den Wagen packen. Du, was machst du? Die Kamera ist in Dreck gefallen. Ich will die Kamera aufheben. Unbedingt. Männer liegt da. Danke. Keiner hilft. Keiner hilft, ja. Du hast Diesel auf der Linse. Du hast Diesel auf der Linse. Ich will zur Kamera und dann checken, was mit ihr geht. Aber ich will die Kamera auf jeden Fall mitnehmen vorher. Sie ist bei Bewusstsein, aber sie krümmt sich vor Schmerzen. Da sind Rippen angebrochen, vielleicht sogar gebrochen. Kann ich versuchen sie rauszuziehen aus dem Bums? Ja. Okay. Du packst sie einfach. Die Äste feitschen wieder vor in der nächsten Runde. Du packst zu. Gerade oder ungerade? Ich bin ein gerader Typ. Bist ein gerader Typ, ne? Ungerade. Uuuuh. Wie er sich freut. So ein Stück von dir entfernt bohren sich erneut die Äste in den Boden rein und du zuckst nur zusammen, aber kannst ja kaum was machen. Du bist nach hinten gezogen und du kannst dich ja kaum wehren. Du nimmst halt die Hände vors Gesicht und siehst dort, wie dieser Baum immer mehr erwacht. Du siehst das ja gar nicht, aber du ziehst sie mit aller Kraft oder wirf mal auf Stärke. In der einer Hand die Kamera, in der anderen sie so hinten am Kragen gepackt und… Drei. Atme ist schwer. Jawoll. Drei. Drei. Alles klar, du ziehst sie da raus. Du ziehst sie da einfach raus. Mit einer Hand, weil in der anderen habe ich die Kamera. Für einen kurzen Moment passiert es noch etwas seltsam. Du reißt dich los. Pflanzen ranken sich um deine Füße und haben dich für einen kurzen Moment festgehalten. Du drohst zu stolpern. Du kannst dich aber losreißen mit dem Wurf von drei. Mit letzter Kraft lasst ihr den Wald hinter euch und du ziehst sie raus. Was? Episch. Du rennst ja. Schatz, wo willst du? Du rennst aus dem Gebäude zu der Fondertür raus. Ich renne, als ich gerade aus dem Wald gerannt komme ich gerade mit meinem Kram, also auch ziemlich panisch rausgerannt. Das Bild hat sich auch bewegt und es hat mich angegriffen. Hast du ein Feuerzeug? Ne, ich rauch nicht, aber in der Küche ist doch ein Gasherd. Da muss es ein Feuerzeug geben. Und im Auto gibt es einen einzelnen. Ich laufe. Nein, du hast kein Benzin mit dem Auto. Nein. Gasherd. Ich geh zum Gasherd, ja genau. Ihr seht jetzt auch, wenn du zum Gasherd wieder reingehen willst, seht ihr wie er die Regisseurin am Kragen gepackt hat und aus dem Wald zieht. Du fackelt die Scheiße ab. Du hast das vorher doch ordentlich geschüttelt, das Benzin und das Diesel Zeugs, ne? Ja. Gut, denn sonst gibt das nur eine Stichflamme. Egal. Besser als nix. Was machst du? Ich renne in die Küche rein. Alles klar in die Küche? Ich will überhaupt nicht. Ich habe ja rein in das Scheiße Haus, aber es hilft ja nichts. Ich gehe in die Küche. Alles klar in die Küche. Und was? Da ist ja garantiert irgendeine Form des Anzündens möglich mit einem Gasherd. Also wahrscheinlich sogar ein Feuerzeug, wenn das ein schön alter ist. Außerdem... Willst du irgendwas von dem Zeitungspapier zusammenknüllen, das irgendwo neben in die Ecke legen und anzünden? Da gibt es ja genug Zeitungen und Magazinen und sowas. Ich würde vor allem das Feuerzeug oder sowas rausnehmen. Ja genau. Das ist eine ziemlich gute Idee. Genau. Und im Schuppen gibt es Holz und Prankbeschleuniger. Sehr gut. Ja. Das ist dann ein hervorragender Tank. Prankbeschleuniger sind auf jeden Fall genug Chemikalien, wo du weißt, die sind hochentzündlich. Genau. Da kann ich einfach eins von diesen trockenen Scheiten reinstecken und habe dann eine hervorragende... Brauche ein bisschen Zeit auf jeden Fall, weil das da genau zusammensuchen, den ganzen Kram. Außerdem der Gasherd, der muss ja an irgendwas angeschlossen sein. Ein Gastank. Okay. Den sieht der im Haus oder der ist draußen? Der ist im Haus. Okay. Also nur ein kleiner. Ja. Kann man den tragen? Ist das eine Gasflasche dann nur? Das ist eine große. Okay. Nehme ich mit. Wahrscheinlich will noch irgendwo einen stehen. Wahrscheinlich im Schuppen steht noch ein zweiter zum Auswechseln. Oder der Ultimo Ort. Genau. Ich kurbel den zu und nehme ihn mit. Ich baue ihn ab. Das geht dann ja schnell. Alles klar. Wir rennen zum Auto. Also ich renne einfach Richtung Auto. Ziehst du immer noch oder versuchst du dir irgendwann auf die Beine zu... Ne, ich ziehe sie noch. Ich ziehe sie noch. Es tut bestialisch. Du wirst über den Boden gezogen. Deine Rippenschmerzen. Und du siehst irgendwie... Du wirst ja quasi weggezogen und blickst immer noch auf die Wälder, wie sich die Äste bewegen und blitzende Augen im Unterholz und... Ich bin auch schon... Der Wald erwacht. Ich habe schon überlegt, dass ich mein Messer werfen sollte. Aber zum einen habe ich dann kein Messer mehr und zum anderen kann ich ihn nicht so gut werfen. Der Wald erwacht. Dort passiert etwas. Du rennst zum Auto und lädst sie da ab? Ich würde sie jetzt... Genau. Ich würde sie versuchen ins Auto irgendwie reinzubuxieren. Wenn es offen ist. Wenn es denn offen ist. Ja, natürlich ist es offen. Hinten die Klappe ist auf jeden Fall auf. Da ist ja keine Menschenseele. Genau. Dann kannst du sie da draufsetzen. Genau. Dann setze ich sie da drauf und... Ich fuß tatsächlich jetzt nach vorne bei meiner Kameralinse und versuche das Schauspiel von hinten jetzt draufzunehmen. Ich muss das dokumentieren für die Nachwelt. Das ist gerade meine Aufgabe. Ich bin hier... Du wurdest geboren, um das zu tun. Für die Journalist. Für alle hinterher. Du könntest halt auch einfach dein Handy rausholen und das damit filmen, oder? Wenn dein... Nein, das ist ja alles... Das ist ja Quatsch. Was nicht viel kann. Ja, genau. Das ist ja nicht kompatibel so richtig. Was machst du? Wenn ich mich soweit wieder stabilisiert habe für einen Moment, dann renne ich jetzt in den Chemieschuppen und fange an, da wahllos irgendwie Sachen, die giftig aussehen oder möglicherweise gefährlich raus zu zerren und raus in Richtung Wald zu werfen. Leitest du dir in den Wald rein, alles klar. Das heißt, wenn dein Mann... Du bist ja erstmal in die Küche gegangen, hast du das Gasding abgeschraubt und mitgenommen, wenn du rauskommst, ziehst du wieder eine Frau völlig von Sinnen. Da steht, äh, wahllos Chemikalien, Dosen, Kanister, Flaschen, nimmt einfach auch... Hast du Handschuhe? Nee, wahrscheinlich hat jetzt gerade keine Hand. Du nimmst die einfach und schleudert sie in den Wald, ein nach dem anderen. Sie scheinen wirklich von Sinnen zu sein. Ihr Gesicht ist verzerrt. Nimm das! Wie schmeckt dir das? Das von Monsanto! Genau! Lefursaat! Ja, auch die ganzen Pflanzenvernichter und alles geht da gar nicht. Das ist von früher, das in meinem Grundwasser jetzt noch ist, ne? Das ist gute... Ja. Du hältst drauf, du hältst drauf. Du siehst, dokumentierst ihren Wahnsinn, wie sie... Genau, ich geh auch näher ran jetzt. Ja, ja. Zuerst hatte ich die totale... Mach mal so ein bisschen um sie rum, das ist auch ihr Gesicht. Du brauchst ihr Gesicht, das ist... Und jetzt lauf ich in ihre Richtung. Ich erschrecke mich und werfe einer eine von den Dosen auf dich. Das Gesicht ist einfach... Verzerrt für dich. Das ist so ne super Einstellung. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Das sind pure Emotionen. Pure Emotionen. Ja. Du kommst raus, siehst du nicht, oder? Ja. Und ich halte drauf. Ja. Ja. Du schaust. Ja, er hält drauf in der Kamera, ey. Ja. Ich werfe die Kamera. Ich greife mir in die Kamera und werfe sie in den Wald. Das geht auf gar keinen Fall. Das versuche ich besser, das Licht zu verhindern. Also das funktioniert nicht anders so. Ja, natürlich. Natürlich. Aber... Oh, jetzt können wir noch am Ende der Runde noch ein weiteres Feature von Cthulhu einleiten. Da du überrascht wirst und nicht damit rechnest und du jetzt wegnehmen willst, gibt es die Möglichkeit, man kann beim Wurf einen Bonus oder einen Strafwürfel verteilen. Du bekommst einen Bonuswürfel. Das heißt, du hast von den Zehnerstellen, hast du jetzt zwei Würfel und darfst dir die bessere aussuchen. Uh. Man, ein Strafwürfel wäre quasi das Gegenteil. Du musst den schlechteren halten eben. Aber das ist einfach, weil er überrascht ist und du rechnest natürlich nicht damit. Du hältst ja gerade drauf, bist da voll drin. Und du würfelst jetzt dagegen und würfelt auf, was ist das denn, Geschicklichkeit. Ja, schneller reagiert gerade. 76 oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und? Aber ne 77 ist immer noch schlecht. 93! Ja! Und so fliegt die Kamera in hohen Bogen in den Wald hinein und wahrscheinlich so, du wirst mit aller Kraft. Ich gehe wieder her. Okay. Ja klar. Ich bin ein kranker Assi. Ich brauche diese Kamera. Ne ab, finde ich super. Ja, in dem Fall muss ich jetzt wohl meinen, die Flammen entzünden, nicht? Ja. Ja. Absolut. Wie ist da jetzt noch die Reihenfolge? Wie ist da jetzt noch die Reihenfolge? Wie ist da jetzt noch die Reihenfolge? Genau. Was passiert jetzt? Gehen wir mal der Geschicklichkeit jetzt nach. Wer hat jetzt hier den höher? 70er. 70er. Ich hab 60. Putzen macht schnell, sag ich dir. Falls ich noch irgendwas kann. Was willst du jetzt machen? Ähm. Ich hab ja diesen Holzscheit und ich hab Papier und ich will den in irgendeine diese angebrochenen Chemikalien rein tunken, über die ich mit meinen enormen Chemiewerten weiß, das ist ein ansteiger Brandverschleuniger. Anzünden und wupp in den Wald werfen. Das Gasteil ist mir jetzt erstmal egal. Alles klar. In Ordnung. Das ist es wahrscheinlich sogar noch, bevor du den Wald erreichst, fliegt dieser Brandsatz an dir vorbei in den Wald hinein und überall schlagen die Flammen. Ich meine, ihr habt ja alles getränkt und ihr habt ja schon wer weiß was reingeworfen. Sofort schlägt dir die Hitze. Schön bunt. Entgegen. Ja, schön bunt auf jeden Fall. Und willst du in die Flammen reinspringen? Natürlich will er das. Ich habe ja noch meinen Zweierlöscher dabei. Den hab ich vor vier Stunden auf mein Charakterblatt geschrieben. Das gibt ja eine Stichflamme, wenn sich die Chemikalien erstmal entzünden. Da hab ich es echt dabei. Du willst ja quasi mit dem Flammenwerfer, äh mit dem Feuerlöscher einen Weg durch die Flammen. Das ist so ein sehr handlicher Feuerlöscher. Den gibst du heutzutage für die Hand. Willst du das machen, dann bist du noch unsicher. Wir können dich auch auf Intelligenz würfeln lassen. Wenn es nicht klappt, gehst du halt rein und wenn es klappt, dann hältst du es halt für keine gute Idee und siehst, dass es einfach selbst mal ist. Du hast verstehen, dass ich nicht zulassen kann, wie du meiner Frau oder mich beim Bandstiftung filmst. Das macht vollkommen Sinn. Das macht vollkommen Sinn. Du filmst sie ja, wie sie, hast sie gefilmt, wie sie emotional halt völlig am Ende war. Ja, weil mach das doch mit auf die Idee würfeln. Ja, ob es eine gute Idee ist oder nicht? Also, wenn es mir gelingt, lässt du die Finger davon. Wenn es mir gelingt... Gucken wir mal. Ja, okay. Find ich gut. Ne, das Material ist ja auf dem Laptop. 29. Das ist wirklich keine gute Idee, in die Flammen reinzugehen. Die lodern halt hoch, die Chemikalien haben sich entzündet. Sehr ärgerlich. Komm Schatz, Tom ist tot. Ich ziehe dich in Richtung Outdoor. Wenn du wirklich sagst, du willst das machen, willst du da rein? Aber das war jetzt so, dass du einfach feststellst, dass es keine gute Idee ist. Habe ich irgendeine Ahnung, wo die Kamera ist? Kann ich das vielleicht noch abchecken irgendwie? Weißt du, ungefähr, wo die reingeflogen ist. Ja, so vielleicht vom Waldrand, so drei, vier Meter entfernt. Vielleicht überlebst du es. Das ist nicht so viel, finde ich. Naja. Willst du es probieren? Er wäre ganz sicher gar nicht. Ja. Ganz sicher gar nicht. Also ich würde, ja, ich würde mal versuchen... Ach, meinst du, wie lange überlebt so eine Kamera in den Flammen? Keine Ahnung. Das sind ja alles Sekunden. Das sind ja gerade Sekunden. Richtig, das ist richtig. Das ist eine Top-Profi-Kamera, die ist für sehr widrige Umstände gebraucht. Die Frage ist, kann ich das? Ich habe meinen Feuerlöscher, mit dem würde ich jetzt so gesprühen vor mir her aber reinlaufen. Alles klar. Um mich nicht an den Flammen zu setzen, Würfel auf Geschicklichkeit. Und zwar ist es ein schwieriger Wurf. Mhm. Also halbe Geschicklichkeit. Jetzt ist es nicht extrem, weil du diesen Feuerlöscher hast, bitte. Also halbe, genau. 91. Er könnte doch forcieren. Möchtest du forcieren? Ja, auf jeden Fall. Du kannst auch immer bei einer forcierten Probe den Spielleiter nach den Konsequenzen fragen. Ja. Okay. Jetzt möchtest du das tun. Ja, ich möchte sie wissen. Wenn die Probe jetzt fehlschlägt, passiert folgendes. Ich lasse dich auf Glück würfeln. Wenn Glück misslingt, stirbst du in den Flammen. Wenn Glück gelingt, kommst du mit schweren Verbrennungen davon. Aber der Glückswurf ist normal. Ja. Nein, das geht ja jetzt schon nicht. Sieben. Wow. Alles klar. Die Flammen sind überall. Und du mit dem Feuerlöscher schlägst du eine kleine Schneise durch den Brat. Ich bin komplett mal. Ich sehe diesen Film. Ich habe die ganze Zeit, dieser Kopf ist der Rattenmeuchler von Maskeby. Die Meuchelratten von Maskeby. Und das mit dem Wald habe ich noch nicht eingearbeitet. Aber das kommt. Das kommt auf jeden Fall. Das kommt. Du findest. Der Wald der Meuchelratten. Die Kamera. Schon stark verschmort. Aber du findest diesen Klirpen. Dieses etwas, was einfach dein Leben bedeutet. Du nimmst das geschmolzene Plastik, läuft deine Hand runter. Aber du spürst die Verbrennung halt gar nicht. Ja. Aber schnell wieder raus. Und wieder raus. Du wirfst noch so einen Blick über die Schulter und siehst da in näheren Bäumen dieses verzerrte Grinsen, das zu einem Schreien geworden ist. Siehst einige Ranken, die versuchen an deinen Beinen empor zu klettern und dich festzuhalten. in diesen Flammen zu halten. Und du darfst noch ein letztes Mal auf Geschicklichkeit würfeln, um da draus zu kommen. Das ist jetzt eine 98. Wie hoch ist dein normaler Wert? 60. 98 könnte schon wirklich ein Patzer sein. 100 ist der Patzer beim Wert 50 oder höher und 96 oder höher ist der Patzer bei einem Wert unter 50. Okay, dann ist es noch kein Patzer. Genau, dann ist es noch keiner. Weil man sagt, mit der höheren Profession ist die Patzerwahrscheinlichkeit ein bisschen niedriger. Dann nochmal. Ich kann ja überlegen, ob ich forcieren möchte. Ja, ja. Du könntest in der Flammen bleiben oder der grüne Mann könnte dich noch einmal angreifen. Aber ich weiß nicht, was jetzt passiert quasi, oder? Ja. Was weiß ich ja nicht. Du wirst festgehalten erst mal. Was noch denn? Ich forciere ihn. Feuerlöscher. Genau, forciere ihn. Du wirst festgehalten. Versuchst die Flammen, um dich immer noch mit dem Feuerlöscher klein zu halten und hinter dir hast du wie die Äste zum, die brennenden Äste zum zum Leben erwachen und nach dir schlagen. Nicht so, ne? So. Du kriegst jetzt einen Angriff ab und danach kannst du wieder versuchen, dich loszureißen. Möchtest du ausweichen, so gut du halt eben kannst quasi, oder? Gegen schlagen. Gegen schlagen. Du willst ausweichen vermutlich, ne? Ey, ich weiß natürlich nicht aus. Genau. Schlag den brennenden Baum. Nein, nein. Wahrscheinlich. Ich hab jetzt auch geschickt. Ey, ausweichen ist ein Wert, der steht hier unten. Ach so, ausweichen wir hier unten. Ah ja, okay. Scheiß ich übrigens. Nicht so dolle. Ey, 74. Ich glaub dein Würfelglück verlässt dich grad so ein bisschen. Ja, 47. Jetzt ist es vorbei. Der Schlag trifft dich mit voller Wucht. Es sind fünf Schadenspunkte. Hätten noch zehn sein können. Ja, ja, ich hab noch drei jetzt. Und du wirst nach draußen geschleudert. Ja. Glück im Unglück. Du landest dort auf dem Rasen. Die Kamera ein zerfallenes, zerschmolzenes Etwas. Aber wer weiß, was sich da noch retten lässt. Ja. Zumindest konntest du es nicht verlieren, weil ich ja mit deiner Hand verschmolzen war. Also du hast wirklich keinen wirklichen Schaden bekommen. Und trotzdem hast du natürlich immer so ein paar so leichte Verbrennungen irgendwie so. Bist überall komplett gerötet. Die Klamotten haben so ein bisschen Feuer gefangen. Und der Schlag hat dir wahrscheinlich auch noch ein paar Rippen gebrochen oder angeknackst. Du bist völlig fertig. Du hast dieser Klumpen, der dein Leben ist. Dieses geschmolzene Stück Plastik. Das ist dir. Das gehört dir. Taumelt, richtet er sich auf und wandelt in eure Richtung. Völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Und ich versteck die Kamera. Das macht er. Also du siehst dann, wie dir entgegen, quasi niemand irgendwie gewaltsam aufhält, Shirley entgegenkommt und die Gasflasche schleift. Und dabei an dem Verschluss dreht. Lässt du sie das machen? Nein. Was machst du? Was machst du? Du stehst ja völlig fassend aus. Ich kann hinter ihr her. Scheiße, so geht das nicht. So geht das nicht. Er taucht qualmend da aus dem Wald hervor und deine Frau packt den Gasbehälter und dreht ihn auf. Und du hast dich so langsam wieder erholt, hast dich aufgerabbelt und stehst da einfach am Wagen und blickst fassungslos diese Szenerie an. Ja. Willst du irgendwas machen oder einfach nur... Einfach nur... Da stehen du. Das ist wirklich schwierig, aber das ist ein volles Mal. Ich glaube, ich würde mal... Du musst auch nicht so... Du kannst auch vor schreckendem Band dort stehen und dein erster Kopf abschmerzt. Ich kann auch mal rufen, so in Richtung von den anderen dreien. So, ähm... Ey, ihr brennt doch jetzt komplett. Lass uns ins Auto und wegfahren hier. Das ist hier doch eh schon alles Schütt und Asche. Gleich, gleich. Gleich, gleich, gleich. Was machst du? Ich renne zu ihr hin und versuche, die Gasflasche zu entringen. Ja, ich lass sie fallen und tritte in Richtung brennenden Wald. Die offene Gasflasche. Ähm... Willst du sie schleuner oder treten? Nur treten, dass sie so rollt. Der Boden ist halt sehr uneben. Ob sie jetzt weit kommt, ist halt die Frage. Vielleicht ist es besser, wenn sie nicht... Ich schnapp dich und zerr dich von dieser Flasche weg. Äh... Ich lass mich jetzt durchaus auch zerren. Alles klar. Die landen da so ein paar Meter vom Waldrad eben entfernt. Also irgendwann wird es vielleicht... Das Gas strömt so ein bisschen in die Richtung dann eben aus und dann wird sich das noch entzünden. Du ziehst sie jetzt weg. Was machst du? Mit der Kamera auf dem Weg zum Auto. Alles klar. Du zerrst deine Frau zurück und es dauert nicht lange. Brenn, du Miststück! Hab das Auto kaum erreicht, als sich das Gas entzündet und... in die Luft fliegt. Ähm... Alles in der leeren Umgebung wird in Flammen eingehüllt. Die restlichen Chemikalien... Das ist wahrscheinlich auch nicht so groß wie eine Gasexplosion ist, aber wahrscheinlich schon. Es geht alles in einem großen Feuerball einfach unter. Das Haus fängt Feuer, der Schuppen fängt Feuer. Die restlichen Chemikalien fangen an zu brennen. Und es gibt ein gewaltiges Inferno. Der Wall steht in Flammen. Ihr habt das Gefühl, im Hintergrund irgendwo über dieses Knastern und Knistern über eure eigenen panischen Schreie nach ein anderes verzerrtes Lachen, ein schmerzerfülltes Lachen zu hören. Die Bäume zittern. Ihr müsst hier weg! Ihr müsst hier weg! So ein Feuerball! So ein Feuerball, Junke! Schnell ins Auto! Ihr müsst hier weg! Scheiße, das hab ich nicht drauf! Ihr werft euch ins Auto und fahrt zurück nach Muscovy. Dort kommen ja schon die ersten Menschen entgegen. Ich mein, das ist ja gerade mal einen Kilometer etwas weniger entfernt. Richtig. Und die haben natürlich diesen Flammenball gesehen, den letzten auch vor allem und die Rauchsäulen. Ich probiere das Fenster runter an. Lasst es brennen! Was ist hier los? Es ist viel zu gefährlich, dahin zu gehen. Was ist dort passiert? Das wissen wir nicht. Der Wald hat den Schleier verloren. Also ich fahr weiter, bevor die irgendwelchen Quatsch erzählen. Eine ältere Dame, die Frau schaut dich nur an. Einige andere jüngere Touristen augenscheinlich stehen da, machen Fotos mit ihren Handys. Guck mal da! Das ist ja live auf Facebook! Voll krass, hast du den Feuerball gesehen? Ja, den hab ich! Aber die ältere Dame schaut euch noch nach. Du siehst den auf dem Rückspiegel. Ich guck auch noch in den Rückspiegel weiter so. Ich bin gerade dabei, die speichert gerade aus. Oh, du musst das vorsichtig machen. Das ist irgendwie auch so angeschmolzen. Du musst das ganz vorsichtig lösen, ob das noch... Ich werde mit allem meinen, was ich noch so haben kann, vorsichtig merke ich die da drauf. Da ist irgendwie so eine Angeschmorte. Als wir dann das Ortsschild passieren, drehe ich mich um zum Rücksitz, wo er sagt, hey, kommen wir damit jetzt ins Fernsehen? Das wird auf jeden Fall noch eine spannende Reportage. Aber eure 5 Sterne, die... Wollt ihr den Ort so schnell wie möglich verlassen eigentlich? Wir müssen noch kurz ins Hotel. Ich brauch noch meinen Laptop. Okay. Wirklich noch kurz eure Sachen aus dem gestern? Ich fahr sofort durch. Hä? Sie fährt doch. Ne, er fährt. Sie ist etwas kann nicht mehr. Aber wir brauchen den Laptop. Entschuldigung, wir können jetzt nicht hier einfach wegfahren. Stopp, stopp, stopp. Ist mir doch völlig egal. Andererseits sind die Sachen aus dem Laptop ja in der Cloud. Ja. Stimmt. Und was ist, wenn uns jemand die Daten vorher klaut? Ha. Aus der Cloud. Strich. Intended. Intended. Ne, das... Warst du das? Wie auch immer. Intended. Ihr verlasst Applefort. Also ja, ich heiz hier einfach nur wie gesenkt raus, und es ist mir völlig egal, wenn... Entschuldigung. 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 Ja, genau, richtig. Diese Speicherkarte. Ich hab die Speicherkarte, Alter. Du hast schmolze Plastik an deinen Händen, und... Ihr verlasst diesen Ort. Ja, da geht die Speicherkarte an den Schaden. Und was? Ich fahr ins Krankenhaus. Das ist, glaub ich... Das ist gut. Applefort? Genau. Und da lebe ich dich dann ab, denn du siehst überhaupt nicht besonders aus. Nee. Überhaupt nicht. Du hast nicht so viel Stabilität verloren, aber trotzdem gibt es so ein bisschen Wahnsinn. Natürlich eine Obsession, die sich da entwickelt hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was auch immer jetzt noch passiert, ihr fahrt ins Krankenhaus, lasst euch versorgen, wie auch immer das jetzt noch aufgeklärt wird. Ein schrecklicher Unfall dort. Mordeleitung, das Gas, das Chemikalienlager. Tragisch. Was auch immer. Es werden sicherlich noch Fragen gestellt werden. Aber Fakt ist, ihr habt eine von zwei Möglichkeiten, dies zu einem guten Ende zu bringen, auch gewählt. Das ist gut. In seinem guten Ende, ja. Denn, was hier passiert ist, ein bisschen hat euch schon der Rattenfänger ja erzählt. Dieser Ort, dieser Wald ist seit jeher ein Anker für den grünen Mann. Eine Manifestation von Nyarlathotep, dem Sendboten der äußeren Götter. Ein örtlich begrenzter Raum, den man sich hier manifestieren kann. Die Wälder sind diese.